meine Kommentare und habe gerade aktuell eine E-Mail reinbekommen, wo mir ein lieber Mensch, der sich meine Videos anschaut, geschrieben hat, dass er früher bei den Pfadfindern war und dass er jetzt wieder die Natur entdeckt hat über die Videos und richtig Lust hat, rauszugehen. Nicht nur durch meine Videos, sondern von allen Leuten, von euch da draußen, von allen YouTubern, die Videos machen, die ziehen die Leute, die vielleicht ein bisschen den Naturkontakt verloren haben. Wieder nach draußen. Diese starke Vermutung, es ist schon fast mehr als eine Vermutung. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass viele, viele Leute über dieses Medium YouTube und über unsere Videos, sage ich jetzt einmal, raus in die Natur kommen. Ja, und da stellt sich doch jetzt die Frage aller Fragen. Was brauche ich, wenn ich das erste Mal hier rausgehen möchte in die Natur? Nichts. Ich brauche nichts. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Wer war von euch das letzte Mal hier draußen im Wald, in der Natur? Jetzt schreiben wahrscheinlich viele in die Kommentare. Vor einer Stunde, vor zehn Minuten, gestern, letzte Woche. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass welche schreiben so, ja, seit zwei Jahren nicht mehr oder ich war noch nie richtig draußen im Wald. Und ja, in dem Video geht es auch ein bisschen an diese Leute, die vielleicht vor Jahren das letzte Mal draußen in der Natur war. Vielleicht sind da ein paar Zuschauer unter euch dabei, bei denen es schon sehr lange ist, dass sie, ja, so weit draußen waren, in der Wildnis, in Anführungszeichen. Um jetzt hier rauszugehen, um hier die Natur erleben zu können, brauche ich erstmal, wie gesagt, nichts. Außer meine Kleidung, Schuhe, eine Jacke, damit mir warm ist, je nachdem. Und dann ist der erste Schritt, einfach in die Natur zu gehen. So habe ich angefangen. So habe ich mit Outdoor, mit Buschkraft angefangen. Ich bin einfach rausgegangen. Ich war hier draußen, habe mir die Natur angeschaut, habe erstmal Kontakt aufgenommen. Und da will ich jetzt gar nicht groß rumreden. Man muss, ja, ruhiger werden selbst und mit der Natur, mit der Luft, mit den Bäumen, mit den Vögeln Kontakt aufnehmen, in Resonanz kommen und so weiter und so fort. Der erste Schritt ist einfach, ja, rauszugehen, einen Spaziergang zu machen und ihr werdet lachen, ihr werdet es kaum glauben. Ich müsste meine Kamera, meine Frau vor die Kamera setzen, damit die euch diese Geschichte erzählt. Denn als die Silvia schwanger war mit unserem ersten Kind, da war ich ja sehr sportlich unterwegs. Ich habe viel trainiert im Fitnessstudio. Ich war da noch als Koch tätig und da war ich eigentlich immer unter Strom. In der Mittagspause, in den drei, vier Stunden, habe ich immer was gemacht. Entweder war ich schwimmen oder ich war Mountainbiken. Mountainbiken, damals hatte ich noch einen Freerider von Lightville, 301 oder wie das Ding da hieß, super, bin ich in den Parkours gefahren, Freerider, hat Riesenspaß gemacht und ich war auf Action aus und alles Mögliche. Und meine Frau hat mich gefragt in der Schwangerschaft, komm, wir gehen noch spazieren, weil sie ging gerne spazieren, einfach durch den Wald. Und das war mir so zu langweilig, da habe ich gedacht, was will denn die von mir, jetzt soll ich hier durch den Wald? Schlendern, spazieren, das ist doch grottenlangweilig. Weil ich einfach diese Action gewöhnt war, den leichten Adrenalinkick oder sich einfach irgendwas, ja, ich muss was machen, sagen wir mal so. Also wenn ich hier rausgehe, dann muss ich auch irgendwas machen. Gut, da habe ich mich aber überreden lassen von der Silvia und dann hat sie mich mit rausgenommen und wir sind zusammen spazieren gegangen. Und als wir so im Schneckentempo durch den Wald liefen, sie mit ihrer dicken Kugel, also weil sie ja schwanger war und ich so neben ihr her getrottet bin und ich gezwungen war, einfach mal runter zu kommen, ja, entdeckte ich einfach die Natur neu und ich erkannte, wie schön das eigentlich bei uns hinterm Haus ist, wo der Wald ist, wie schön das da ist. Und dann erinnere ich mich wieder, ja, als Kind warst du ja auch draußen oder mit deinem Vater auf der Jagd draußen, da hast du ja auch nicht immer Action gehabt. Und das war so der Punkt, eigentlich durch die Kinder, durch meine Frau anfangs und dann später durch die Kinder, wo ich hier draußen wieder etwas runtergefahren bin und ja, diese Langeweile verschwunden ist oder dieser Gedanke, dass es hier draußen langweilig ist. Denn ja, je öfters man hier draußen ist und je mehr man sich auch ein bisschen mit der Natur beschäftigt, desto interessanter wird es. Ich habe dann zu der Zeit viele Bücher angefangen zu lesen, von Wolf-Dieter Storr bis Tom Brown, die ganzen Survival-Bücher wieder durchgeblättert und dann kam die ganze Lust wieder hoch, hier draußen was zu machen und dann kam auch der ganze Rest. Dann kam auch automatisch, wurde dann klar, was brauche ich hier draußen, was brauche ich hier draußen nicht. Ich habe einfach meine Schränke durchsucht, den Keller, meine alten Ausrüstungsgegenstände gefunden, altes Taschenmesser und ja, einfach so ein paar Sachen, wo ich noch zu Hause hatte. Aber anfangs brauchte ich erst mal nichts. Ich bin einfach viel rausgegangen, gewandert und habe mich auch mal hingesetzt und einfach die Natur wieder betrachtet, die Käfer, die Blumen, die Pflanzen, einfach mal ein Buch mitgenommen und das war schon das, wo es mich, ja man sagt so neudeutsch, angefixt hat. Das ist natürlich kein so ein schönes Wort, weil es mit Drogen zusammenhängt, aber ja, man sagt es ja einfach so. Also ich wurde regelrecht angefixt von der Natur hier draußen und das bedeutet einfach, dass ich ja einen Kontakt bekommen habe und dann hat es mich auch immer wieder nach draußen gezogen. So als wo ich dann zu Hause war, hat mir plötzlich was gefehlt und da musste ich immer wieder rausgehen und auch mich mit der Natur beschäftigen und dann bin ich auch langsam bei YouTube reingekommen wieder mit den Videos und habe dann immer mehr gesehen und dann ist alles wieder abgerufen worden, ist mir wieder alles eingefallen, was ich früher in meiner Jugend gemacht habe, dass ich ja da viel im Wald unterwegs war und ja, so sind die ersten Schritte gewesen zur Natur. So war eben mein Weg und ja, ich denke mal, vielleicht konnte ich euch da drauf so die Antwort geben, wenn ihr jetzt wirklich ganz, ganz neu seid und auch über YouTube eben wieder mit dem Thema Natur in Kontakt gekommen seid. Ihr braucht am Anfang nichts, nothing, nada. Einfach Schuhe anziehen, Jacke anziehen und dann ein schönes Waldstück suchen und dann mal ganz bewusst spazieren gehen, so auf die Art, ich will jetzt einfach mal die Natur kennenlernen und mal hier gucken, was da so kommt. Alles klar, Leute. Dann gucken wir mal, was so kommt. Ich wünsche euch viel Freude draußen in der Natur. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssle. Dann habe ich mir hier einen schönen Sitzplatz gebaut vor diesem Feuer. Das Feuer dient dazu, dass es mir Wärme spendet. Dieser Hitzereflektor hier an der Seite, den schauen wir uns gleich genauer an. Ich habe hier einfach Schnee, etwas Schnee angehäuft. Im Sommer, im Frühjahr kann man auch Holzstämme nehmen und sich dann hier so eine Art Sitz bauen. Hallo Leute, ich begrüße euch auch heute ganz herzlich hier wieder auf meinem Kanal zu einem neuen Video und in diesem Video geht es darum, dass ich euch zeigen möchte, wie ich meine Touren vorbereite. Aktuell steht eine Tour an. Ich werde morgen und übermorgen draußen unterwegs sein und ich bin sehr froh, dass es endlich wieder rausgeht. Und ich bin auch froh, dass das Wetter gewechselt hat, denn dieser ständige, starke Sonnenschein, ja, ich weiß, es gibt immer irgendwas zu meckern und wenn es übers Wetter ist, aber diesmal war es so, dass diese dauerhafte Sonnenhitze, das hat irgendwie gar keinen Spaß mehr draußen gemacht, weil es ist eh so warm draußen und man braucht eigentlich gar nichts von seiner Ausrüstung. Bei der Hitze, da reicht ein Apfel in der Hosentasche und ich könnte schon fast barfuß ab raus in den Wald gehen und ja, was Lockeres zum Anziehen und dann kann ich mich draußen bei diesem schönen Sonnenschein, bei dieser Wärme, hätte ich mich draußen einfach so aufhalten können. So, jetzt wird das Wetter wieder ein bisschen anspruchsvoller, die Temperaturen gehen runter, es wird nachts kälter, kühler kann man sagen, noch nicht kalt, aber das kommt auch schon bald und ein bisschen Feuchtigkeit, Nässe ist da, wir haben morgens schon Nebel, es kann auch mal zwischendurch regnen. Ja, das heißt, also für mich ist das einfach so ein Wetter, macht mir mehr Spaß draußen und deswegen freue ich mich auch riesig auf den Herbst, auf die Pilze, die jetzt kommen werden und genau, für die nächsten beiden Tage bin ich jetzt eben gerade am Vorbereiten, möchte euch herzlich einladen, hier dabei zu sein. Ich bin hier in meinem Büro zu Hause, habe hier meine ganze Ausrüstung und werde euch jetzt Stück für Stück zeigen, wie ich mich da vorbereite. Ja, folgende Fragen stelle ich mir, wenn ich rausgehe zu einer Tour mit Übernachtung. Und zwar erste Frage, wo geht es hin? Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe ja sehr viel Auswahl im Schwarzwald, wo ich hingehen könnte. Es gibt verschiedene Touren, wo ich mir zusammenstellen kann. Möchte ich mir eine Buschkrafttour machen, möchte ich mir alles natürlich halten, was ich an Ausrüstung mitnehme, das bedeutet zum Beispiel in Tarb, nehme ich mir eine Bauwollplane mit, wenn ich buschkraftig unterwegs bin oder wenn ich jetzt outdoor-mäßig, trekking-mäßig unterwegs bin, dann nehme ich natürlich eher was Leichtes mit, eine leichte Plane. Das sind nur so kleine Beispiele und diese kleinen Beispiele, die kann ich auf all meine Ausrüstungsgegenstände, wie soll man sagen, mir fällt das Wort nicht dafür ein, nehmen wir das Beispiel Messer. Wenn ich jetzt für Buschkraft unterwegs bin, für mein Hobby Buschkraft, dann nehme ich natürlich ein Messer mit, mit dem ich gut draußen werkeln kann. Das kann auch ruhig ein bisschen schwer sein, aus Leder mit Holzgriff eventuell. Wenn ich jetzt wieder auf einer Trekking-Tour unterwegs bin, nehme ich natürlich was Leichtes mit. Ein leichtes Messer würde auch schon ein Taschenmesser reichen. Und so mache ich mir eben meine Gedanken, was möchte ich draußen machen. Ja, das ist das Schöne an diesem Hobby draußen sein. Man kann sich das so zusammenstellen, wie man es am liebsten hat. Also, wo geht es hin? Ich muss mir jetzt überlegen, wo geht es hin? Was mache ich? Dann, wie ist das Wetter? Habe ich gesagt, das Wetter ist gemischt. Dementsprechend muss ich meine Kleidung anpassen. Muss ich einen Tarp mitnehmen? Wie gesagt, bei Sonnenschein brauche ich nicht mal ein Dach über den Kopf. Da kann ich mich einfach so in den Wald reinlegen. Jetzt sollte ich mich schon etwas schützen, Regenkleidung dabei haben oder eventuell ein Poncho. Dann, nächste Frage, wie lange bin ich unterwegs? Klar, das weiß ich natürlich schon vorher. Jetzt bei zwei Tagen ist mir klar, wenn ich zwei Tage unterwegs bin, muss ich mir auch was mitnehmen, wo ich drin kochen kann eventuell. Oder Wasserbehälter, wo ich ein bisschen mehr Wasser transportieren kann. eine Isomatte, einen Schlafsack mit dabei habe, weil ich ja dann draußen schlafe. Und dann ist natürlich die abschließende Frage, nachdem ich all diese Gedanken durchgegangen bin und meine Tour grob geplant habe, welche Ausrüstung nehme ich jetzt schlussendlich mit. Und welche Ausrüstung ich jetzt mitnehme für die Tour, zeige ich euch. Ja, anfangen tue ich heute mit meinen Klamotten. Und zwar mit meinen Schuhen. Die sind noch etwas eingestaubt. Ich habe mir noch keine Zeit genommen, die zu reinigen. Das werde ich aber jetzt machen. Dazu mache ich einfach hier meine Schnürsenkel heraus und nehme dann diese Bürste hier zur Hand und werde dann einfach den Schuh etwas entstauben. Man könnte auch den Schuh mit einem feuchten Lappen einfach abwischen und dann trocknen lassen und dann eben einwachsen. Ich habe hier passend zu meinem Meindelschuh dieses Meindelwachs. Und ich bin sehr zufrieden mit diesem Wachs. Früher habe ich oft Fett genommen für meine Wandelschuhe, habe die eingefettet und dann mit der Bürste richtig stark poliert. Das brauche ich bei diesem Wachs nicht mehr machen. Da brauche ich einfach nur den Schuh jetzt hier vorreinigen. Wie gesagt, ich bürste den jetzt einfach ab. Korrekter wäre es eigentlich mit dem Wasser, den jetzt schön abzuwischen, trocknen lassen und dann nochmal nachbürsten eventuell. Aber da ich jetzt morgen eh wieder draußen bin, wachse ich den einfach ein mit einem Stückchen Lappen hier. Ich mache das hier da drauf und dann wachse ich den Schuh ein. Ganz besonders hier an den Nähten, hier bei der Lasche hier vorne. Und dann ist gut. Ja, kurz ein paar Worte zum Schuh. Das ist also ein Meindel-Wanderschuh. Wanderschuhe gibt es sehr viele verschiedene Sorten. Ich werde oft gefragt, welche Schuhe ich empfehlen kann. Ich kann euch empfehlen, bei Wanderschuhen bleibt bei den großen Marken Meindel, Lova, Hanwag. Da gibt es noch einige andere Marken. Und ja, ich bin immer sehr zufrieden gewesen mit diesen Marken. Ich habe Meindel und Lova durchprobiert. Die sind einfach darauf spezialisiert. Und man sollte auch etwas Geld in seinen Wanderschuh investieren. Man bekommt keinen Wanderschuh unter 100 Euro. Man muss da schon 150, 180 oder über 200 Euro investieren. Aber dafür hat man diese Schuhe ja fast sein Leben lang. Und ich habe von vielen Teilnehmern meiner Trekking-Touren gehört, dass sie ihre Wanderschuhe neu besohlt haben. Und dann sind die Schuhe wieder wie neu. Wir haben eine neue Sohle dran. Und dann kann man den Schuh 20 Jahre oder mehr tragen. Ja, der Schuh hier, der ist also schon sehr groß. Wirkt auch sehr klobig, aber ist eigentlich sehr leicht. Ich dachte, ich wiege den mal kurz. Ja, ein Schuh wiegt 1,13 Kilo. Ja, ich weiß jetzt nicht im Vergleich zu anderen, ob das leicht oder schwer ist. Mir kommt der sehr leicht vor. Dafür, dass er sehr groß ist und auch so hoch. Und ich bin absolut zufrieden damit mit diesem Gore-Tex. Das ist also atmungsaktiv. Gerade zur kälteren Jahreszeit funktioniert dieses Gore-Tex in Verbindung mit funktionalen Socken extrem gut. Also ich schwitze stark an den Füßen. Aber meine Füße trocknen immer wieder schnell in diesem Schuh ab. Und der ist auch schön hoch. Ich mag solche hohen Schuhe, weil ich oft durch Bäche laufe, durch hohes, nasses Gras. Und der Schuh bietet mir hier einen recht hohen Schutz. Aber wie gesagt, man muss sich durch die Wanderschuhe durchprobieren. Hier hat er hier so einen Gummischutz. Der ist also bedingt steigeisenfähig und auch fürs Gebirge geeignet. Der ist nicht für jede Region was. Für manche Regionen wäre er vielleicht etwas zu stark ausgerüstet, zu stark berüstet. Manchmal reicht auch ein einfacher Trekking-Lederschuh, ein leichter Lederschuh. Aber generell rate ich auf jeden Fall immer, Schuhe zu nehmen, die über die Knöchel gehen. Gerade wenn ich mit einem schweren Rucksack unterwegs bin, kann ich doch mal leicht knicken. Und da bietet mir dieser Schutz hier um meinen Knöchel herum doch einen sehr guten Schutz. Okay, kommen wir weiter zu Hose, Jacke, Pullover etc. Klamottentechnisch bin ich gut aufgestellt und ich kann da ein bisschen variieren und überlegen zwischen Olivgrün oder Klamotten in Tarnfarben. Ich habe viele Sachen in Flecktarn. Ich habe auch hier ein Set in Multicam. Und ja, wie gesagt, hier oben Oliv. Und was ich jetzt auch neuerdings gern trage, ist so ein bisschen der Trapperstil. Einfach Jeanshosen und hier solche Karo-Hemden. Und ja, mit Jeans ist man draußen auch sehr gut unterwegs. Es ist halt Baumwolle. Wenn es etwas feucht ist und nass, dann trocknet natürlich sowas etwas schwerer. Aber so eine Jeanshose ist für Outdoor-Aktivitäten tipptopp. Also sie sind bequem. Ich fühle mich da drin wohl. Und die sind sehr robust. Und ja, man fühlt sich da drin so ein bisschen wie so ein Cowboy, was mir sehr gut gefällt. Ja, von den Jacken her. Ich brauchte jetzt den ganzen Sommer eben keine Jacke. Ich habe aber hier, fangen wir mal bei meiner Lieblingsjackenart an, sage ich mal. Das ist jetzt nicht direkt meine Lieblingsjacke, aber diese Art der Jacken. Das sind also diese Smog-Jacken. Ich mag diese Jacken sehr gern, weil die sind erstens mal günstig zu haben. In jeglicher Qualitätsform, man bekommt diese Jacken schon für 40 Euro oder bis über 100 Euro. Man muss halt ein bisschen schauen, was möchte ich haben. Der Vorteil einfach, die haben viele Taschen. Hier Brusttaschen, hier unten Taschen, hinten im Rückenbereich Taschen. Ja, nennt sich Smog und ist für den Outdoor-Bereich natürlich tipptopp. Dann habe ich für den Nässe, Nässe-Schutz. Ein sehr guter Nässe-Schutz, der ist auch von der Bundeswehr. Absolut atmungsaktiv, wasserdicht, allerdings natürlich auch wieder Flecktarn. Und mit den militärischen Klamotten ist es halt immer so eine Sache. Man muss halt schauen, wo bin ich unterwegs. Ich würde jetzt so nicht mehr durch die Stadt laufen mit Flecktarn-Klamotten oder vollständig. Ich denke mal, so eine Jacke, wenn man es ein bisschen kombiniert, was ich auch gern mache, einfach so eine Jeanshose und hier so eine Flecktarn-Jacke, da spricht nichts dagegen. Oder ich greife eben vollständig auf Olivene-Klamotten zurück. Die Hose ist frisch gewaschen, muss ich noch bügeln. Das ist meine absolute Empfehlung. Dazu gibt es aber auch ein Video auf meinem Kanal. Das ist diese Bundeswehr Moleskine-Hose. Die gibt es auch sehr günstig und die hat diese Seitentaschen. Ist sehr robust und dünn, liegt gut auf der Haut, trocknet schnell ab. Hier nochmal so eine schöne Jacke, die ist auch oliv, hat viele Taschen. Ich denke mal, im Outdoor-Bereich braucht man einfach Klamotten mit vielen Taschen. Ich habe auch diese vier Reffen-Hosen und auch eine Jacke einmal gehabt. Die ist mittlerweile schon so abgetragen, dass ich die gar nicht mehr habe. Die hat lang gehalten, aber irgendwann ist es halt mal gut. Was ich sagen wollte, viele Taschen sind mir einfach sehr wichtig. Hier diese Jacke zum Beispiel, die hat Innentaschen. Die hat innen eine Handytasche, eine Brusttasche, außen wieder Taschen. Einen hohen Kragen, was ich auch ganz toll finde. Ich gucke immer wegen meinem Mikrofon, nicht, dass es so raschelt. Ein hoher Kragen an der Jacke ist super. Da kann man hier schön zumachen und dann ist man gut geschützt. Da noch ein Käppi auf und damit kann ich auch einen leichten Regen überstehen. Also meine grundsätzliche Empfehlung bei Outdoor-Klamotten, die Sachen sollten bequem sein. Als allererstes natürlich nicht zu grelle Farben, aber das ist reine Geschmackssache. Ich meine, viele Outdoor-Klamotten haben auch grelle, bunte Farben. Warum nicht? Das muss ja jeder selber wissen. Ihr wisst bei mir, ich bin gerne etwas getarnter unterwegs. Also greife ich auf Olive oder vielleicht auch mal auf Flecktarn zurück. Und ja, wie gesagt, die vielen Taschen sind wichtig. dass man Regensachen hat. Man kann einen Poncho nehmen oder eben einen kompletten Regenanzug. Poncho ist immer so eine Sache, Leute. Wenn ihr einen Poncho habt, ist es super. Ihr seid obenrum geschützt. Auch ein Rucksack ist geschützt, aber euch läuft die ganze Soße runter. Letztens hat mir den Fall, ich habe einen Poncho angehabt. Es hat stark geregnet. Ich war obenrum trocken, aber unten meine Hose, meine Schuhe war ruckzuck nass, weil der Poncho, der ist ja so dicht. Das Wasser perlt einfach ab und tropft alles unten auf die Schuhe. Das heißt, wenn man einen Poncho hat und es regnet stark, ist es sinnvoll, eine Regenhose anzuziehen gleichzeitig oder wenigstens noch Gamaschen. Das habe ich auch noch da. Gamaschen, wenn das Wetter etwas schlechter ist. Gamaschen, das schützt das Hosenbein unten und auch die Schuhe etwas. Ansonsten würde ich empfehlen, wenn einer nach Regenkleidung fragt, würde ich eher empfehlen, einen kompletten Regenanzug, also Regenhose und Regenjacke. Denn diese Kombination ermöglicht einem doch auch rauszugehen bei stärkerem Wetter. Also wenn das Wetter wirklich ungemütlich ist, Dauerregen, dann braucht man so einen Regenanzug. Dann bringt der Poncho auch nicht mehr viel, weil man auch unter dem Poncho schwitzt. Also das ist dann schon ein kompletter Regenanzug mit Hose und Jacke, wie ich ihn habe. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja, ich hole mal die Kamera ein bisschen näher an, dann gucken wir mal gucken, was hier noch so drin ist. Ja, also hier oben Jacken, T-Shirts in allen Farben. Dann hier noch ein Kälteschutz, der ist sehr gut. Das ist auch ein Bundeswerk Kälteschutz. Hier hat er einen hohen Kragen, ist einfach hier so eine Jacke mit Polyester gefüllt als Unterziehjacke und da drüber einen Smog oder eine andere Outdoor-Jacke angezogen. Dann hält es richtig schön warm. So, hier sind meine Schubladen. Hier habe ich, ganz wichtig, bei den Klamotten packe ich auch immer einen bei Natur, Lederhandschuhe, wenn ich schnitze oder mit dem Beil arbeite. So ein bisschen zurück. Hier Taschen habe ich hier, hat es mit Klamotten nichts zu tun. Das ist mein Wäschebeutel. In diesem Baumwollwäschebeutel verpacke ich meine Sachen im Rucksack. Gut sind auch diese wasserdichten, wasserdicht verschließbaren Beutel. Ganz wichtig, ein Käppi, gerade jetzt bei der Sonne oder auch bei Regen schützt das Käppi gut und man braucht nicht gleich eine Kapuze oder eine Regenmütze anziehen. Ja, hier habe ich noch diverse Tücher. Das ist auch immer sehr sinnvoll. Hier so ein Schemack oder Haltstücher, Bundeswehr-Haltstücher. Das habe ich da hinten. Hier habe ich noch so eine ganz dünne Windjagd. Das ist auch sehr sinnvoll. Wenn ihr unterwegs seid, leicht schwitzt, macht eine Pause, einfach so eine hauchdünne Windbreaker, so einen Windstopper anziehen kurz und dann könnt ihr euch nicht unterkühlen. Weil es geht sehr schnell. Wenn ich schwitze, Rucksack abziehe und dann bläst da der Wind drauf, kann ich mir einen Zug abholen, gerade am Rücken. Also so einen Windbreaker habe ich auch ab und zu mal dabei, wenn es windig ist. Ja, hier noch diverse Tücher, Handschuhe. Ja, das wäre es eigentlich soweit von den Klamotten. Jetzt geht es weiter. Wo packe ich meine Ausrüstungsgegenstände ein? In welchen Rucksack? Da habe ich auch verschiedene zur Auswahl. Ich habe einen großen Rucksack, einen sehr großen Rucksack, diesen Berghaus Atlas Cyclops. Und ich habe kleinere Rucksäcke, Tagesrucksäcke oder Zweitagesrucksäcke. Das hier ist so ein, man kann sagen, taktischer Rucksack mit vielen Taschen und Molle-System. Und was auch sehr schön ist, ist dieser Berghaus Munro. Ja, Rucksäcke gibt es auch unzählige. Und ja, die Geschmäcker sind wirklich sehr verschieden. Also manche Leute haben gern diese Tasmanien-Tiger. Die organisieren sich gern, weil diese Tasmanien-Tiger-Rucksäcke, die haben so ein Modul-System. Man kann sich eine kleine Tasche an ein Molle-System dran machen. Größere Taschen. Man kann sich einfach mit diesen taktischen Rucksäcken, so in der Art hier, gut organisieren. Man kann hier in die vordere Tasche nur, was weiß ich, seine Schnitzwerkzeuge reinmachen. Hier in die zweite Tasche seine Kochsachen. Hier in die Rückentasche seine Schlafsachen zum Beispiel. Also ihr seht, man kann sich da ganz gut organisieren. Ich bin eher der Freund von, ja, mir reicht ein großer Sack, ein großer Rucksack, hier zwei Seitentaschen, ein Deckelfach und dann stopfe ich da alles rein. Es ist vielleicht alles etwas unordentlich, in Anführungszeichen. Ich verpacke doch immer meine einzelnen Ausrüstungseinheiten, Kochgeschirr in einen Sack rein oder Klamotten auch wieder in einen Sack rein und stopfe dann alles aber in meinen Rucksack drin. So bin ich doch einigermaßen gut organisiert. Bei den Tasmanien-Tiger-Sachen oder bei diesen taktischen Sachen, klar, man hat viele Taschen, aber es ist auch immer wieder, man muss beim Einpacken natürlich schon sehr darauf achten und gut überlegen, gerade wenn der Rucksack straff und vollgepackt ist, dann muss ich auch immer beim Einpacken aufpassen, dass ich den wieder genauso einpacke, weil sonst passt das alles nicht mehr so zusammen. Also man, ich sage es mal auf gut Deutsch, man kann mit so einem großen Rucksack natürlich Zeit sparen beim Einpacken. Gut, dafür hat man hinterher vielleicht ein bisschen mehr Sucherei. Und der Vorteil noch bei den taktischen Rucksäcken, man kann einzig eine Module zu Hause lassen. Das heißt, wenn ich jetzt für eine Mehrtagestour unterwegs bin, dann staffiere ich meinen Rucksack komplett aus mit allen Außentaschen. Wenn ich nur eine Tagestour mache, dann ist er halt nicht komplett vollgepackt. Okay, Rucksacküberzug ist auch noch ganz wichtig. So ein Nässe-Schutz für den Rucksack, wenn es regnet, Staubschutz, Nässe-Schutz, ziehe ich immer über meinen Rucksack drüber, ist sehr wichtig. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Kleinzeug, zu den Messern. Hier sind also meine verschiedenen Messer. Und wie gesagt, je nach Tour, je nachdem packe ich meinen Rucksack. Was ich auf jeden Fall immer dabei habe und was ich jedem empfehlen würde, ist ein Schweizer Taschenmesser. Das ist meiner Meinung nach das beste Messer, das Grundmesser, was man auf jeden Fall haben sollte, weil hier ist Pinzette drin, Zahnstocher, kleine Klinge, große Klinge, auch eine Schere, je nachdem, welche Ausführung das von dem Schweizer Taschenmesser ist. Da gibt es ja so viele verschiedene. Hier habe ich eine etwas größere Ausführung und da ist dann auch eine Säge dran. Bei diesem Schweizer habe ich immer eins in der Hosentasche. Ja, und dann wähle ich als nächstes aus. Belasse ich es bei dem Taschenmesser? Wenn ich nur eine leichte Trekking-Tour machen will, dann reicht mir einfach ein Taschenmesser. Wenn ich draußen etwas werkeln will, wie gesagt, wenn ich buschkraftig unterwegs sein möchte, nehmen wir einfach mal dieses neumodische Wort her. Dann nehme ich gerne vielleicht solche ursprünglichen Messer hier. Wie gesagt, das kennt ihr ja, mein Lieblingsmesser, mein Puma-Messer oder mein Bowie-Messer, ist auch ganz nett. Und hier dieses Lappeländer, das ist auch ein sehr schönes Messer, was ich gerne verwende, gerade im Winter. Sehr, sehr schön und auch schön anzuschauen, schön damit zu arbeiten. Das macht richtig Spaß. Wenn ich auf einer Trekking-Tour unterwegs bin und möchte dennoch ein größeres Messer zum Batonen, für leichte Batonarbeiten, also zum Holzhacken etc. dabei haben, nehme ich auch mal hier so ein leichtes Mora. Die sind wirklich sehr, sehr leicht, doch einigermaßen robust und ist auch eine gute Option. Lässt sich leicht reinigen. Ja, sollte man auch immer haben. Kostet nicht die Welt. Und ja, so ein Mora ist immer ganz tauglich, sage ich mal. Ja, weiterhin von den Werkzeugen. Eine Klappsäge habe ich auch nur dabei, wenn ich im Wald etwas werkle, wenn ich Feuer mache zum Beispiel. Bei einer Trekking-Tour brauche ich kein Feuerzeug. Apropos Feuer, hier ist meine Feuerabteilung, hier sind meine Streichhölzer, hier ist so ein wasserdicht verpacktes Expeditionsfeuerzeug. Damit kann ich immer rucki zucki meinen Spiritus-Kocher anzünden. Da reicht einmal hier, den anzuzünden. Der ist jetzt gerade leer. Da muss ich hier hinten das ein bisschen einstellen. Das schaffe ich jetzt mit einer Hand nicht. Einmal so hier geklickt und dann brennt mein Spiritus-Kocher. Streichhölzer sind einfach so mein Backup. Hier meine Firesteels. Damit geht das auch ganz gut. Hier ein ganz kleiner, hier ein etwas größerer. Hier ist die Taschenlampenabteilung. Alles von TrueNight Taschenlampen in jeglichen Größen. So eine kleine, die habe ich immer in der Hosentasche drin. Ich habe immer zwei Taschenlampen dabei. Dann diese hier, die ist sehr gut, weil die so einen Diffusor hier hat. Und ihr seht, da kann man richtig schön Licht damit machen und kann da sein Lager ausleuchten damit, was sehr vorteilhaft ist. Und dann hier noch so eine große TrueNight im Winter, nehme ich die hierher, wenn es früh dunkel wird. Hier hinten noch so eine Laternen-Taschenlampe, die ist auch ganz lustig. Aber am besten sind die TrueNight, muss ich sagen. Die haben echt eine gute Qualität. Und damit kann ich mir schön leuchten. Hier meine Kompanten. Habe ich selten dabei. Ich bin selten mit dem Kompass unterwegs. Brauche ich eher weniger. Hier so ein Thermometer-Kompass dran. Ja. Hier die Abteilung. Ganz wichtig hier, Erste-Hilfe-Abteilung. Immer meine kleinen Erste-Hilfe-Päckchen. Hier so eine Warnweste, damit man mich immer sieht. Hier ist Nähzeug drin. Eine Lupe. Hier sind meine kleinen Survival-Kits. Hier so ein kleines Survival-Set. Survival-Dose. Survival-Gürtel. Hier mein Fernglas. Aber das nehme ich jetzt bei solchen Touren eher weniger mit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Essen. Welche Kochgeschüre ich mitnehme? Hier ist noch so ein alter Rest von meinem Drecking-Essen. Da ich ein bisschen weniger Fleisch esse, zur Zeit liegt das hier alles noch rum, weil hier ist Hühnchensuppe, hier ist Linsensuppe, Erbtersuppe, ist überall Speck drin. Ich muss versuchen, das ohne Fleisch hinzubekommen. Wollen wir mal schauen. Hier ist noch leckerer Pfefferminztee. Nüsse sind auch immer gut. Und hier ist noch alles voll mit Erste-Hilfe-Material, was man natürlich auch immer braucht. So, hier ist meine kleine Spüle. Ich habe unterwegs, habe hier gerade noch mal alles abgespült. Lager das hier und kann mir dann hier aussuchen, was ich so brauche. Meistens hier eine Wasserfeldflasche. Habe ich auf jeden Fall immer dabei. Diese Stanley-Koch-Sets hier, das Mountain-Koch-Set. Das ist sehr praktisch. Hat genau die richtige Größe für mich. Das nehme ich sehr gerne her. Hier ist noch so ein Pfennle. Das habe ich auch immer dabei, wenn ich was brate. Einen Nierenbecher habe ich auch noch. Also Kochgeschirr, ja, ich denke mal, hat jeder seinen eigenen Geschmack, welche Größe er braucht. Kochgeschirr gibt es ja auch in sämtlichen Varianten. Stanley kann ich gut empfehlen. Das ist eine Top-Qualität. Kann ich hier meine Nudelportionen, Suppen, alles schön kochen. Und da ist auch noch hier so ein Becher dabei. Also das ist so, von der Größe her, genau das Richtige für mich. Und weil ich gerne ein bisschen mehr brutzle, ist noch hier mein Pfennle. Ja, so eine Tasse ist auch ganz gut. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich zum Kochen brauche. Da kommen wir noch kurz zum Kocher. Kocher habe ich hier vorne, wie ihr sehen könnt, den Trangia-Kocher. Hier ist noch weiteres Kochgeschirr drin. Hier mal ein größerer Topf, wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Da hinten sind noch Espit-Kocher, die sind auch ganz geschickt. Aber wie gesagt, ich bevorzuge am liebsten hier diesen Trangia-Kocher mit Spiritus. Hier ist mein Spiritus, kann ich einfach nachfüllen und dann kochen. Hier ist auch noch ein Gaskocher. Aber ja, wie gesagt, also am liebsten Spiritus im Winter. Auch gerne mal ein Hobo-Kocher mit Holz. Ist das auch ganz nett. Okay, dann haben wir das Kochen abgeschlossen. Wenn wir schon hier sind, gehen wir gleich weiter zu den Tarps. Ein Dach über den Kopf brauchen wir auch. Hier ist mein Zelt. Hier ist ein großes Tarps. Hier sind meine kleinen Tarps. Da hat auch jeder seinen Geschmack. Hier oben ist noch ein British Army Shelter Sheet, so ein Bascha. Ist immer noch mein absoluter Favorit. Diese Baschas, die sind einfach top. Hier polnisches Zelt. Polnische Zeltbahn. Die ist auch sehr gut. Da kann man sich so ein kleines Tippchen machen. Ja, hier, norwegische Wolldecke. Auch sehr schön zum Zudecken. Aber wie gesagt, das sind so mehr die Sachen im Buschkraftbereich. Die sind halt etwas schwerer. Hier so eine Wolldecke, die wiegt natürlich was, wenn ich die mitnehme. Hier so eine Baumwollplane, die wiegt was, wenn ich sie mitnehme. Aber ist natürlich robust. Am Lagerfeuer absolut top geeignet. Und ja, wichtig auch hier ist eine Unterlegsplane. Brauche ich auch. Auf diese Unterlegsplane kommt dann hier eine von den Isomatten drauf. Ich habe hier verschiedene Isomatten. Die BW-Isomatte oder eine Ex-Pad-Syn-Matte. Ist natürlich sehr bequem, aber auch etwas schwerer. Und dann variiere ich immer zwischen den beiden Matten. Meistens nämlich die Ex-Pad-Syn-Matte, weil die doch sehr bequem ist. Ja, die ist jetzt recht dick. Das ist eigentlich eine Winter-Isomatte, aber ich habe jetzt einfach nur die Winter. Ich nehme die ganzjährig her. Das geht auch. Ich schwitze da nicht im Sommer. Ich kann da auf jeden Fall weich drauf liegen. Und im Sommer, wenn es zu heiß ist, decke ich mich nicht zu. Und jetzt bei den Temperaturen ist es ideal. Also ein ganz leichter Schlafsack. Diese bequeme Ex-Pad. Man wird ja auch nicht jünger. Und da stehe ich einfach morgens auf und bin fit. Die BW-Isomatten, die sind super. Die nehme ich oft als Unterlegsplane. Aber, oder zum drauf sitzen, zum Knien. Aber zum drauf schlafen, sollte man doch sich immer so ein kleines Trapperbettchen bauen oder das unten weich polstern. Dann schläft man auch auf diesen BW-Matten gut. Jetzt auf Steinboden oder der Wiese ist es doch für mich als Seitenschläfer etwas hart auf diesen BW-Isomatten. Ja, hier seht ihr noch Werkzeug. Mein Beil. Hier die Bundeswehr, eine Bundeswehr Klappspaten. Aber das habe ich seltenst dabei. Das Beil, wenn ich Feuer mache, habe ich es dabei. Klappspaten habe ich fast nie dabei. Hier meine Schlafsackabteilung. Zwei Carinzia-Schlafsäcke. Einmal Tropen. Einmal den Carinzia 4, glaube ich. Der ist für Winter geeignet. Oder kombiniert. Tropen. Und dieser Carinzia-Schlafsack, das ist dann wirklich für Minustemperaturen. Also da kann mir hier im Winter im Schwarzwald nichts mehr passieren. Ich bin mit Schlafsäcken sehr gut ausgerüstet. Diese Carinzia-Schlafsäcke kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die sind ganz, ganz toll. Und jetzt bei den Temperaturen reicht mir dieser Tropen-Schlafsack kombiniert mit einem leichten Biwaksack. Und dann liege ich da drin sehr gut in diesem dünnen Schlafsack. Hier ist noch ein Alexica-Schlafsack. Der ist auch sehr dick. Ist auch eher für Herbst und Winter. Ja, hier ist mein Biwaksack. Der ist auch von Carinzia. Den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Hier ist noch ein Mammutschlafsack. Ajungi-Lack. Den habe ich einmal leider blöderweise am Feuer versenkt, weil ich ihn trocknen wollte an der Glut. Die Glut war so heiß. Mein Schlafsack war sofort versenkt. Ja, das ist halt der Nachteil an diesen Plastik-Sachen und das unterschätzt man manchmal. Ich war vom Feuer schon ein Stückchen weit entfernt, habe versucht, meinen Schlafsack zu trocknen. Bam, unten. Sofort weich geschmolzen wie so ein Marshmallow. Daraus habe ich gelernt. Also, ich trockne so Synthetik-Sachen und sowas gar nicht mehr am Feuer. Da reicht schon ein kleines Fünkchen und so, dann ist das hinüber. Man muss da schon sehr, sehr vorsichtig sein. Okay, der Vorteil an den Synthetik-Sachen, die trocknen natürlich auch wieder sehr schnell ab. Aber, ja, mit einer Wolldecke, wenn ich die am Feuer trocknen würde zum Beispiel, würde gar nichts passieren. Wie ihr sehen könnt, bin ich also gut ausgerüstet. Wichtig ist natürlich auch, dass man weiß, wie man das Ganze anwendet und dass man auch draußen zurechtkommt. Möglichst natürlich mit wenig Ausrüstung, dass man sich auch weiß, zu helfen, wenn ich jetzt mal kein Tarp dabei habe, wie man sich dann ein Dach über den Kopf baut oder wenn ich mal meine Isomatte vergessen habe, wie ich mit einem kleinen Schlaflager baue. Und ich muss sagen, die größten Lernerfahrungen habe ich immer dann gemacht, wenn ich meinen Rucksack gepackt habe, ein bisschen im Stress war und habe zu Hause was vergessen, bin dann draußen bei der Tour und merke plötzlich, oh je, ich habe meinen Kochtopf vergessen, oh je, Isomatte vergessen, einmal hatte ich meine Jacke vergessen und es war richtig zugig, windig, regnerisch und ich musste da improvisieren mit einer Decke. Aber es ging und es war ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Ja, das sind einfach so, das sind die besten Lernerfahrungen. Dann weiß man sich auch in einer wirklichen Notsituation in Anführungszeichen zu helfen. Okay, ich mache jetzt weiter mit dem Rucksack packen. Ich habe also jetzt die wichtigsten Dinge beisammen. Wenn euch noch was einfällt, wenn ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion, stellt mir Fragen und dann werde ich euch die beantworten. Mein technisches Equipment könnte ich euch auch noch kurz zeigen, welche Kameras ich mitnehme bei so einer Tour beziehungsweise ich sage es euch ganz schnell, hier meine zum Bildermachen habe ich meine Nikon D5100 dabei. Ich habe mittlerweile gelernt, wenn ich eine Tour mache, unterwegs bin, dann mache ich auch gerne Bilder. Man hat immer was davon mit so einer Spielreflex. Man kann sehr schöne Bilder machen und freut sich zu Hause dann doch, wenn man die Bilder hat und man seinen Blog damit gestalten kann. Gerade für mich als Social Media Mensch, der viel im Internet unterwegs ist, kann man einen Blog damit gestalten mit den Bildern oder auch mal die Bilder im Video einblenden oder als Thumbnail, also als Videobild verwenden. Gerade wenn ihr Videos dreht und am Anfang ein schönes Bild haben möchtet bei euch auf dem Video, was ihr neu hochladet, dann ist eine Kamera auf jeden Fall immer gut dabei zu haben. Smartphones tun es auch, die machen mittlerweile schon sehr gute Bilder. Ja, meine Kamera, mit der ich filme, ist eine Canon Legria-Kamera. Ja, all meine Sachen habe ich bereits in Videos bestimmt vorgestellt. Schaut mal auf meinem Kanal Outdoor-Ausrüstung vorbei. Das ist ein Ausrüstungskanal, wo ich sämtliche Ausrüstung vorstelle. und dann gibt es noch meinen Wildpflanzen-TV-Kanal. Da geht es eigentlich nur um Natur, um Wildpflanzenwissen. Ich habe den ein bisschen vernachlässigt. Da sind nicht so viele Videos drauf, aber Stück für Stück geht es auch da auf jeden Fall immer weiter. Ja, Leute, ich freue mich riesig auf die Tour morgen. Wieder mal unterwegs zu sein, rauszugehen, Kraft zu tanken und mal so einen leichten Herbstgeschmack schon zu bekommen. Die Kamera ist auf jeden Fall dabei und ich werde für euch ein schönes Video drehen. Ich werde mir Mühe geben. Ich weiß noch nicht genau, was ich da drehe, um welches Thema es geht. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall. Pack jetzt weiter und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Okay, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns. Tschüssle. Das Schalter steht und ich werde es euch gleich zeigen. Kamera abnehmen, einen kleinen Rundgang machen. Während ich den Rundgang mache. Ja, Jörg, wie war deine Nacht? Super, angenehm. Kalt, aber angenehm. Okay. Mit dem richtigen Schlafsack geht das schon. Okay, dann schauen wir uns dir mal kurz an, was du dabei hattest. Okay. Das ist eine normale Thermorestunterlage. Alles klar. Fläst sich selbst auf. Ja. Ein ganz normaler, stinknormaler Daunenschlafsack, keine Ahnung. Der ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Funktioniert trotzdem. Ja. Und um den vor die Feuchtigkeit zu schützen, habe ich den in den Biwaksack reingesteckt. Gut. Das ist eine warme Unterwäsche, Merino-Wolle, dann passt das. Alles klar. Dann kann man da auch bei 0 Grad oder ein bisschen minus ganz gut schlafen. Okay. Danke dir. Kein Thema. Ja, guten Morgen, Julian. Morgen, Benjamin. Wie hast du geschlafen heute Nacht? Ich habe ganz gut geschlafen. Es war zwischendurch ein bisschen kühl, aber ich habe es ja überstanden. Aber eigentlich war es recht angenehm. Ja. Du hattest einen sehr dünnen Schlafsack und ich habe gedacht, ja, macht es irgendwas aus oder nicht? Aber du hast gesagt, du hast einen Survival-Kurs schon mal gemacht und dich stört das nicht so? Nee, mir ist das relativ egal. Wenn es mal ein bisschen kalt ist, wenn es natürlich wirklich extrem kalt ist, dann ist natürlich auch kein Spaß. Aber so war es okay. Ich hatte ja noch ein Inlet. Dann schauen wir uns das gerade mal an. Ich muss sagen, das bringt 5 Grad ungefähr, gefühlte 5 Grad wärmer und es ist auch angenehm, wenn man in den Schlafsack reinschlupft. Ja, dann habe ich hier einen relativ günstigen Schlafsack. Es ist eher ein Sommerschlafsack. Ich kriege halb. Pieckleiter. 800 Gramm. 800 Gramm. Gut. Und dein Tarb ist ein Ripstop-Poncho? Genau, ist ein ganz einfaches Poncho. Aha, super. Das ist von der Größe her für mich ausreichend und es ist sehr flexibel. Gut. Dann habe ich noch so eine Alumatte ein bisschen zum Schutz für die und auch als zusätzliche Isolierung. Gut. Und dann noch eine dicke Plane. Meinen Rucksack nehme ich immer ans Kopfende und dann wegen Bind oder auch um den Kopf draufzulegen und wichtig für mich ist es am Hals geschützt zu sein und dann nehme ich meistens das Schemek und tue es mir um den Hals und dann geht das. Gut. Vielen Dank. Bitte schön. Morgen, Christian. Morgen, Ben. Hier hast du geschlafen. Super. Also diese Nacht war ja ein bisschen wärmer als gestern. Ja. Hatte ich so den Eindruck letzte Nacht habe ich so ein bisschen gefroren. War so an der Grenze und dann habe ich mir noch einen Windfang aufgehangen und damit war diese Nacht überhaupt kein Problem. Also ich habe super geschlafen beide Nächte. Super. Also wie gesagt ich hatte hier hatte ich ein Poncho hängen so als Clean-To an dem Asta hier runtergespannt. Der als Crown Sheet Ja. Dann habe ich hier die Selbstaufblasene von Kai Kiala Also anfangs war ich sehr skeptisch weil die so dünn ist aber trotzdem also schläft man gut drauf. Okay. Dann hier so ein einfaches Vivi das ist so ein Miltec vielleicht? Das ist Miltec Ja, genau. Einfach um die Bodenfeuchtigkeit vom Schlafsack wegzuhalten Ja. Dann da drin habe ich hier so eine Feldbettauflage die teste ich im Moment da gibt es auch dem nächsten Review zu Kommt das dann als Art Matratze? Richtig dafür ist die ursprünglich gedacht Kannst du gerade mal die Marke jetzt gleich zeigen Das ist Firma Mival Ah ja Das ist eine deutsche Firma die Okay ist schön gefüllt mit Watte Ja das ist Hohlfaser aber Kunststoff Das ist der Carinthia Defense Ah ja Ah ja sage ich weil ich glaube der ist recht gut oder? Der ist also super Der kostet zwar was aber ich bin überzeugt davon dass ich in meinem Leben keinen anderen Schlafsack mehr kaufen muss Also ich habe früher immer billig billig gehabt weil ich auch immer aufs Geld gucke und denke na das funktioniert doch auch und keine Ahnung und irgendwann habe ich gesagt ne da gehen die Sachen kaputt noch dreimal nutzen hast du da ein Riss und hier und hier merkst du schon das ist das ist schon mal ein ganz anderer Inliner also diese diese billig Schlafsäcke da klebst du drin und keine Ahnung das ist irgendwie anders also ein ganz anderes Liegegefühl und ich sehe gerade dein Kopfkissen ist das auch ein spezielles das ist bei uns in der Ecke da gibt es so einen Outdoor Shop von Carimore haben die viele Artikel kommt dann in den Sack rein dann kann man es gleich in seine Ausrüstung verstaunen wieder so zusammenrollen und kommt dann da rein Klasse ok dann sage ich vielen Dank ja kein Problem bitteschön ja Thomas die war deine Nacht meine war sehr angenehm also trotz dass es außen frostig war was doch kuschelig war ok ich hatte allerdings auch getrickst ich habe eine Zeltheizung getestet wollen wir uns die mal anschauen ok dann Isolation darunter habe ich eine kleine dann den Zeltboden dann unten drunter eine feste Matratze falls die obere mal kaputt geht das ist mir nämlich schon passiert ja dann habe ich hier eine wie heißen sie dicke Thermarest genau eine Decke dazwischen und dann als Besonderheit habe ich mir einen riesen Schlafsack von Scandica ganz neu gekauft der ist sehr groß und sehr breit 2,20 m x 1,10 m wow und dadurch kannst du innen drin Schichten machen wie bei Kleidung und da habe ich einfach innen drin dann noch einen zweiten Schlafsack einen alten von mir das ist jetzt Lestra Mountain irgendwas und dann als Kopfkissen benutze ich immer zusammengefaltete Decken weil man die dann auch notfalls nochmal zum zudecken benutzen klasse das ist ja dann multifunktional und bequem erstmal und mehrere Schichten genau und dann schöne Trützerei die gibt es ja gar nicht es gibt es ja gar nicht es sind mehrere die ich zum Zelttesten mitgenommen und zwar ist das hier die ist von die Blue Cat von Camping Gas die ist schön weil die kann man so aufstellen dann berührt sie auch nichts ja und genau die Kartuschen die drin sind die kenne ich die habe ich auch für meinen ganz normalen Gaskocher genau habe ich mir dann extra auch so einen Brenner noch zum kochen auch noch gekauft dass ich beides immer dabei habe und man kann die auch abnehmen hat ein Ventil das heißt man muss nicht mit der Kartusche das transportieren genau sondern man kann sie abnehmen super das ist sehr praktisch was schön ist ist auch dass die Kartusche für mindestens sieben Stunden volle Power reicht das heißt man kann eine ganze Nacht auch bei Minusgraden wie heute Nacht volle Kanne durchheizen ja was nicht so schön ist die Leistung hat etwas nachgelassen ich habe es jetzt schon ein paar Mal getestet ja und dieser Anzünder der funktioniert auch nicht da habe ich mir aber einfach hier Tricks gemacht ein Feuerzeug mit einer Schnur hingebunden genial dann kann man es nie verlieren das ist die die ich getestet habe heute Nacht werde ich wahrscheinlich die hier testen der Preis ist so 60, 70 Euro bei der PiloCAD und heute Nacht werde ich die testen die ist deutlich günstiger die kriegt man zwischen 20 und 30 Euro die funktioniert sehr gut hat aber einen riesengroßen Nachteil die hat solche sehr günstigen allerdings Gaskartuschen ja diese langen die habe ich gesehen einmal zum Beispiel bei Ebay da kann man sich 20 oder 25 Stück bestellen für einen Apfel und ein Ei oder? kostet nicht mehr als einen Euro pro Stück ja also kann man ganz günstig kriegen wirklich günstig die hier kostet im Vergleich sechs, sieben, acht Euro so was mindestens aber was ist der Nachteil? irgendwas willst du da sagen? der Nachteil ist der die hält volle Pulle nur drei Stunden oh ok ist also für die ganze Nacht etwas sinnlos aber ich habe es noch nicht getestet das ist noch wie man sieht ganz neu man muss sehen vielleicht wenn man langt ja die mittlere Stufe auch und dann langt es vielleicht doch die ganze Nacht gut weil das wäre natürlich gut wenn es die ganze Nacht reicht weil nicht super ok wir werden weitersehen danke ich dir dann möchte ich dir noch eine gute zweite Nacht heute Abend danke schön danke es wird super das Urgestein mein meistverwendeter Schlafsack der Original Schlafsack der Bundeswehr sehr gute Verarbeitung die geht als Beschluss sehr gut aus dem Verarbeitung Wo bekommt man günstige gebrauchte Outdoor Ausrüstung? Hallo Leute ich grüße euch beim Wanderfalken ich bin der Benjamin und möchte euch in diesem Video ja vielleicht so einen kleinen Geheimtipp geben ich möchte euch einfach was zurückgeben weil ich mich so freue dass mein Kanal Wanderfalke ja so gut bei euch ankommt hier auf dem Kanal habt ihr bestimmt der ein oder andere gemerkt lade ich solche ja kurzen aber knackigen inhaltsvollen Videos mit Infos zu Trekking Outdoor hoch ja und ich möchte heute einfach euch verraten wo ihr diese ganzen günstigen Armee Outdoor Ausrüstungsgegenstände her bekommt ich muss vorweg sagen der Tipp also mit diesem Tipp könnt ihr euch günstig diese Ausrüstung kaufen allerdings sei gesagt dass es sich hierbei um gebrauchte Armee Ausrüstungsgegenstände handelt das heißt die sind meistens in Tarnfarbe es gibt es ja auch in Oliv aber meistens eben sind die Sachen mit Tarnfarben da muss man eben ein bisschen abwägen aber für Anfänger die oder Leute die wo das nicht stört wo sich nicht daran stören sondern wo damit hier draußen rumlaufen können ist das ja bestimmt ein richtig guter Tipp wo ihr richtig Geld sparen könnt und gleichzeitig eine riesige Auswahl an Ausrüstung habt Ausrüstung wo man noch gar nicht so kennt also richtig tolle Sachen Rucksäcke Taschen Jacken alles mögliche also lange Rede kurzer Sinn wo gibt es die Sachen meiner Erfahrung nach und wo ich mir viele Sachen hole das ist bei Ebay Ebay ist eine wahre Fundgrube für gebrauchte Militärausrüstung aus sämtlichen Ländern Ebay hat ein bisschen mehr den Vorteil im Gegensatz zu Amazon Amazon ist sehr streng für die Händler und es gibt da auch nicht so viele Gebrauchtanbieter beziehungsweise Privatanbieter bei Ebay ist das schon ein bisschen anders da gibt es auch Privatverkäufer Amazon hat ein super Service schnelle Lieferzeiten alles tippitoppi aber Ebay ist noch so ein bisschen Flohmarkt ähnlich und deswegen ist mein Tipp Ebay aber das ist jetzt noch nicht alles wenn ich jetzt bei Ebay bin die Vielfalt ist groß und wie finde ich denn dort mein Basha dieses British Army Shelter Sheet zum Beispiel wo ich immer wieder Mails bekomme Benjamin wo hast du das her wann gibt es das wieder oder diese Bundeswehr Unterlegsplane oder einen gebrauchten Rucksack Bundeswehr Rucksack was auch immer bei Ebay gibt es alles wichtig ist bei Ebay die Suchfunktion zu nutzen und zwar mit den richtigen Schlagwörtern jetzt kommt der Zug gleich geht es weiter der Zug ist vorbei mal ganz kurze Unterbrechung schaut mal wo ich hier sitze in was für einem wunderschönen Tal hier und hier führt gleich die Eisenbahnlinie rum wo der Robert Gerwig mit einem riesen Kraftauf menschlichen Kraftaufwand Eisenbahnschienen durch den ganzen Schwarzwald verlegt habt ich gebe euch den Tipp wenn ihr mal hier unterwegs seid Lust habt Zug zu fahren fahrt mal durch den Schwarzwald mit der Schwarzwaldbahn es ist traumhaft diese ganzen Tunnels hier und ihr könnt hier richtig rausschauen jetzt kommt der nächste nämlich weil die kommen immer zeitgleich das ist die Regionalbahn fährt bis nach Konstanz durch bis Konstanz durch bis hoch ich glaube Karlsruhe Offenbach so die Gegend also es lohnt sich auf jeden Fall mit dem Baden-Württemberg-Ticket ab in den Zug einsteigen und einfach mal Zug fahren warum nicht das ist eine tolle Sache hier im Schwarzwald aussteigen der Held überall hier der St. Georgen hält da Trieberg Hornberg an den schönsten Bahnhöfen und dann könnt ihr auch die gebrauchte Ausrüstung die ihr dann habt auch gleich hier im Schwarzwald testen mit dem Zug no problem ok Leute wo war ich stehen geblieben genau bei den bei der Suchfunktion bei Ebay und zwar werde ich euch diese ganzen Schlagwörter die ich jetzt nenne auch unten in die Infobox vom Video reinpacken und dann könnt ihr danach suchen und zwar bietet sich sich zum Beispiel an wenn man jetzt diese britischen Armeesachen sucht einfach das Tarnmuster einzugeben das heißt DPM oder Desert Tarn wenn ich zum Beispiel DPM eingebe so heißt dieses Tarnmuster fragt mich nicht warum aber es ist so und wenn ich dieses Schlagwort eingebe dann finde ich die ganzen Sachen von der Jacke Hose so kleine Taschen Rucksäcke also die haben richtig gute Ausrüstung in allen Varianten da findet ihr alles oder ihr sucht nach gebrauchten Bundeswehr Schlafsäcken gebrauchter Bundeswehr kampfrucksack Bundeswehr Wollsocken oder ihr gebt einfach verschiedene Schlagwörter ein ich werde zu Hause nochmal genau schauen die Schlagwörter eingeben bei Ebay gucken wie viel Treffer das landet und werde euch die besten Schlagwörter unten in die Infobox reinschreiben das werde ich für euch machen als Dankeschön und ich hoffe wirklich dass ich da mit dem ein oder anderen helfen kann und ihr könnt da wirklich für günstiges Geld also fangen wir mal bei den Klamotten an zum Beispiel gibt es da diese Smog Jacken original von vom Militär für 20-30 Euro teilweise super Jacken teilweise neuwertig Hosen mit großen fetten Seitentaschen Tiptop Stoffe Ripstop 20-30 Euro Schuhe bekommt ihr dort wunderbare super Wanderschuhe ok bei den Größen muss man halt schauen meistens sind die Schuhe wo dort angeboten in größeren Größen vielleicht ein Hinweis für Leute die große Füße haben da gibt es 48er 49er Größen teilweise weil diese Schuhe werden oft ausrangiert von der Armee weil es natürlich nicht so viele Leute gibt mit so großen Füßen da findet ihr alles zeltplanend das Bascha wie gesagt Mützen Handschuhe Kochgeschirr von sämtlichen Anbietern und auch oftmals von Privat aber auch eben viele Händler viele Armee Shops sind auch bei Ebay haben dann eben einen Shop da könnt ihr drauf achten wenn ihr eben so ein Einzelprodukt findet bei Ebay dann guckt mal unten weiter da könnt ihr zum Beispiel dann den Shop von diesem Händler aufrufen oder euch anzeigen lassen was dieser derjenige der jetzt zum Beispiel diese Jacke anbietet was er noch anzubieten hat und dann seht ihr gleich so die komplette Auswahl und ihr findet da alles vom Kocher und alles eben wirklich sehr günstig ok manchmal können die Sachen etwas muffeln wenn man Pech hat bekommt man was und es ist ein Privatverkauf dann hat man keine Rückgaberecht und man bekommt eben eine Zeltplane die hat ein paar Löcher hatte ich schon oft den Fall ich bin oft das Risiko eingegangen habe dann eine Zeltplane bestellt die hatte Löcher gerade bei diesem Bascha wobei ich sagen muss beim Bascha so kleine Löcher stören gar nicht macht nichts kommt nicht mal Wasser durch das läuft einfach weiter runter habe ich gemerkt ja das sind halt so die gewissen Risiken aber andererseits da könnt ihr euch richtig eindecken von Kopf bis Fuß mit Tipp Top Sachen Leute das war mein kleiner Geheimtipp für euch ein Geschenk für euch ich hoffe nochmal sage ich dass ich damit euch weiterhelfen kann für mich ist es was besonderes wenn ich darüber spreche weil mir macht das richtig Spaß diese Schlagwörter einzugeben und dann da runter zu scrollen und mir anzugucken was da angeboten wird und da gibt es so so viel Leute macht es gut ich danke euch dass ihr mich so unterstützt dass euch mein Wanderfalke-Kanal gefällt ja wenn ihr Fragen habt Themenanregungen dann nutzt unten die Kommentarfunktion ich lese mir jedes Kommentar durch und versucht es dann auch hier draußen umzusetzen euch Dinge zu zeigen mein Hauptanliegen Leute ist es einfach Menschen mit der Natur zu verbinden euch Freude zu bereiten hier draußen jetzt speziell auf dem Kanal mit Informationen bis zum Thema Ausrüstung kleine Tipps Tricks und Kniffe euch zu vermitteln dass ihr hier draußen einfach dass ihr hier draußen Freude habt Leute schaut euch das mal an schaut euch das mal an könnt ihr das sehen juhu that's it das ist es hier draußen oh man oh oh ja haha das ist das ist einfach Leute geht raus in die Natur es ist traumhaft macht's gut wir sehen uns Tschüssle jetzt habe ich noch folgende Sache wenn ich diese Kapuzen habe hier von diesen Ponchos und mir die so anziehe dann hängen mir die meistens hier vorne im Gesicht und es kann auch hier herunter tropfen deswegen habe ich hier immer so eine Schirmmütze Baseball Cap heißen die auch dabei ziehe mir die immer an wenn ich ein Poncho anziehe Poncho Kapuze drüber und habe jetzt hier ein super hey Leute ich grüße euch hier ist euer Wanderfalke und ich möchte euch in diesem Video mal hier kurz mein Winter Setup vorstellen ich bin absolut begeistert ich habe jetzt ein bisschen aufgerüstet ich habe hier so einen Campingtisch Campingstuhl habe das Fahrzeug innen drin so umgebaut dass ich da drin auch schlafen könnte heute schlafe ich nicht im Auto ich habe das einfach jetzt hier einmal aufgebaut zum ausprobieren und ein Video zu drehen mein Kaffeewasser kocht vor und war mir so kalt ich musste erst mal rennen weil es richtig meine Fingerspitzen eisig waren aber ich habe es mir hier mit der Decke und allen drohend dran richtig gemütlich gemacht mache gleich die Kamera ab und zeige euch alles mal von nahen ja es wird spannend die nächsten Tage denn morgen habe ich ein Trainings Winter Biwak geplant ich werde rausgehen bei dieser Kälte bei diesem Schnee und meine Ausrüstung testen meine körperliche Fitness testen denn es ist eine längere Tour geplant aber ich muss erst einmal schauen wie ich hier mit dem Ganzen zurechtkomme ich hoffe die Technik macht auch mit bei dieser Kälte also es wird auf jeden Fall spannend werden das Video seht ihr dann sobald das bereitet ist ok dann zeige ich euch mal hier was hier so abgeht also hier außen ein kleines Taub abgespannt einfach so als Schutz Windschutz falls wir ein paar Schneeflocken runter rieseln hier habe ich die Baumarktplane oben drüber Bundeswehr Wolldecke damit es einfach ein bisschen gemütlicher ist hier kocht mein Kaffee Wasser ich koche mir gleich noch was zu essen hier dieser zusammenklappbare Tisch ein Stuhl richtig gemütlich sage ich euch richtig gemütlich lassen wir es hier richtig gut gehen hier Nusshörnle Kaffee kann hier sitzen bisschen was arbeiten hier was zum Schmökern ok ich gebe es zu lesen werde ich jetzt nicht hier draußen ich habe das einfach als Dekoration mitgenommen aber auch einfach mal damit ihr seht was ich so für Lektüre Lektüre lese denn Lesen ist sehr sehr wichtig und das hier ist Tom Browns Field Guide Wilderness Survival diese Tom Brown Bücher gibt es glaube ich nur in Englisch beziehungsweise Amerikanisch aber das ist ein ganz ganz toller Wildnislehrer das ist ein ja der hat eine tolle Geschichte hinter sich und da sind also alles drin auch ziemlich viel Buschkraft also es ist ziemlich mehr als Survival es ist auch Buschkraft Techniken und alles mögliche da drin ganz tolles Buch hier im Messer habe ich geschenkt bekommen das war mal ein Werbegeschenk also nicht für mich ich habe das von jemandem geschenkt bekommen und der hatte das wahrscheinlich als Werbegeschenk bekommen da steht nämlich Franconia Jagd drauf vielleicht kennt ihr diesen Jagdkatalog jo hier mein Smartphone noch geht es bei der Kälte wer hätte das gedacht aber ihr seht es an meinem Atem es ist richtig kalt so hier Auto innen drin umgebaut hier Schlafsack das ist jetzt nicht mein Winterschlafsack den zeige ich euch auf meiner Tour da zeige ich euch auch meine komplette Ausrüstung die ich für den Winter mitnehme der wäre jetzt viel zu kalt ist der Tropenschlafsack und die Isomatte wäre auch zu dünn aber jetzt einfach mal zum probieren ob es von der Länge und so passt BW Isomatte hier Tropenschlafsack Carintia ja von der Länge passt es nicht ganz rein ich muss die Füße ein bisschen anwinkeln wenn ich hier im Auto schlafen würde wobei ich eher der Freund bin dann würde ich eher wahrscheinlich außerhalb vom Auto schlafen es kommt immer drauf an wie das Wetter ist also ich habe es schon lange her dass ich mal im Auto gepennt habe im Winter habe ich glaube ich noch nie im Auto geschlafen ja aber es hat auf jeden Fall reichlich Platz hier oben könnte ich noch ein paar Sachen hinhängen ich hatte ja früher den Renault Kangoo in dem konnte ich richtig sitzen drin und im Fahrzeug essen und kochen das geht bei dem hier nicht mehr da kann ich nur drin schlafen aber dafür habe ich ja hier diesen Vorraum jetzt und kann dann hier sitzen setze ich mich mal hin ja also wie gesagt es ist richtig richtig gemütlich hier und das ist ja erst der Anfang also das wird noch weiter ausgebaut hier da kommt noch einiges dazu da kann man bestimmt noch einiges ja modifizieren viel besser machen gemütlicher machen wie sagt man so schön ja dass ich einfach besser organisiert bin hier das alles das ist ein leichtes Leben wird so mit dem Auto mal rausfahren ins Grüne Vordach aufbauen da schön sitzen und vielleicht was lesen oder ein bisschen arbeiten nebenher mit dem Laptop heutzutage ist das alles kein Problem mit so einem kleinen Tablett das ist immer mehr ist doch wunderbar schöne Sache wow naja Fallenbau Schleichen ist da drin Pflanzen Wild Parsnip das ist ähm Wild Parsnip Pastinake Handdrill ist hier drin also alles mögliche findet man in diesem Buch wie man Tipi baut wie man sich Shelter baut das ist also toll ein bisschen indianisch angehaucht nicht so US Army Survival ist mehr militärisch das hier ist mehr so Tom Brown sein Lehrer war ein Indianer also ein Ureinwohner Amerikas und von ihm hat er gelernt und das ist natürlich noch ein bisschen was anderes als so ein militärischer Survival Drill sag ich jetzt mal so ja da brauche ich noch eine zweite Decke merke ich gerade hier so eine Decke jetzt hier so eine Decke eingemummelt oder ein Schlafsack wo man rein kann und die Ärmel rausschauen das wäre jetzt das Perfekte das gibt es ja auch genau ja das ist immer so die Sache man muss einfach rausgehen die Sachen ausprobieren Learning by doing und dann merkt man schon was fehlt was kann ich weglassen was brauche ich noch also top top ok Leute würde ich sagen mache ich bei dem Video mal Schluss weil ich möchte mich heute noch vorbereiten ich fahre gleich wieder nach Hause ich packe meinen Rucksack für morgen das werde ich auf jeden Fall auch aufnehmen und euch meine Winterausrüstung zeigen was ich mir vorstelle da mitzunehmen und ich hoffe dass das ganze dann auch was taugt genau da sehen wir uns dann im Video wieder ich wünsche euch viel Freude ich habe von ein paar YouTubern gehört dass ihr auch vorstellen möchtet hier ein umgebauter Kombi habe ich gehört was war da noch für was dabei ich weiß es nicht also ein paar wollten so ihr Camping Outdoor Equipment mit dem Fahrzeug vorstellen Leute macht das das interessiert mich sehr also ich freue mich auf eure Videos was ihr für Ideen habt Anregungen und ja lasst es euch einfach gut gehen das ist meine Haupt Message so wie immer ich mache das jetzt auf jeden Fall mal uah schön tschüss Leute wir sehen uns im nächsten Video Ciao Fangen wir an hier mit Ein Winter am Indian Creek allein in der Wildnis Montanas dieses Buch ist von einem jungen Amerikaner geschrieben der gerade seine Schule fertig hat nicht so richtig weiß was er machen soll und er meldet sich freiwillig in einer an einer Forschungsstelle die forschen da mit an einem Fluss mit Lachsen mit Fischen und seine Aufgabe ist es einfach da so ein Becken eisfrei zu halten dass es nicht zufriert das ist seine einzigste Aufgabe er hat dort ein Zelt ein Stoffzelt er muss sich das Holz für den ganzen Winter selbst machen Hallo Freunde ich bin heute rausgegangen um die Natur zu erleben um ganz speziell für Buschkraftanfänger so ein Grund Equipment so eine Grundausrüstung vorzustellen das Video ist also speziell für Anfänger heute gemacht und ich möchte einfach ein paar Dinge euch zeigen die sich lohnen zu kaufen gerade am Anfang die nicht teuer sind aber die einfach dir draußen das Leben in der Natur leichter machen und die einen dann dabei helfen das Hobby Buschkraft und so ist es auch für viele Buschkraft ist ein Hobby dieses Hobby besser genießen zu können auch ein Stück weit Sicherheit hier draußen zu haben für die Neueinsteiger was ist Buschkraft eigentlich Buschkraft ist für mich einfach der Aufenthalt in der Natur ich habe das schon immer gemacht schon als Kind wie die meisten von euch sicherlich auch draußen gewesen als Kind als Jugendlicher Lager gebaut vielleicht heimlichen Feuerler gemacht mit einem Messer geschnitzt und das sind einfach Buschkraft ist das Naturleben hier draußen in der Natur sein mit der Natur leben handwerkliche Dinge machen hier draußen einen Löffel schnitzen das einfachste Beispiel sich zu Hause einen Hobokocher bauen das gehört auch zum Buschkraft Hobby dazu eine Wanderung machen einen Orientierungsmarsch Wildpflanzen kennenlernen Survival-Techniken Wildnis-Techniken all diese Dinge kann man meiner Meinung nach unter den Überbegriff Buschkraft hineinpacken und er hat somit ein vielseitiges Hobby wo bestimmt für jeden was dabei ist der eine mag es gern ruhiger der andere härter der eine ist mehr ein Techniker ein Handwerker der andere mehr ein Genießer ein Koch vielleicht draußen auf Feuer kochen gehört genauso zur Buschkraft und ja ich denke mal ich habe genug Dinge aufgezählt da gibt es noch viele viele mehr die YouTube Videos die sind ja sehr vielseitig und da kann man eigentlich alles sehen und lernen da ist für jeden was dabei aber jetzt zurück hier ich bin jetzt hier oben auf dem Hausberg angelangt heute ist ein stürmisches Wetter Tauwetter es ist sehr warm geworden der Wind hat die Wärme gebracht es hat morgen regnet ohne Ende dann kamen dicke Schneeflocken jetzt regnet es wieder und es ist sehr mild für diese Jahreszeit aber das feuchte Wetter ist jetzt gerade sehr gut um die Ausrüstung für euch vorzustellen ich werde meinen Tarp nachher aufbauen mit einer etwas neueren Aufbautechnik die habe ich noch nicht gemacht zeige ich euch heute und ja bleibt dabei wenn euch das Thema interessiert Buschkraft für Anfänger ja und einsteigen möchte ich mit dem ersten Ausrüstungsgegenstand mit dem Schuh den brauche ich ab dem Moment wo ich die Haustür verlasse und in die Natur hineingehe gerade jetzt zu dieser Jahreszeit wir haben Winter es ist kalt es kann glatt sein wir haben Schneematsch wir haben Pfützen hier im Wald und da brauche ich einen festen Schuh der wasserdicht ist der über meinen Knöchel hinüber geht wegen der Stabilität ich kann also nicht umknicken und meine Füße bleiben trocken und vor allen Dingen auch warm und ich habe eben diesen festen Halt ohne festes Schuhwerk wäre ich jetzt aufgeschmissen und zum Thema Kleidung ist klar ich ziehe mich der Witterung entsprechend an es gibt natürlich unzählige Anbieter irgendwie Outdoor Klamotten und ich denke mal für den Anfang ist es nicht so wichtig eine gute Hose eine Jeans tut es völlig hier eine Jacke eine Winterjacke eben jetzt zu dieser Jahreszeit oder im Sommer eine leichtere Jacke ist für den Anfang vollkommen ausreichend was man bedenken sollte eben dass die Kleidung schmutzig werden kann oder nach Rauch riecht wenn man Feuer macht da sollte eben die Kleidung nicht gerade jetzt die beste oder die teuerste sein sondern sie sollte so sein dass man sie draußen auch nutzen kann die Kleidung dass man nicht Angst haben muss dass sie jetzt kaputt geht oder sonst was sondern die Kleidung muss strapazierfähig sein ein Stück weit zumindest ein Stück weit zumindest so hier ist der Ort den ich meinte seht ihr das? in den Berg ist hier eine Aushöhlung weil hier wurden früher Steine Felsbrocken abgebaut und muss schon lange her sein da wächst auch schon wieder ein Baum drin und da drin ist man absolut geschützt Windstille obwohl draußen Wind geht da drin ist absolut Windstille tipptopp ich bin nicht der einzige der diesen Platz entdeckt hat hier liegen noch Reeknochen hat sich wahrscheinlich der Fuchs ein Blättchen ausgesucht um von hier aus zu speisen um die Aussicht zu genießen kommen wir zum nächsten Ausrüstungsgegenstand dem Rucksack für den Anfang reicht der Rucksack den man zu Hause hat falls man einen hat aber ich denke mal die meisten werden einen haben und ich habe jetzt einfach diesen hier heute ist Regenwetter das ist einfach ein Sack aber der ist wasserfest oder wasserdicht hat hier oben diesen Rollverschluss und der ist ideal für dieses Wetter der Nachteil es ist halt ein Sack man muss alles mehr oder weniger hier rein legen es ist alles mehr oder weniger durcheinander nicht wie im Rucksack wo dann Seitentaschen sind vorne in der Tasche vielleicht wo alles schön sortiert ist das ist hier nicht der Fall dennoch absolut praktisch dieser Rucksack und das ist eine gute Qualität der ist jetzt aus einem Segel-Shop einem Segelladen wo Segler ihre Ausrüstung holen und ich kann ihn sehr empfehlen für den Aufbau meines Tarps brauche ich eine Stange am besten eine Fichtenstange die sind sehr stabil und lassen sich leicht vorbereiten und dann hämmer ich das hier vorne in die Erde ja wie siehts aus Leute das Wetter die Natur hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht ich wollte eigentlich jetzt ein schönes Video drehen zeigen wie man mit einfachen Mitteln sich hier draußen ein Lager bauen kann wie man Feuer macht etc. so einfach ist es nicht und schon gar nicht mit diesen einfachen Mitteln hier ist zum Beispiel ein Mora Messer das wollte ich euch zeigen hat mir heute gar nichts gebracht ich musste große Holzstämme spalten und entasten das hat mir jetzt das Mora nichts gebracht und ich hatte zum Glück mein großes Bowie Messer dabei und was soll ich jetzt sagen ich wollte euch heute ein Mora empfehlen und sagen für den Anfang reicht auch ein Mora Leute vergesst das wenn ihr das wirklich machen wollt dann holt euch gleich von Anfang an ein richtiges Messer gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus investiert das einmal und dann habt ihr das weil mit dem Werkzeug kommt man ganz schnell an die Grenzen ich habe das immer dabei aber ich habe immer ein gutes Backup Messer dabei denn sonst so wie jetzt keine Chance ich möchte jetzt Spattoning machen spalte hier gleich solche dicken Stämme weil sonst komme ich ja gar nicht vorwärts hier ich wollte euch auch zeigen wie man mit dem Robokocher Feuer macht aber auch keine Chance ich kann ja jetzt nicht hier ewig lang kleine Holzstückchen spalten der Robokocher ist ja dieser kleine diese kleine Metalldose in Anführungszeichen wo man kleine Holzstückchen rein steckt oder legt und das anzündet aber bei der Nässe kann ich jetzt hier nicht da tausende von kleinen Holzstückchen spalten da komme ich ja nie zu meinem Feuer und der Robokocher der will gefüttert werden da brauche ich Nachschub Nachschub da bin ich nur am Holz machen ne ne ich muss jetzt ein richtiges Feuer machen ich bin durch Nest ich brauche dickes Holz dicke Stämme hatte diese Säge noch dabei bringt mir auch nichts ich säge mich hier dumm und dämlich an diesen dicken Stämmen mit einem richtigen Buschkraftbeil wäre ich heute auch besser bedient also muss ich ein bisschen meine Meinung jetzt ändern und euch sagen wenn ihr einen Spaziergang machen möchtet hier draußen und ein bisschen die Natur berühren okay dann könnt ihr euch diese ganzen günstigen Sachen zulegen aber ich muss ganz offen und ehrlich sein ihr braucht gutes Material von Anfang an gute Schuhe gute Klamotten ein gutes Messer ein Rucksack etc muss alles wasserfest sein weil sonst endet euer Ausflug ganz schnell ich meine wenn ihr irgendwo seid im Wald wo ihr wieder zu eurem Auto zurück kennt oder schnell wieder zu Hause seid okay alles kein Problem dann ist es eine schöne Spielerei kleines Hobby kleines Abenteuerchen aber jetzt hier im Schwarzwald oder es gibt auch andere Waldstücke in Deutschland da braucht man halt ein paar Stunden bis er wieder zurück ist oder was ist wenn die Dunkelheit mal doch einbricht dann bin ich hier draußen dann brauche ich mein Material ganz schnell und wenn ich dann nichts Funktionelles dabei habe dann bin ich aufgeschmissen also meine Empfehlung an euch holt euch von Anfang an gute Sachen und das ganze nebenher das könnt ihr euch immer noch holen ein günstiges Messer oder eine Klappsäge kann man nichts falsch machen aber wenn es hart auf hart kommt so wie jetzt wenn man das Material wirklich braucht dann taugt das alles nichts okay dann mache ich jetzt weiter Holz versuche das Feuer in Gang zu bringen wenn euch die Sägerei so wie mir zu anstrengend wird auf Dauer da gibt es auch eine leichte Variante falls ihr Steine im Wald habt die noch zufällig hier so eine scharfe Kante haben da könnt ihr ganz leicht das Holz spalten indem ihr einfach auf diese Kante drauf haut und dann bekommt ihr wunderbare Stücke ganz leicht ohne viel Kraftaufwand auch das Zerteilen von dickeren Stämmen ist so möglich so ich habe jetzt hier in dieser Dose ein Kienspann dabei das ist also Kiefernholz Getränk mit Harz das kann man auch hier in heimischen Wäldern finden es gibt auch tolle Videos wo ihr euch die Informationen holen könnt mit Kiefernholz nennt sich Kienspann Maya Sticks Fettwood in Englisch und das brennt auch bei Nässe und ich mache das Feuer jetzt damit an ich experimentiere heute nicht lang rum und da habe ich dann hier so eine wasserfeste Dose und habe da meine Stäbchen oder Stiftchen drin kann die dann anzünden und dann in aller Ruhe mein Feuerchen anmachen ich habe zwei Feuerarten dabei einmal Streichhölzer wenn mir jetzt hier ein Wassertropfen auf die Reibefläche kommt oder auf ein Streichholz wäre damit schon mal Feierabend und eben ein Backup das ist zum Funkenschlagen hier und ja man sollte immer mehrere Feuerarten dabei haben ganz wichtig da mache ich mir jetzt mein Feuerchen schnell an das ist also ein Feuerstein ein Eisen Schlageisen damit schlage ich dann den Funken das ist einfache Watte die gibt es im Drogerieladen hier habe ich verbrannte Kohleläppchen verbrannte Stoffläppchen die fangen den Funken auf und dann kann ich damit jetzt so die Funken schlagen dann habe ich ganz schnell den Funken pack das Ganze meine Watte rein mache ich etwas lockerer die Watte mache ich so ein kleines Knäuel und puste mir das einfach an ja wie ihr seht steht das Lager das Feuer brennt hatte Schwierigkeiten das anzubekommen weil alles nass ist klar es hat jetzt durchgeregnet und jetzt werde ich mir erstmal einen Tee kochen und dann werden wir noch einen kleinen Rundgang ums Lager rum machen ich zeige euch ganz kurz wie ich das Tag aufgestellt habe wenn die Hose dampft wunderbar ja das ist das schöne hier dass es hier überall solche Steine hat das ist ein guter Reflektor und hier seht ihr das Nebel aufgekommen so sieht das Schelter von oben aus schön eingebettet in die Natur ja das ist also sehr schnell aufgebaut mit dieser Technik ganz leicht und schnell und der Vorteil ist dass man eben großzügig Platz hat hier hinten ist die Ecke eingeklappt man hat also von hinten einen Windschutz und man hat nicht so Probleme mit dem Rauch weil es hier spitz zuläuft also habe ich gemerkt wenn man jetzt hier vorne das Feuer hat dann verfängt sich der Rauch nicht so im Schelter drin da hatte ich oft Probleme aber so geht es wunderbar ja hier ist das Feuer schön mit Steinen Stein als Hitzereflektor da kocht das Wasser hier sind meine Lederhandschuhe die sind auch nass aber ganz wichtig gerade für Arbeiten mit dem Ball Säge Messer brauchen wir auf jeden Fall Lederhandschuhe die gibt es ganz günstig zu kaufen zum Beispiel bei Ebay und das sind die amerikanischen Trucker Handschuhe Arbeitshandschuhe von den Truckern die sind vom Leder her sehr dünn sehr weich sehr angenehm zum Tragen nicht so robust wie die normalen Leder oder Arbeitshandschuhe die man so kennt aus dem Baumarkt aber dafür eben sehen die etwas schicker aus und ja es reicht völlig aus hier draußen ist ein sehr guter Schutz und sind leicht zu haben so dann ist hier unten als Bodenplane habe ich ein Poncho genommen dann eine Isomatte so eine Fließdecke zum drauf sitzen ja ihr seht es regnet und regnet und es ist jetzt einfach toll dann hier zu sitzen so den Deckel drauf machen ja das sind wir auch schon bei dem weiteren Ausrüstungsgegenstand wenn ihr euch was kochen wollt da braucht ihr einen Topf das ist zum Beispiel der Multi Topf von der Firma Relax die deutsche Firma wer klein anfangen will für den tut es auch hier so eine E-Mail-Tasse da kann man auch kochen und das ist für eine Person eigentlich ausreichend aber ich nehme eben gern diesen Topf hier weil er einen Henkel hat der sich abnehmen lässt damit er dann kleiner ist zum Transportieren und hier vorne drin hier ist ein Sieb eingearbeitet das heißt ich kann meine Kräuter direkt hier reinschmeißen und habe dann am Ausguss vorne das Sieb kann mir dann mein Tee gesiebt eingießen und die Kräuter sind hier im Topf drin ganz klasse was heute wieder seine überragende Tauglichkeit gezeigt hat als Ausrüstungsgegenstand ist dieses Shelter hier dieses Tarp das ist von der britischen Armee und das gibt es sehr günstig das Preis-Leistungs-Verhältnis passt wirklich bei diesem Tarp und es hat so viele Ösen, Schlaufen ist so vielseitig verwendbar mit verschiedenen Aufbau-Varianten es ist einfach ein geniales Teil ich bin sehr zufrieden damit und kann es jedem von euch empfehlen spart euch die paar Euros für diese Baumarktplane und holt euch lieber von Anfang an gleich ein richtiges Tarp weil die meisten holen sich nach der Baumarktplane sowieso ein richtiges Tarp und das hier kostet 24,95 Euro bei Ibi zum Beispiel und für den Preis kann man überhaupt nichts sagen es ist gebraucht ja, aber auch die gebrauchten sind wirklich klasse kommt wieder Schneeregen ich sitze hier drin ich bin windgeschützt mir ist warm ich habe einen riesen Raum hier weil das sehr groß ist auch von der Fläche her ich bin begeistert von dem Teil ja, dann noch was wenn ihr keine Hosen habt mit Seitentaschen so keine Outdoor Hosen dann könnt ihr euch so eine Bauchtasche besorgen die gibt es auch günstig und die können diese Seitentaschen der Hosen gut ersetzen da passt viel rein hier in diesen Taschen hier vorne habe ich Schnur drin im Hauptfach hier ganz wichtig Verbandszeug das solltet ihr immer dabei haben das ist lebenswichtig sage ich jetzt mal ihr braucht euch da kein fertiges Erste-Hilfe-Pack kaufen sondern ihr könnt die ganzen Sachen die hier drin sind diese Mullbinde zum Beispiel Pflaster etc. alles einzeln bei der Apotheke für billiges Geld holen und dann macht ihr euch einfach selber eine Tasche zurecht mit diesem Verbandsmaterial ihr könnt ja schauen was in diesem Verbandspäckchen so als Inhalt drin ist und das bekommt ihr alles bei der Apotheke einzeln gekauft sehr günstig Taschenlampe, ganz wichtig weil ich gehe nachher im Dunkeln nach Hause und da brauche ich eine Taschenlampe eine die auch funktioniert ganz schönes Wetter heute zum Wohle ich liebe diesen Tee herrlich was für ein Geschmack das tut gut ja dann bin ich soweit mit dem Video heute durch ich hoffe es hat euch gefallen ihr konntet ein bisschen was lernen ihr konntet die Zeit genießen so wie ich hier draußen gerade bei dem Wetter ist es auch interessant noch interessanter als wenn die Sonne scheint manchmal der Tee schmeckt dreimal so gut wenn es so nass und kalt ist und es macht einfach einfach Freude in dem Sinne wünsche ich euch viel Freude in der Natur ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal Tschüss das ist nicht lustig mein Rückweg führt über einen Berg na ja da habe ich mir ganz schön etwas eingebrockt es ist dunkel es regnet es schneit es gewittert hier im Schelders ist schön gemütlich, warm, ich bin geschützt, ich könnte die Nacht hier bleiben, aber ich muss wieder nach Hause heute, ich will keinen Weg dran vorbei, da muss ich jetzt durch, ich liebe Abenteuer, um ehrlich zu sein, ja, so ist das Leben eben, Herausforderungen, willkommen in der ersten Folge draußen schlafen, kennst du vielleicht auch das Sprichwort, wie man sich bettet, so schläft man auch? Bestimmt und gerade hier draußen ist ein erholsamer Schlaf sehr wichtig. Oft ist es doch so, dass unsere Outdoor-Aktivitäten mit körperlicher Anstrengung verbunden sind und was habe ich davon, wenn ich morgens aufwache und müde und schlapp bin, weil ich nachts nicht gut geschlafen habe? Also ist es wichtig, sich ordentlich zu betten. Was ist das Bett hier draußen eigentlich? Die Matratze ist eine Isomatte und mein Bettzeug ein Schlafsack. Schauen wir uns diese beiden Ausrüstungsgegenstände einmal näher an. Damit du den passenden Schlafsack für dich auswählen kannst, solltest du dir über folgende Punkte Gedanken machen. Zu welcher Jahreszeit und bei welcher Außentemperatur möchte ich draußen schlafen? Achte ich aufs Gewicht oder spielt das Gewicht des Schlafsacks für mich nicht so eine große Rolle? Welche Körpergröße habe ich? Es gibt Schlafsäcke mit verschiedenen Längen. Du brauchst die passende Länge für dich. Ich habe jetzt hier vier Schlafsäcke mitgebracht und möchte dir einfach zeigen, warum ich diese ausgewählt habe. Der erste Schlafsack, den ich dir vorstellen möchte, ist ein reiner Sommerschlafsack. Der hat eine Komfortzone von plus 16 Grad. Ich habe den einmal verwendet und in einer kühlen Sommernacht da drin geschlafen und gefroren und den seitdem nie wiederverwendet. Ich kann dir also dieses dünnen Schlafsäcke überhaupt nicht empfehlen. Sie haben ein ganz geringes Einsatzspektrum und der liegt einfach nur bei mir zu Hause um. Hier ist ein Schlafsack der Firma Marmot Wave 2. Kann ich sehr empfehlen. Super Verarbeitung, geringes Packmaß, sehr leicht, hat eine Komfortzone von circa plus vier Grad. Also ein drei Jahreszeiten Schlafsack Frühjahr, Sommer, Herbst. Er hat alles was man braucht. Hier einen Wärmekragen. Das heißt, ich kann mich da richtig drin abschließen im Schlafsack, dass nirgendwo kalte Luft reinzieht, eine gute Kapuze, guten Reißverschluss. Hier am Zipper ist noch so ein Element, so ein Leuchtelement eingearbeitet. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist innen drin die glatte Oberfläche. Da schläft man etwas unbequemer, das fühlt sich unbequem an. Wobei jetzt von der Wärme her habe ich in diesem Schlafsack nie gefroren. Sehr, sehr gut. Das weitere ist ein Schlafsack der Firma Mammut. Ein sehr guter Schlafsack. Den habe ich als Winterschlafsack, obwohl es ein drei Jahreszeiten Schlafsack ist, mit der Komfortzone minus zwei Grad. Allerdings muss ich dazu sagen, dass bei dieser Marke hier die Angabe nicht so ganz stimmt. Ich würde mal eher sagen, die Komfortzone dieses Schlafsack ist so null plus zwei Grad ungefähr. Er hat eine gute Verarbeitung. Hier außen, wasserabweisendes Material am Kopfbereich, am Fußende auch noch mal. Zusätzlich noch mehr Füllung im Kopfbereich und im Fußbereich drin. Hier der Kopfbereich ist also wirklich sehr gut verarbeitet. Man liegt hier richtig eingemummelt drin. Die Farbe spielt für mich auch eine Rolle. Sehr schönes Olivgrün. Und ja, ist alles in allem ein guter Schlafsack. Hält warm. Ist natürlich etwas schwerer als die anderen. Hat ein etwas größeres Packmaß. Aber mit dem Kompressionssack bekomme ich diesen Mammutschlafsack auch sehr klein gepresst. Das Urgestein. Mein meistverwendeter Schlafsack. Der Original Schlafsack der Bundeswehr. Sehr gute Verarbeitung. Hier der Reißverschluss. Alles sehr robust verarbeitet. Alles vernäht hier, damit die Füllung nicht verrutschen kann. Und ja, ich verwende den Sommers wie Winters. Ich kann den nur empfehlen. Und man braucht nicht so viel Angst haben, wenn man am Lagerfeuer schläft und da wird ein Loch reingebrannt. Bei diesem günstigen Preis dieser Schlafsäcke, meistens kauft man die ja gebraucht, ist es dann nicht so wild. Meistens werden die Schlafsäcke in sogenannten Kompressionssäcken gelagert. Diese haben den Vorteil, dass sich das Packmaß des Schlafsacks verringern kann. Du solltest darauf achten, dass der Schlafsack nicht im gepressten Zustand zu Hause gelagert wird, da sich sonst die Füllung dauerhaft zusammenpressen kann und dadurch der Schlafsack an Wärmeleistung verliert. Die Füllung sollte immer locker und luftig sein, denn es ist die Luft, die wärmt. Wenn der Schlafsack zu Hause gelagert wird, kann man es einfach so machen, dass man ihn ein wenig aus dem Sack herauszieht. Einfach so. Wenn du weißt, dass du den Schlafsack eine lange Zeit nicht brauchst, dann häng ihn doch am besten auf einer Leine auf. Die alten Bundeswehrschlafsäcke haben keinen Kompressionssack. Dafür hat dieser Sack den Vorteil, dass er außen gummiert ist und den ich auch andersweitig verwenden kann, zum Beispiel um darin Ausrüstung oder Wäsche zu lagern, falls es mal draußen regeln sollte. Kommen wir nun zum Thema Isomatte. Ich persönlich benutze ausschließlich die faltbare Isomatte der Bundeswehr. Warum? Weil die eben ganz leicht in den Rucksack reinpasst. Ich kann sie als Rückenteil verwenden und die ist absolut praktisch. Sie ist sehr dünn. Das gleiche ich damit aus, indem ich einfach auf dem Boden eine zusätzliche Isolationsschicht aus Naturmaterialien baue. Und das zeige ich dir auch in einem der kommenden Videos, wie du ganz leicht selber so eine Isolationsschicht dann dir bereiten kannst. Wovon ich dir gleich mal abraten kann, sind diese Billig-Isomatten. Die gehen ganz leicht kaputt, sind laut und taugen gar nichts. Rausgeschmissenes Geld. Sehr gut sind auch diese Schaumstoff-Isomatten. Gibt es in verschiedenen Dicken, auch für den Winter eine etwas dickere. Allerdings kann ich diese nur außen am Rucksack befestigen und das nimmt mir zu viel Platz weg. Dann gibt es ja noch die Thermarest-Matten, wo man Luft reinpusten kann oder auch die sogenannte Down-Matt, wo sogar Federn drin sind. Die besitze ich nicht, aber nächstes Wochenende findet hier ein Kurs statt und da sind viele Menschen in allen Altersgruppen dabei und die schlafen alle draußen. Und ich werde die Kamera mitnehmen und ganz speziell zum Thema draußen schlafen, dort ein Video drehen, die Teilnehmer interviewen, die Ausrüstung zeigen, wie sie ihr Schlaflager aufgebaut haben, fragen, wie sie geschlafen haben. Es wird sehr, sehr interessant werden, sehr lehrreich. Da kannst du gucken, wie es die anderen machen. Und ja, ich werde auch ganz viel dazu lernen und kann dann auch ein bisschen die Ausrüstung der anderen testen. Also ich freue mich schon riesig drauf und werde das alles festhalten, damit du es dir auch anschauen kannst. Ja, das Thema Schlafsäcke ist ein sehr komplexes Thema und man kann auch mitunter eine Wissenschaft daraus machen, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil jeder hat verschiedene Bedürfnisse und Anforderungen und Ansprüche. Ich möchte an dieser Stelle alles ganz bewusst einfach halten und dir das Altbewährte empfehlen. Ja, und das wäre eben dieser Original-Bundeswehr-Schlafsack. Mit dem kannst du am Anfang nichts falsch machen. Gerade wenn du neu ins Hobby einsteigst, Buschkraft, Outdoor, ist er genau das Richtige für dich. Allerdings solltest du darauf achten, dass es ein Originaler ist und dass er nicht zu alt und abgelagert ist. Das erkennst du daran, falls er muffig riechen sollte oder total verknittert wäre. Er sollte auch im gebrauchten Zustand einen guten Eindruck machen. Ja, und dann steht deiner Nacht im Wald nichts mehr entgegen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude in der Natur. Ich sage dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen in einer neuen Folge Draußen schlafen. Ja, ich bin gerade aufgewacht. Wir sind ja hier beim kulinarischen Buschkraft-Event draußen im Schwarzwald. Schlafen alle draußen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Aussicht hier. Ja, ich werde mich jetzt erstmal frisch machen, Kaffeewasser aufsetzen und dann kann der Tag losgehen. Ja, hier ist unsere Grillstelle und jetzt schaue ich mal, ob von gestern noch Glut da ist, ob es noch warm ist. Das fühlt sich schon gut an. Ja, das Schöne bei diesem Event, ich habe eine Hütte dazu gemietet. Da hinten. Und da sind sanitäre Anlagen, eine Küche drin und auch ein Schlaflager, falls es einem doch zu kalt wird nachts. Und sogar eine Dusche. Ja, das hat auch schon was. Und dennoch kann man hier draußen die Wildnis genießen, draußen schlafen, am Lagerfeuer sitzen. Hat aber dieses Backup. Wie hast du geschlafen? Ach, ich habe bestens geschlafen. Ich bin, als ich ins Zelt gegangen bin, hat es ziemlich kalte Füße. Die habe ich nochmal richtig warm gemacht. Denn wer mit kalten Füßen schlafen geht, der schläft schlecht. Dann habe ich im Schlafsack meine Wollsocken drin und bestens. Wunderbar, ja. Ich habe natürlich auch eine günstige Stelle gewählt. Die habe ich von hinten. Ich habe mir den Eingang dann mit einem Schlafsack noch zugemacht, dass keine kalte Luft reinziehen kann. Ich mache die ganze Sache mal auf. Da sieht man die Inneneinrichtung. Also ganz flach abgespannt. Ja, hat den Vorteil, dass der Körper den Raum ein bisschen aufheizen kann oder ein wenig. Genau, es ist weniger Luft, die der Körper noch mit aufwärmen muss. Hat natürlich den Nachteil, meine Schnur hat sich im Laufe der Nacht doch irgendwie gesenkt, sodass dann die Außenhülle auf dem Schlafsack auflag, aber hat nicht weiter gestört. Hier meine Bettsocken, die drin hat, der Schlafsack selber, und Meru, ist minus ein Grad, Komforttemperatur. Ich habe auch bei größerem Frost noch nie drin geschlafen. Darunter habe ich eine Isermatte, der ist ein älteres Modell. Oh, die Klar sieht interessant aus. Das ist aus meiner Armeezeit noch. Da können wir anziehen. Super Teil. Mit Kapuze, auch so ein Knopf lösen. Sieht dann aus wie sieben Zwerge. Ja, aber cool, unverwüstlicher Stoff wahrscheinlich. Unverwüstlich, es war ziemlich schwer. Innen gummiert. Macht sich auch gut, wenn man mal friert und am Lagerfeuer sitzt. Hier können die Funken drauf, da brennt nichts durch, ist kein Kunststoff. Klasse. Ja ja, gut. Und es ist auch ein Notzelt. Ah ja. Wenn es mal regnet. Okay, gut. Ja, vielen Dank. Ich danke dir für die Einladung hier. Ja, Sören, ich wollte dich jetzt einfach fragen, wie deine Nacht war. Die Nacht war super. Sehr bequem geschlafen. Ja. Sehr weich und sehr warm. Ja. War allerdings auch sehr feucht. War sehr feucht. Ja, wir hatten Nachtfrost heute Abend und an deinem Zelt außen war es raureif, habe ich gesehen. Genau. Und auch innen drin war es ganz feuchter. Also, ich habe hier das berühmte DD-Tar und als Unterlage für Expert-Matte. Aha. 9LW. Ja. Ich habe schon viele Matratzen ausprobiert und ich habe noch nie auf etwas Besserung geschlafen, als auf dieser. Und ein Winterschlafsack von Alexi Kahn, der eine Komforttemperatur bei minus drei Grad hat und bis minus 36 geht. Und habe zur Unterstützung noch von Zippo diese Taschenöfchen gehabt. Ah ja. Und damit habe ich es wirklich sehr gemütlich warm gehabt. Genau. Da ist also Benzin drin, oder? Genau. Und dann zündet man die nachts an? Füllt man hier Benzin rein. Ja. Und muss dann diesen Strumpf hier anglühen mit dem Feuerzeug. Und das dauert ungefähr eine Minute oder zwei. Und dann steckt man dann den Deckel drauf. Und dann wird es also mehr als handwarm. Aha. Auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut. Vielen Dank. Gerne geschehen. Morgen, Michael. Morgen. Wie hast du geschlafen? Ich bin voll zufrieden. Geschlafen wie auf dem Babypupo. Schön warm. Hat gepasst. Du hast die Temperaturen. Ja. Also kann mich nicht beschweren. Gut. Dann schauen wir uns mal den Lager an. Ja, ich habe jetzt eigentlich ein neues Winter-Setup für mich entdeckt. Entdeckt habe ich es hauptsächlich durch den Heli. Bei ihm habe ich das gesehen. Und zwar ist es eigentlich nur die Dackelgarage von der Bundeswehr. Und zwar nicht von der Deutschen Bundeswehr, sondern vom Österreichischen her. Und der Unterschied liegt daran, dass das ein anderes Gewebe ist. Bei der Deutschen Bundeswehr hat man mehr so ein Aus-Segeltuch. Das ist ein Baumwollstoff. Der ist ziemlich schwer. Und das ist ein Nylongewebe. Aha. Das, was auf der Innenseite gummiert ist. Aha. Also das Setup von der Dackelgarage, die man kennt, das sind ja praktisch zwei Hälften. Und aus zwei Hälften kann man dann eben dieses Zelt zusammenbauen. Aha. Das, was eigentlich so ein richtig oldes Teil ist mit einem Satteldach. Ja. Und als Unterlage nehme ich erst einmal die Bodenpläne von der Bundeswehr. Oh, die ist super. Die ist wirklich gut. Weil sie ist ziemlich stabil. Ja. Man kann fast nichts durchstechen dadurch. Das Gewebe verstärkt. Und da stehe ich dann selbst aufflassende Matte drauf. Mit sechs oder acht Zentimeter, was hatte. Und da ist eben die Bodenpläne als Schutz gedacht, dass nichts in diese selbst aufflassende Matratze was durchstechen kann. Aha. Okay. Und da drauf habe ich dann den altbekannten Bundeswehr Schlafsack. Ah ja. Und das war wirklich warm. Ich habe da überhaupt nicht erfrieren müssen oder sonst was. Das war von dem gesehen wirklich eine tolle Nacht. Keine Zusatzdecke. Okay. Nichts. Wie bist du drin im Schlafsack gelegen? Ohne Kleidung? Also ich habe die normale Kleidung habe ich auch anlassen. Also ich habe das Sweatshirt und Sweatshirt und Sweatshirt und Jäcke habe ich auch runter getan. Und ansonsten bin ich nicht ganz normal drin gelegt. Das freut mich. Weil ich habe letztens den Bundeswehr Schlafsack empfohlen. Und ja, wir hatten ja heute Nacht also bestimmt knappe 0 Grad Wert und morgen Frost. Also ist der tauglich. Also ich habe den seit 25 Jahren den Schlafsack und der ist immer noch in Benutzung. Und der ist unverwüstlich. Gut. Okay. Vielen Dank Michael. Bitteschön. Und dann schöne Trützerei. Das gibt es ja gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Das sind mehrere zum Testen mitgenommen. Und zwar ist das hier. Die ist von die Blue Cat von Camping. Hallo Leute. Willkommen hier auf meinem Naturkanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es ein kleines Ausrüstungsupdate. Wir haben das Pfingstwochenende. Es sind sommerliche Temperaturen draußen. Und das drei nette Menschen und ich gehen jetzt für drei Tage tief hinein in den Schwarzwald. Wir machen eine Trekkingtour. Das bedeutet, wir wandern viel und bivakieren unterwegs. Ja und ich möchte einfach zeigen, was ich in meinen Rucksack reingepackt habe. Ich habe ihn recht leicht gepackt. Also leichtes Gepäck mitgenommen. Und ja, da werde ich jetzt einfach mal alles auspacken und zu jedem Ausrüstungsgegenstand kurz erläutern, warum ich den mitnehme und wie ich den verwende. So, dann fangen wir einfach mal bei dem Rucksack selbst an. Und zwar ist das ein Wanderrucksack. 78 Liter. Den habe ich von einem Billigdiscounter. Der ist schon mehrere Jahre alt und sieht natürlich auch so aus. Hat seine Gebrauchsspuren. Aber dennoch hat er sehr, sehr lange gehalten. Und das ist sehr gut, obwohl es jetzt kein Markenrucksack war. Wichtig ist eben, dass man schon auf die Verarbeitung bei so einem Rucksack darauf achtet, dass die Nähte passen, dass es keine so billigen Nähte sind, die dann recht schnell aufgehen könnten. Das ist so eines der wichtigen Kriterien. Und natürlich das Tragesystem, dass das bequem ist, dass hier unten ein Bauchgurt dran ist, dass die Riemen passen, dass die Riemen gut gepolstert sind, dass der Rucksack gut auf dem Rücken sitzt. So, dann kommen wir hier zum Deckelfach. Also, hier ist mein Bowie Messer drin. Das werde ich nachher am Rücken tragen. Eben ein größeres Messer, um gröbere Arbeiten zu machen, um Holz zu hacken. Dafür brauchen wir das da. Dann ein kleines Backup Messer, ein Schweizer Messer. Das werde ich wahrscheinlich am meisten gebrauchen. Damit kann ich super schnitzen. und es hat auch eine kleine Säge und die reicht mir. Ich brauche keine große Klappsäge mitnehmen. Dann ein Erste-Hilfe-Set. Ich habe zwei dabei. Ein kleines Erste-Hilfe-Set habe ich hier in der Seitentasche drin, immer sofort verfügbar. Und hier ist eben noch mehr Material drin, weil wir eben zu viert sind insgesamt und da brauchen wir ein bisschen mehr, als wenn man alleine unterwegs ist. Eine Signalweste, falls irgendetwas unterwegs ist. und dass man einfach den Punkt markieren kann, wo der Verletzte jetzt liegt oder wo man was zurückgelassen hat, wie auch immer. Oder wenn man abends spät nach Hause läuft, an einer Straße zum Beispiel, dann kann man auch diese Wachenweste anziehen und wird von den Autos gesehen. Einen Handschuh. Den anderen habe ich leider verloren. Ich habe mir neue bestellt, aber der eine, der reicht mir auch. Und zwar nehme ich den hier, um heiße Töpfe anzufassen, weil ich koche gerne am Feuer. Und auch jetzt, um Holz zu brechen beim Feuermachen, ist auch so ein Handschuh ein guter Schutz. Also allgemein Lederhandschuhe sind immer gut dabei zu haben, zum Schutz der Hände. Dann Hygieneartikel. Habe ich hier meine Zahnbürste und ein Pfefferminzöl für den frischen Atem. Und mehr habe ich da nicht dabei. Also ich habe keine Seife oder so. Das Einzige, was ich auch in einer Seitentasche drin habe, ist hier Toilettenpapier. Damit kann ich mir die Nase putzen oder eben für den Toilettengang, sage ich mal. Das sind meine einzigen Hygieneartikel, die ich für drei Tage mitnehme. Eine Taschenlampe. Ganz wichtig für nachts, dass man sich zurechtfinden kann. Aber meistens bleibt die sowieso aus. Ich benutze die nur im Notfall. Ein Dreieckstuch. Auch noch sehr wichtig. Damit kann man sehr viel machen. Und eben für die erste Hilfe ist es gedacht. Hier so ein Kopftuch. Man kann es als Schal benutzen für den Hals. Aber ich nehme es auf jeden Fall abends für den Kopf, weil es doch immer recht kühl wird. Und wenn ich im Schlafsack liege, dann ziehe ich immer im Schlafsack eine Mütze an bzw. ein Tuch auf meinen Kopf. Und das hilft etwas, dass mein Körper wärmer bleibt, weil viel Körperwärme über den Kopf verloren geht. So, dann geht es hier weiter im Deckelfach. Hier außen hängt übrigens noch ein kleiner Kienspann-Anhänger zum Feuermachen. Kienspann ist ja vollgesogenes Holz, was mit Harz vollgesogen ist. Und so habe ich auch hier unser Anzündmaterial dabei für unser Lagerfeuer, Streichhölzer, Feuerzeug und dünne Kienspannhölzchen. Da bekommen wir unser Lagerfeuer sicher an. Hier, das trage ich gern abends um den Hals. Dann brauche ich nicht die große Taschenlampe nehmen, sondern habe das hier, dieses kleine LED-Lämpchen. Und das reicht völlig aus, um abends zu leuchten. Hier ist noch ein Thermometer. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Es wird eh heiß werden. Und ein guter Kompass. Dann habe ich hier noch ein Ultra-Light-Hobo drin. Da kann man eben mit Holz dann eben ein bisschen kochen, sage ich mal. Habe ich für Notfall dabei. Und der ist so leicht, der nimmt mir eigentlich kaum Platz oder Gewicht weg. Und den habe ich eigentlich immer dabei. So, dann geht es hier rein. Also, wir haben ja Leute dabei, die interessieren sich sehr für Kräuter. Und ich habe da jetzt zwei Bücher mit. Aber ich werde es noch absprechen, ob das auch wirklich nötig ist, die mitzunehmen. Ja, es ist eigentlich immer gut, wenn man unterwegs Kräuter findet. Dann kann man eben schnell nachschauen. Was man auch machen kann, man kann natürlich ein Bild machen von der Pflanze. Und man könnte sie sich auch merken und dann zu Hause im Buch nachschauen. Aber da wir drei Tage unterwegs sind und ein bisschen Zeit haben, lohnt es sich immer, hier drin etwas zu schmökern. Mal schauen. Ich werde es mit den anderen absprechen, ob wir diese Bücher mitnehmen. Ist so ein grundsätzliches Buch, was ich für gut halte. Was blüht denn da von Kosmos? Kann man leicht die Pflanzen damit bestimmen. Und hier ist eben noch ein spezielles Heilpflanzenbuch, wo man dann ganz genau die Heilwirkung und die Inhaltsstoffe der Pflanze lesen kann. Hier ist mein Säckle. Da habe ich verschiedene Schnüre drin und Paracord. Das ist mir hilfreich beim Abspann des Tarps. Ein Tarnetz. Manchmal ist es so, dass wir irgendwo hingehen oder kurz zum Wasser holen gehen. Das Gepäck im Wald zurücklassen. Und dann kann ich einfach das ganze Gepäck damit abdecken. Das verschwindet im Wald und dann sieht es kein anderer. Ist immer sehr hilfreich. Und man kann natürlich das auch als Schal verwenden. Ist auch sehr gut. Kann sich so in den Hals binden. Aber das werden wir, wie gesagt, jetzt bei der Hitze nicht brauchen. Dann mein Kochgeschirr. Den großen Topf. Wenn ich allein unterwegs wäre, würde ich den nicht mitnehmen. Dann würde ich nur diese Tasse mitnehmen. Aber da wir gerne abends zusammen einen Tee trinken. Eben diesen Topf. Meine Tasse. Etwas Aluminiumfolie. Kann man auch immer brauchen. Und eine Pfanne. In der Pfanne werden wir uns dann auch was Schönes anbraten. Zum Beispiel geröstete Brennnesselblätter. Aber es wird auf jeden Fall ein Video geben von der Trekking-Tour. Und da werdet ihr dann alles ganz genau sehen. Ich werde mir wieder viel Mühe geben mit dem Video. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich freue mich schon riesig. Ja, also hier noch zwei Wasserflaschen. Ich nehme viel Wasser mit. Weil dort wo wir hingehen, oben auf dem Gipfel, da hat es dann nicht immer sofort Wasser verfügbar. Und ja, ich habe gern Wasser dabei. Also diese zwei Flaschen hier. Die kann ich sehr empfehlen. SICK kennt wahrscheinlich jeder. Und auch diese Carvintia oder wie die heißen, Carvinta. Kann ich auch sehr empfehlen, diese Flasche. Haben auch oben hier schön so ein Löchle. Da kann man dann einen Karabinerhaken. Kann man es dann außen befestigen zum Beispiel. Sehr gut. Die kann man auch ins Feuer stellen sogar. Das ist Edelstahl. Man könnte den Deckel abschrauben und dann so im Feuer Wasser erhitzen. So, dann haben wir hier außen natürlich noch mehr Wasser. Das wird auch noch mit Wasser befüllt später. Dann meinen Gaskocher habe ich dabei. Weil jetzt ist es sehr trocken. Da mache ich nicht überall ein Lagerfeuer. Nur an Grillstellen natürlich. Und wenn ich mal unterwegs auf dem Wanderweg mir einen Kaffee kochen möchte. Etc. Oder auf einer Wiese. Dann mache ich kein extra Lagerfeuer an. Dann nehme ich den Gaskocher. Der geht überall. Dann haben wir hier den Schlafsack. Ja, das ist mein leichtester Schlafsack. Ist schon fast zu dick. Aber ich habe jetzt eben wie gesagt keinen kleineren. Sicherlich gibt es für den Sommer noch kleinere vom Packmaß her. Aber der ist wirklich recht leicht. Und ja, ich bin zufrieden mit dem. Der ist von der Firma Marmot. Und ja, es wird eine schöne, angenehme, warme Nacht werden mit diesem Schlafsack. Dann meine Isomatte. Ich habe gern alles im Rucksack drin. Ich habe nicht gern außen eine Rolle am Rucksack oder noch einen Schlafsack hängen. Oder eine Isomatte. Deswegen habe ich diese Falt-Isomatte. Die reicht mir völlig aus. Ich kann die als Rückenteil in meinem Rucksack hernehmen. Und die ist von der Bundeswehr. Und ja, ich halte sehr viel von dieser Falt-Isomatte. Ist sehr gut. Da drin versteckt habe ich meinen Grillrost. Und da kann ich dann drauf grillen am Feuer. Oder kann auch Brot drauf rösten. Ist immer sehr gut. Gut. Dann mein Tarp. Das ist das Shelter-Sheet der britischen Armee. Habe ich heute mitgenommen. Dazu die Zeltstangen von der BW Zeltbahn. Ich werde da heute einen Aufbau bei der Trekking-Tour ausprobieren. Und ja, das werdet ihr dann in dem Video von der Tour sehen. Aber auf jeden Fall. Also ein Tarp habe ich mit dabei. Diese Zeltstangen. Schnüre natürlich zum Abspann des Tarps. Und dann habe ich hier noch eben Heringe drin. Sicherlich kann man die Heringe auch draußen selber schnitzen. Aber ich möchte da eben die Zeit anders verwenden. Und habe mir eben die Heringe schon hier im Säckle mitgenommen. Und dann habe ich mein Setup ruckzuck, mein Tarp abgespannt, meinen Schlafsack reingelegt. Und dann steht mein Platz. Und ich kann für die anderen da sein. Ja, ich glaube das war es hier drin. Ja, dann hoffe ich, ich konnte dir mit diesem kleinen Ausrüstungsvideo ein wenig bei deiner Entscheidung helfen. Was du beim nächsten Mal mitnimmst. Was jetzt auf jeden Fall noch da hineinkommt, wird eine Regen- bzw. Windjacke sein. Natürlich noch ein Pullover für abends warme Klamotten. Ich ziehe mir eine lange Hose an für die Wanderung und Wanderstiefel. Die brauche ich in diesem Terrain hier auf jeden Fall. Und wenn ich dann im Camp bin, laufe ich auch mal gern barfuß, ziehe die Wanderschuhe aus. Versuche meine Socken trocken zu halten. Ich nehme noch ein zweites Paar Socken mit für abends. Das ist immer so, wo man ein bisschen drauf achten sollte. Zwei Paar Socken. Ja, damit man trockene Füße hat. Und ja, ansonsten noch etwas zu essen natürlich. Noch ein paar Kleinigkeiten, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Ja, gut. Also dann freue ich mich, dass du reingeschaut hast. Wie gesagt, da wird ein Video von dieser Tour kommen. Würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch schenkst für dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Neue Abonnenten sind herzlich willkommen. Passt auf euch auf, Leute. Alles Gute, viel Freude in der Natur. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich habe hier einfach Tretter drunter. Hier ist so eine Stille. Es ist absolut still. Hallo Leute. Willkommen hier mitten aus der Natur. Und wie ihr merkt, bin ich etwas ruhiger geworden nach meiner letzten sechstägigen Wanderung. Und ja, wir sind heute hier unterwegs, machen eine schöne Trekking-Tour. Sind jetzt wieder hier am Blindensee angelangt. Machen wir eine kleine Pause. Ja, es hat schon zwischenzeitlich mal geregnet. Wir haben alle unsere Regen-Ponchos angezogen. Und Regen und Sonne mischen sich. Wir sind gespannt aufs Wetter. Ich zumindest, weil die meiste Zeit hatte ich jetzt immer schönes Wetter. Und so ein Regenwetter ist auch mal ganz gut. Man kann die Ausrüstung mal wirklich testen. Taugt mein Tarp was? Ist mein Aufbau gut oder läuft da Wasser rein? Also bin gespannt und freue mich. Ja, und mit dabei, der Michael. Der Michael, der Peter und stell du dich selber vor, wenn du schon hier dabei bist. Hallo, ich heiß Ivo und ich habe es mal ausprobiert. Genau, der Ivo hat nämlich auch einen Youtube-Kanal. Nein. Hast du rein? Nein, habe ich nicht. Aber er hat eine GoPro-Kamera auf jeden Fall. Vielleicht kommt man irgendwann noch einen Youtube-Kanal. Ja, würde mich freuen, wenn ihr uns begleitet auf der Tour. Ich werde ein paar interessante Aufnahmen machen. Es gibt was zu lernen, was zu sehen. Wir werden versuchen, euch was zu zeigen. Und viel Spaß beim Video, Leute. Wir sehen uns. Ja, was sehr vorbildlich ist, dass wir alle trockene Früchte dabei haben. Und jeder hat hier seine Spezialmischung. Der Ivo hat hier von Seeberger Studentenfutter. Und dann hat er noch so einen ganz leckeren Beerenmix. Peter, du hast die. Ja, ich habe hier so einen Mix von Kaufland. Die sind aber auch sehr gut. Die Kokosnuss-Suppert drin. Beerenussmix, der war sehr, sehr lecker. Da sind auch kleine Himbeeren drin. Physalis, Preiselbeeren. Sehr, sehr lecker. Hat mir sehr gut geschmeckt. Und du hast hier Nuss-Obstriegel. Die sind vom Aldi. Knuslerone. Gut. Alles Aldi. Sehr gut. Alles Aldi. 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 jetzt haben wir uns gerade die füße mit dem schemak abgetrocknet die sind super teile merke ich gerade auch mitnehmen als handtuch für alles geschirrtuch kopftuch das habe ich mir gekauft schon ein bisschen länger her und das habe ich mir bei amazon glaube ich bestellt und das sind ein paar Sachen ja bisschen blau meine hände vom blaubeeren essen also das sind so streichhörser die nicht ausgehen aber man kann die auch ins wasser halten oder so oder wenn sie nass sind kann man die eins hinten ist alles gut dann habe ich von naju da war ich im lager da habe ich mir eine lupe noch dazu getan die ist aber nicht da drin dann halt schnüre die man immer brauchen kann falls man mal nach hilfe braucht dann kann man dann kann man halt pfeifen dann haben wir hier so eine kleine handsäge funktioniert nicht so gut ja kenne ich die taugen nicht viel ich finde sie ganz lustig also der erste schnitt ist immer super weil dann hier noch nicht so holz drin ist weil da ist nämlich hier da ist immer direkt das holz muss man halt so sägen klappt nicht so gut dann hunger am see ein kleines angelset mit wirbeln schnur haken und gewicht natürlich dann zum reparieren von kleidung nadelfaden knöpfe dann ein bisschen draht kann immer gut gebrauchen in richtung fallen bauen oder ähnliches noch ein kleines dünneres festeres schnürchen auch immer total gut um irgendwas zu befestigen und dann hatte ich eigentlich noch ein kleines stückchen watte aber es ist ja schon fast leer und normale hier beste wie heißen die denn rettungsweste da kann man auch jemanden der unter kühlt ist oder so einwickeln kann man sich die hängematte daraus bauen alles mögliche super gut ja hier habe ich sträume genommen die kürzen auf diese länge dann nimmt man sich eine flach zange dass die so weit raus gucken dann macht man eine flamme drunter dann schmoren die dann drückt man die mit der zange zusammen und hat man schon ein ende zu kann man es einfüllen macht das dann hier oben genauso zum beispiel öl und kann man das nehmen als zucker und hier habe ich gewürze drin dann macht man das anders da verschmort man nur ein ende lässt das andere ende offen auf jeden fall kommt da was raus wo gibt es diese röhrchen weil ich nicht schon recht groß und durchmesser hier ich kenne es nur die normalen strohallen die kriegt man auch party laden so vielleicht tränke laden oder tränke laden billig laden wow da macht man das zusammen super ich kenne die sind ganz praktisch hier schön gekochteter schnittlauch olivenöl dill habe ich gesehen ein kleines ding salz pfeffer paprika curry schön aber nicht selbst gemacht das andere ist echt genial klasse kann man richtig loslegen mit der kocherei heute abend heute machen wir mal feuer mit dem funkenschläger wir müssen sagen es hat tagelang geregnet hier also es ist alles klamm und feucht aber wir probieren es jetzt einfach vorhin habe ich erklärt beim anzünden im zundernest das hat ein kleines kleiner junge erzählt soll man sich vorstellen dass da ein schmetterling drin liegt wenn ich das zundernest zu fest drücke dann würde ich den schmetterling zu drücken würde ich zu fest rein pusten würde der schmetterling wegfliegen mit dieser kleinen gedankenhilfe bekommt man vielleicht sein zundernest entzündet super evo klasse also auf geht's zum feuer flammen füttern ganz toll gemacht das war alles leicht klamm hätte ich jetzt nicht gedacht wir haben hier späne vorbereitet weil die rinde von allen hölzern nass sind da brennt da nix jetzt müssen wir hier kämpfen ja der erste halbe tag nähert sich dem ende also wir haben wie gesagt eine schöne kleine wanderung gemacht haben jetzt hier ein feuer entzündet alle unsere tarps aufgebaut die werden wir uns morgen früh bei schönerem licht anschauen und ja das wetter hebt gut wenn heute nacht ein regenhusch kommt bin ich gespannt wird schön gemütlich dann jetzt machen wir uns alle was zu essen hier peter kocht sich eine linsensuppe die ist sehr lecker in seinem kleinen hedenstalltöpfchen hier ganz gemütlich der michael habe ich vorhin gesehen hat so eine bistro salami und kartoffelbrei und schinkennudeln lecker und das mit salami ich denke das ist okay das ist luxus das gibt dann energie zurück schön gehen aus dem lederbeutelchen zunder allem drum und dran und hier haben wir brennässeln die werden wir gleich anbraten in butter knusprig frittierte brennässeln etwas grillfleisch wir gönnen uns heute am ersten abend was und morgen wird es dann ein bisschen spartalischer und du kochst ein leckeres süppchen frühlingssuppe frühlingssuppe und ich muss dazu sagen wir haben alle gaskocher dabei weil wir eigentlich jetzt so im sommer weniger feuer machen jetzt hat es lange geregnet hier haben wir die möglichkeit für ein feuer wenn wir unterwegs sind dann kochen uns mal einen kaffee und eine suppe einfach auf dem gaskocher und geht recht schnell ich wollte auch eigentlich im feuer kochen aber ich habe das besteck hierfür vergessen es gibt hier einen griff für den kann man dann einfach ins feuer stellen alles klar deswegen nutze ich jetzt auch die gaskartusche und sonst könnte ich auch von mir lederhandschuhe haben dann kannst du damit rausnehmen wie du meinst ja gucken wir gleich nochmal alles klar so das ist das jetzt brauche ich noch mein brot um dann gibt es was zu essen gut ja es wird langsam dunkel recht bewölkt wir haben jetzt glaube ich halb neun ja und dann werde ich mich mal verabschieden und sage gute nacht und ja 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 Wie angekündigt, das Video, was ich in meinem Rucksack drin habe, kurz zum Verständnis. Ich war jetzt von Freitag bis heute Sonntag auf einer Trekking-Tour, bin frisch wieder zurückgekommen. Die ganzen Sachen sind also jetzt schon drei Tage verwendet worden von diesem Rucksack. Ich werde jetzt den Rucksack auspacken und genau erklären, was ich dabei habe und wie ich es verwendet habe. Und anschließend daran werde ich dann den Rucksack wieder einpacken und dir dann genau zeigen, wie ich eben meinen Rucksack packe. Ja, dann würde ich sagen, los geht's! So, jetzt habe ich alles hier ausgebreitet und sage dir, was in diesem Bundeswehrkampfrucksack alles drin war. Und zwar habe ich die Sachen nach der Wichtigkeit der Bedürfnisse ausgebreitet. Und zwar als allererstes kommt Shelter. Hier mein British Army Shelter Sheet. Das ist eine große Plane mit Schlaufen und Ösen. Gibt ein gutes Shelter ab. Hier noch habe ich als zweites dabei ein kleines Bascha. Das ist auch so eine kleine, leichte Regenplane. Die passt super in diese kleine Tasche hier rein. Eignet sich auch zwischendurch, während man das große Tarp aufbaut, zum Abdecken der Ausrüstung. Ein sehr vielzweckmäßiges, schönes, kleines, leichtes Bascha. Heringe, Zeltstangen. Hier in dem Sack ist Paracord-Schnur. Hier hatte ich meine Ticket to the Moon Hängematte dabei. Denn ich habe mir ein Hammock, ein Hängematten-Shelter gebaut. Das war so bequem da drin, aber ich habe dennoch gefroren wie ein Schneider die letzten drei Tage hier auf dieser Trekking-Tour. Und hier Seile zum Abspannen dieser schönen Hängematte. Ich habe sie auch ein bisschen in Tarn gekauft. Dann den leichten Sommerschlafsack, der jetzt zu leicht war. Und hier meine Fließdecke. Die kann man auch mit einem Reißverschluss zusammen machen, so wie zu einer Art Schlafsack. Und gibt dann ein Inlet für diesen Schlafsack. Aber ja, die Zeit ist jetzt vorbei. Ich werde jetzt auf einen größeren Schlafsack wieder umrüsten. Dann Wasser als nächstes Bedürfnis. Hier mein Katadyn Wasserfilter Pocket. Ein ausgezeichnetes Teil. Ist also Schweizer Markenqualität. Und gerade wenn ich mit mehreren Leuten unterwegs bin und viel Wasser brauche, dann habe ich den hier dabei. Ansonsten habe ich auch den Sawyer Wasserfilter. Der ist auch super, wenn ich solo unterwegs bin. Aber jetzt nehme ich dann doch den her. Das geht schneller. Allerdings habe ich von Sawyer diese Beutel hier, diese Wasserbeutel. Die sind erstklassig. Da fülle ich dann von dem Filter das Wasser da rein. Und wenn die Beutel leer sind, so wie am Anfang, wenn ich weiß, wir machen jetzt eine größere Strecke, laufen die, dann fülle ich nur einen Beutel zum Beispiel und lasse die anderen leer. Einfach um Gewicht zu sparen und fülle die dann später auf. Also sie haben ein sehr schönes, geringes Packmaß. Und tipp, tipp, top. Hier meine Clean Kantine. Wasserkanne hier drin in einem Becher. Passt wunderbar hier rein. Und der Vorteil ist, man kann diese Flasche hier auch als Wärmflasche verwenden. Ja, als nächstes Werkzeug, Messer. Hier, Schweizer Taschenmesser mit großer Klinge, Säge, verschiedenen Werkzeugen. Ganz wichtig hier oben, die Pinzette kann man immer mal brauchen. Dann ein Mora, ein ganz einfaches Mora. Ich werde jetzt in kommenden Videos noch schöne andere Moras, auch das Black Buschkraft oder Buschkraft Black, wie es heißt, vorstellen. Das hat es jetzt hier getan. Ist auch sehr leicht, deswegen hatte ich es dabei. Zundermaterialien zum Feuermachen. Hier einen Firesteel. In dieser Tüte war Zunder drin, Birkenrinde, trockenes Gras. Natürlich jetzt leer. Dann hier noch Kien sparen, habe ich immer dabei. Gerade bei Nässe ist das, also das, um Feuer anzumachen. Kien sparen möchte ich nicht mehr verzichten. Ist mein Lieblingszunder geworden. Also erstklassiger Kien sparen. Dann hier Klamotten. Ein Wollunterhemd aus Wolle, das wärmt mich nachts. Und das ist tiptop langärmlich. Eine Fleece-Pullover, der ist super, wenn er auch mal feucht wird, trocknet schnell ab und gibt mir auch Wärme, weil er hier so ein schönes Flanell hat. Die Wäsche transportiere ich hier in einer Tüte, damit sie schön trocken bleibt. Und achte auch immer darauf, dass meine Wechselwäsche trocken ist. Was hier drin ist im Rucksack an Wechselwäsche, muss trocken sein. Man darf niemals, es darf niemals vorkommen, dass alle Klamotten nass sind. Da muss ich die trocknen, sonst werde ich rucki-zucki krank. Hier mein Poncho, wenn es regnet. Bundeswehr-Poncho mit Kapuze. Und dann noch eine Schirmmütze. Hat den Vorteil, ich kann die Kapuze des Ponchos hier drüber stülpen. Habe ich keine Schirmmütze, hängt mir die ganze Zeit die Poncho-Kapuze im Gesicht. Und das kann ich mit dem Käppi hier einfach verhindern. Oder es dient auch als Regenschutz, Sonnenschutz, tiptop. Ich werde mir aber demnächst noch einen Boonie holen, einen Flecktarn. Werde ich euch dann zeigen. So, zur Verpflegung. Hier in dem Stoffbeutel ist meine Verpflegung drin gewesen. Ich verpacke das gerne in diesen Gefrier-Allzweckbeutel. Die kann ich mehrmals verwenden. Sind super. Hier war jetzt Tee zum Beispiel drin. Dann gibt es hier so schönes Dressing, wenn wir draußen Wildkräuter essen. Ich nehme auch bitte gern ein paar Tomaten, Zwiebel mit. Ich sammle dann draußen Wildkräuter. Und dann kann man das hier mit dem Dressing dann doch schön marinieren. Schmeckt etwas besser. Und die Kräuter kommen auch so gut an. Dann nehme ich gerne von Maggi oder Knorr. Diese Typen, weil sie eben leicht sind. Und diese Trekking-Nahrung, die gibt es auch in Beuteln. Die ist mir einfach zu groß und schmeckt mir nicht so gut. Und ich gehe einfach zum Supermarkt um die Ecke und hole mir das hier. Das ist wie Trekking-Nahrung in meinen Augen. Ich werde immer satt von den Dingen. Die schmecken super. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Habe ich mal was Neues mitgenommen. Uncle Benz. Reis, Express, Basmati-Reis mit Curry. Und man kann ja auch immer was dazufügen da, was man so draußen findet. Zum Beispiel Pilze. Ich habe auch diesmal eine Waldpilzsuppe dabei gehabt. Wir haben viele Pilze gesammelt. Und dann mache ich so eine schöne, leckere Pilzsuppe. Einfach die Suppe aufkochen und die frischen Pilze rein. Ah, ein Gedicht. Butter habe ich immer dabei, weil wir frittierte Brennnesseln draußen machen. Und auch aufs Brot. Ich habe immer ein Laib Brot dabei. Esse ich gern mit Butter. Hier ist Zucker und Kaffee drin. Mein Löffel, was Frisches. Hier ein Apfel. Der Trangia-Kocher mit Spiritus. Der Spiritus kommt hier in dieses extra Fläschle. Gehört nicht mir. Habe ich vom Buschstani ausgeliehen bekommen. Ist ein super Teil. Super praktisch und sicher. Man kann hier oben schön den Spiritus dann hier reinfüllen. Ja, und das hat auch ein kleines Pfännle, dieser ganze Kocher. Und das Schöne bei dem Kocher passt wunderbar zusammen. Hat ein kleines Packmaß. Ist leicht. Nachteil ist es Aluminium. Ich bin da immer noch auf der Suche nach was Neuem. Hab da schon mehrere Sachen im Auge. Dank euch, weil ihr mir so schöne Kommentare schreibt, Tipps und Hinweise gebt. Und da werde ich mir noch was Alternativen holen aus Edelstahl. Ganz, ganz wichtig. Erste-Hilfe-Set hier. Mein kleines zusammengestelltes mit einem kleinen Schweizer. Auch wieder Pinzette drin hier. Desinfektionsspray. Aber das stellt sich jeder individuell zusammen. Eine Rettungsdecke, Zahnbürste, Teebaumöl. Damit putze ich mir die Zähne. Ja, hier unten drunter habe ich die faltbare BW-Isomatte. Auf dieser Isomatte schlafe ich. Ja, soweit zur Ausrüstung. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie ich persönlich den Rucksack packe. Jeder macht es ein wenig anders. Grundsätzlich achte ich darauf, dass die schweren Sachen möglichst unten sind, soweit es geht. Oder in den Seitentaschen eben, dass das Gewicht auch verteilt ist. Nicht, dass auf einer Seite ganz schwer alles ist und auf der anderen Seite leicht. Dann hängt der Rucksack ein bisschen schief. Das Gewicht soll also schön auf beiden Schultern verteilt sein. Darum geht es. Gut, also gucken wir mal. Um dem Rucksack die nötige Stabilität zu geben, packe ich in die hintere kleine, extra dafür vorgesehene Tasche diese Faltmatte hinein. Und dann hat der Rucksack sozusagen ein Rückenteil bekommen. Denn er hat kein eigenständiges Gerüst hier hinten und wäre so schlapprig. Grundsätzlich stecke ich die Matte so in jeden Rucksack hinein. Jetzt kommt diese Fließdecke hier ganz unten hinein. Unten ist sozusagen so eine Art Kleiderfach, denn hier kann ich nochmal extra mit einem Reißverschluss das hier öffnen und habe da schnellen Zugriff. Und ich stopfe hier unten einfach als Boden diese Decke rein, den Schlafsack hinein, das Baschertarp, die Hängematte. Und versuche hier unten schön zu stopfen, damit er hier unten sich auch gut füllt und kein luftleerer Raum entsteht. Denn sonst knickt er wieder zusammen. Der muss gestopft werden, der Rucksack, dass er schön prall und fest ist. Dann mein Bascher, eine kleine Mehrzweckplane, um alles mal abdecken zu können. Jetzt die Seile für die Hängematte, meine Wechselklamotten. Je nach Wetterlage mache ich den Poncho auch ziemlich in die Mitte oder ganz unten rein. Wenn es regnet, mache ich den natürlich ganz nach oben, um ihn schnell griffbereit zu haben. Wie du sehen kannst, ist hier immer noch reichlich Platz im Rucksack. Hier ist auch noch so eine schöne Schürze hier oben. Also man kann hier viel, viel reinstopfen. Jetzt kommt hier die Verpflegung hinein. Natürlich war der Sack am Anfang, der Verpflegungssack noch etwas voller. Und ich habe immer noch Raum hier drin. Komme aber nun jetzt zu den Seitentaschen. In die eine Seitentasche mein Wasserfilter-Set, Katadyn Wasserfilter aus der Schweiz. Dann schaue ich, dass hier noch diese Behältnisse reinpassen, diese Beutel. Zwei Stück ungefähr noch. Das Schöne an dieser Tasche ist, ich kann es hier einfach etwas rausstehen, ich kann es hier überstülpen. Und es ist auch klasse, wasserdicht, wasserabweisend. Also hier ist eine Gummierung und ich bin sehr zufrieden mit meinem Rucksack. In die andere Seitentasche mache ich diese Tasse hinein und stelle dann in die Tasse die Clean-Kantinflasche hinein. So, schließe den Deckel und habe hier immer mein Wasser. Da jetzt auf der linken Seite mehr Gewicht ist, versuche ich noch ein wenig hier auszugleichen. Auf der rechten Seite stopfe ich meinen Spiritus hier rein. Stelle meinen Kocher noch hier oben rein. Die Heringe haben auch noch etwas Gewicht. Die kann ich auch noch hier wunderbar reinschieben. Meine Arbeitshandschuhe oben drauf, die Schnur. Somit wäre das Hauptfach schon mal soweit gefüllt. Schließe das hier. Hier auch, schließe den Deckel. Hier oben in die Deckeltasche kommt mein erster Hilfeset, damit ich da schnellen Zugriff habe. Ich stoppe das so weit wie möglich hier rein. Rettungsdecke. Zahnbürste. Teebaumöl. Und meine Warnweste, um schnell auf mich aufmerksam machen zu können. Oder wenn ich abends an der Straßenseite laufe, damit die Autos mich sehen. Ziehe das hier zu. So, dann habe ich vorhin vergessen, hier ist auch noch so eine Tasche. Hier habe ich meine Trockenfrüchte drin. Und alles, was ich so nebenher esse, um mich zu stärken, habe ich hier oben drin. Auch mal ein paar Teebeutelchen, um mit schnellen Tee kochen zu können. Gut. Ja, die Mütze würde auch noch reingestopft passen oder gleich auf den Kopf. Dann habe ich hier noch dieses Messer, das trage ich am Gürtel oder auch teilweise mal im Rucksack. Den Kienspann kann ich auch noch locker in eine Seitentasche hineinstecken. Für den Firesteel und den Zunder hat es hier vorne noch eine Tasche. Da kann ich das gut reinstecken. Oder ich stecke es einfach in die Seitentasche meiner Hose. Das Schweizer Messer stecke ich auf jeden Fall hier in meine Hosentasche hinein. Ja, jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, was dieser Rucksack so wiegt. Zu dem Thema muss ich sagen, ich wiege meine Sachen nie in meinen Rucksack, weil ich immer nach Lust und Laune packe. Mal möchte ich leicht unterwegs sein. Oder, ja, ich nehme das mit, was ich brauche. Manchmal nehme ich auch meine Zeltbahn mit, auch wenn die etwas schwerer ist und aus Stoff. Ich bin momentan so fit und kann so gut laufen, dass das Gewicht für mich nicht so eine große Rolle spielt. Ich achte auf gewisse Dinge. Aber, ja, ich nehme das mit, was ich draußen habe, was ich mal draußen verwenden möchte. Mal schwerer, mal leichter. Aber grundsätzlich gesagt ist der Rucksack, ja, in meinen Augen der hier sehr leicht. Der ist auch sehr klein, wie du sehen kannst. Also, das ist kein riesen Drecking-Rucksack. Und, ja, im Winter wird er bestimmt größer. Allerdings auch nicht viel größer. Ich könnte den auch super verwenden, weil Schlafsack lässt sich hier oben drauf spannen. Eine Isomatte kann auch unten befestigt, unten dran befestigt werden. Also, der Rucksack ist eigentlich für mich Sommers wie Winters ideal die Größe. Und, ja, im Winter gibt es dann, oder Herbst, Winter ein Update auf jeden Fall. Wenn ich dann stärkeres Material, größere Ausrüstung mit rausnehme für Kälte, werde ich dich auf dem Laufenden halten. Gut, soweit zum Video. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar wichtige Infos mitteilen, dir ein paar Anregungen geben und dir weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, Kritik oder Kommentare, irgendwas dazu sagen möchtest, dann schreibt mir einfach. Neu Abonnenten sind herzlich willkommen, Leute. Schickt mir eure Themenanfragen. Ich gehe darauf ein, damit ich weiß, was ihr wissen möchtet, was interessant für euch ist. In dem Sinne, viel Freude in der Natur. Passt auf euch auf. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssli. Und hier draußen trinke ich gerne einen waschechten Cowboy-Kaffee. Einfach Kaffeepulver in die Tasse geben mit kochendem Wasser. Einmal aufkochen lassen. Und dann gebe ich ihn. Hallo Leute, willkommen hier, mitten aus der Natur. Und es ist früher Morgen. Und wer das letzte Video gesehen hat, der hat gesehen, dass ich hier in diesem selbstgebauten Shelter übernachtet habe. Ja, und ich möchte jetzt noch auf die Ausrüstung genauer eingehen, welche ich bei dieser Übernachtung dabei hatte. Wie gesagt, ich hatte leichtes Gepäck dabei und mir war es wichtig, einfach kein großer Aufwand, kleiner Rucksack, einfach rausgehen und mal kurz eine Nacht im Wald übernachten. Sozusagen ein Mini-Abenteuer. Ja, und damit du weißt, was ich da für alles gehergenommen habe, gebraucht habe, mache ich dieses Video und zeige dir jetzt, was hier in diesem Rucksack alles drin ist. Also, da es recht kalt ist diesen Morgen und meine Finger ja richtig kalt sind, mein Körper ist warm, habe ich die Handschuhe angezogen. Die habe ich immer dabei. Das sind die Tracker-Handschuhe. Die gibt es bei Ebay. Gibt es in verschiedenen Größen. Die sind innen drin gefüttert. Und die sind sehr, sehr gut, weil sie weiches Leder haben. Diese Baumarkt-Handschuhe, die sind für draußen nicht so gut geeignet. Die hier sind prima. Als Rucksack habe ich dabei den US Assault von der Firma Miltec. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Rucksack. Ja, die Vorteile sind, man kann sich sehr gut mit diesem Rucksack organisieren. Er hat außen ein Molle-System, breite Drahtgurte hinten, hier hinten sogar noch ein Fach für die Trinkblase. Ich verwende aber keine Trinkblasen. Er hat einen breiten Bauchgurt, trägt sich sehr gut. Man kann sich mit dem Rucksack prima organisieren, weil er eins, zwei, drei, vier Taschen hat. Hier so zwei kleine, eine mittlere Tasche, ein großes Hauptfach. Hier außen, wie gesagt, das Molle-System, da habe ich dran befestigt, mein Schweizer Taschenmesser hier in dieser Tasche. Hier mein Mora-Messer. Dann habe ich hier außen dran eine Tasche von Tech Gear. Und das ist meine Kameratasche. Hier ist meine Spiegelreflex-Kamera drin. Und das ist auch ein Molle-System, lässt sich sehr leicht abmachen. Ja, meine Kamera ist hier drin wunderbar geschützt. Und es ist noch ein Tarnfarben, was mir natürlich immer besonders gut gefällt. Hier außen, auch von der Firma Mülltec, eine kleine gepolsterte Tasche. In dieser Tasche habe ich mein Feuer-Kit drin, sozusagen. Ein Feuerstahl. Watte mit kleinen Kienspanbröseln. Ein großes Kienspanstück. Und Birkenrinde. Dann habe ich hier im Hauptfach ein Handy mit Prepaid-Karte. Hat besseren Empfang als Smartphones. Der Akku hält zwei Wochen. Und noch einmal Streichhölzer. Ja, und da wäre noch Platz in dieser Tasche. Da kann ich noch mehr einfüllen. Kommen wir weiter zum kleinen Fach hier vorne. Hier habe ich noch ein bisschen was zum Schweißen drin. Brot, Tomate, Butter, kleines Kamerastativ. Mein Sawyer Wasserfilter-Kit. Ein Beutel, in dem ich das Schmutzwasser reinfülle. Hier der Filter. Und dann kann ich das saubere Wasser hier durchpressen. Dann in dieser weiteren vorderen Tasche. Was ich dazu sagen muss, hier außen sind solche Gurte. Weil die Tasche ja ziemlich breit wird, dieser Rucksack. Man kann ihn aber hier festzuchen. Er hat auch hier oben einen Tragegriff und lässt sich sehr gut handeln. Und ich mache jetzt mal die äußeren Zucker auf. Dann komme ich leicht an die Tasche ran. Ja, hier nochmal was zum Essen. Hier meine Zahnbürste in diesen Klippbeuteln. Die sind sehr gut, diese Klippbeutel. So, das war es auch schon hier vorne. Kommen wir zum mittelgroßen Fach. Hier ein Poncho, auch von der Firma Miltec. Polyamyd beschichtet. Ich bin sehr zufrieden mit dem Poncho. Er ist wasserdicht. Das ist also nicht die billige Version für 20 Euro. Der kostet 29 Euro. Ist beschichtet dafür. Und ja, ist von der Qualität gut. Also er ist tipptopp. Hat mich beim Regen trocken gehalten. Schön in Flecktharm. Ich habe ihn jetzt als Bodenplane benutzt bei dieser Tour. Empfiehlt sich immer. Eine Wasserflasche. Kiwanta. Kiwanta heißt es ja. Kiwanta. Der Vorteil bei dieser Flasche. Er hat eine große Öffnung. Und man kann hier auch diese Flasche mit warmen Tee oder Wasser befüllen. Und ich kann die auch ins Feuer stellen, diese Flasche. Da drin Wasser erwärmen. Und ich kann diese Flasche auch als Wärmeflasche verwenden. Könnt hier warmes Wasser einfüllen. Mir abends in den Schlafsack reinlegen. Deswegen habe ich diese Flasche dabei. Die ist multifunktional. Ja, nochmal ein Beutel mit Tees drin. Dann mein Drangia-Kocherset. Das kennt ihr ja bestimmt. Der Vorteil ist eben, dass man alles hier reinpacken kann. Es ist sehr klein, handlich und leicht. Mein Trinkbecher. In dieser kleinen Flasche habe ich noch Ersatzspiritus drin. Und da ist noch einiges übrig. Ja, nochmal ein Beutel mit Nüsse, Trockenfrüchte. Das ist immer Energienahrung. Dann kommen wir zum Hauptfach. So, mal ganz auf hier. Im Hauptfach drin befindet sich mein Schlafsack. Passt hier locker rein, wie ihr seht. Ich habe es immer gern, wenn alles im Rucksack drin verpackt ist. Ich mag es nicht, wenn außen so viel dran baumelt. Das stört auch beim Laufen. So war es jetzt wunderbar. Das Firma Marmot, Größe M. Guter Schlafsack hat mich heute Nacht warm gehalten. Hier meine BW-Faltisomatte. Die passt perfekt hier rein. Wie man sehen kann, ist der Rucksack hier innen auch beschichtet. Ist also weitestgehend wasserdicht. Einziges Mango ist natürlich, dass die Reißverschlüsse hier außen sind. Hier könnte Feuchtigkeit eindringen. Und dann hat er hier unten noch am Boden solche Schlaufen. Die sind auch super. Da kann man eine Jacke befestigen. Oder jetzt wie hier diese Fließdecke. Klamottentechnisch habe ich auf jeden Fall meine Mütze. Dabei nennt sich Beanie. Das ist so eine dünne Mütze. Dann hier diesen Combat Anorak. Nennt sich der. Der ist auch von der Firma Miltec. Kostet auch nicht viel. Ist sehr, sehr günstig. Und ja, der hat mich gut warm gehalten. Ich bin positiv überrascht von diesem Anorak. Der gefällt mir sehr gut. Sieht gut aus. Man kann ihn auch in der Stadt tragen. Und er hat hier eben diese Kapuze noch. Was sehr viel bringt. Gerade im Schlafsack hat es mich hier oben doppelt gewärmt. Die Mütze, Kapuze. Wunderbar. Schön ist, hat hier vorne so eine gute Bauchtasche. Da kann man auch mal was reinstecken zwischendurch. So eine Handschuhe oder einfach was reinstopfen. Und das später wieder leicht rausholen. Dann habe ich mein Schemag dabei. Das ist so ein Tuch. Das ist sehr, sehr groß. Und ich nehme das für alles her. Als Halstuch. Als Kopfkissen habe ich es jetzt hergenommen. Man kann damit, wenn es mal richtig kalt wird, sein ganzes Gesicht einpacken. Und man kann sich auch, könnte damit Sachen ein bisschen abtarnen. Das ist schwarz und oliv. Ja, und ich nehme es auch als Handtuch. Wenn ich mich jetzt irgendwo wasche, kann ich mich damit kurz abtrocknen. Ja, dann natürlich gute Wanderschuhe. Eine Trekking-Outdoor-Hose. Die von Fjellreven habe ich an. Die Barrens-Hose. Die ist auch klasse. Diese Hose, weil man kann sie einwachsen. Und dieses Polyester-Baumwoll-Gemisch, das trocknet sehr schnell ab. Ist hier vorne an den Knien verstärkt. Hat hier eben diese Doppeltaschen, diese Fjellreven-Hosen. Hier so eine kleine Tasche. Hier haben die sogar so eine Messertasche, die unten aufgeht. Man könnte hier einen ganzen Axtstiel zum Beispiel durchstechen. Durchstecken, nicht durchstechen. Und ja, es ist aber unbequem zum Laufen dann. Und es ist dieses G1000-Material. Und es ist schon ein besonders gutes Material. Auch wenn man durch Brombeer-Hecken läuft. Die Dornen, die verhettern sich nicht so in dem Material. Es ist also qualitativ sehr hochwertig. Hier meine Seitentasche. Outdoor, dieses Mini-Erste-Hilfe-Set. Das findet ihr auch, falls ihr das sucht, zum Beispiel in meinem Outdoor-Shop drin. Da habe ich die. Dann habe ich in meinen Taschen. Ja, sonst nichts Bewegendes mehr. Als Unterwäsche habe ich jetzt einfach einen Fleece-Pulli an. Ein Funktionst-T-Shirt, ein langärmeliges. Ich habe immer gerne diese Long-Sleeves dabei. Also langärmelige T-Shirts. Die sind super. Gerade wenn man auch ein bisschen schwitzt, so wie ich. Man kann die dann ausziehen und später wieder anziehen. Und die wärmen recht gut. Ja, und das war es schon für diese Übernachtung. Also ich könnte locker nochmal einen zweiten Tag draußen bleiben, wenn ich jetzt Wasser finden würde. Oder länger. Essen habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen. Aber diese Trockennahrung, da würden noch zwei, drei Beutelchen reinpassen. Dann könnte ich locker mit dem Equipment ein, zwei Tage jetzt im Herbst draußen bleiben. Wir haben frische Temperaturen. Geht aber wunderbar. Noch ein kleiner Trick zum Schluss. Ich möchte jetzt zeigen, wie man mit dem Mora-Messer eine Walnuss sehr leicht knacken kann. Walnüsse sind sehr gut. Gerade wenn man draußen unterwegs ist, sind sehr nährstoffreich. Und die enthalten auch Serotonin. Ein Stoff, der, wo man sagen kann, die Stimmung hebt. Der macht glücklich. Ist auch in Schokolade drin. Ja, und wenn ich also jetzt die Walnuss habe, hier ist der vordere Teil, diese Spitze. Und hier hinten ist sie so verwachsen, sage ich mal. Wenn ich dann mit der Spitze des Messers hier vorsichtig reingehe. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht abrutsche, in meine Hand reinrutsche. Hier vorsichtig reingehe. Und dann einfach die Nuss so aufhebeln. So, dann habe ich die Nuss geöffnet. Und ja, kann die jetzt essen. Nehme ich sie einfach hier raus. Wunderbar, die schmecken sehr, sehr lecker. Ganz einfach. Ohne Nussknacker. Ja, soll meine kleine Animation sein. Auch für euch, Leute. Wenn ihr zum Thema draußen schlafen Fragen habt, dann schreibt mir einfach oder schaut auf meinem Kanal. Ich habe da ein paar Videos gemacht. Draußen schlafen, was da so wichtig ist. Auch so Angst im Wald habe ich behandelt. Oder wie man sich ein Lager aufbauen kann. Verschiedene Dinge. Schaut einfach mal rein. Wird mich freuen. Also, Leute. Ich wünsche euch viel Freude in der Natur. Allzeitsichere Wege. Viel Spaß hier draußen. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssle. Hallo, Leute. Willkommen hier mitten aus der Natur. Und in diesem Video geht es um Ausrüstung. Ich war jetzt vier Tage und drei Nächte hier im Schwarzwald auf ca. 950 bis 1100 Meter unterwegs. Wir haben den Monat November. Das Wetter war durchwachsen. Es war alles dabei von Schnee, Schneeregen, Nacht, Frost und auch Sonnenschein. Teilweise bivakierte ich im Wald oder hier auf dem Platz mit einer Feuerstelle und hatte mein Lager direkt neben einem Feuer aufgeschlagen. Und so habe ich auch meine Ausrüstung zusammengestellt. Und ich fange nach den Prioritäten an, die Ausrüstung vorzustellen. Das Allerwichtigste ist erstmal ein Dach über den Kopf zu haben, das Shelter und der Schlafset aufbauen. Das habe ich jetzt hier ausgebreitet. Gut, also. Mein Dach über den Kopf für diese Tour war die BW Zeltbahn. Die habe ich jetzt hier ganz unten als Unterlage hingelegt. Man kann sich daraus leicht ein Schrägdach bauen. Und zwar mit Hilfe dieser Aluminiumstangen, die sehr leicht sind. Dazu gibt es noch die passenden BW Heringe. Diese Heringe sind etwas breit und passen nicht in jeden Boden rein. Ich habe immer noch etwas dünnere Aluminiumheringe dabei. Die gehen auch in einen steinigeren Boden dabei. Des Weiteren habe ich hier ein kleines Säckchen mit verschiedenen Schnüren, Paracord, um das Ganze abspannen zu können. Die BW Zeltbahn ist gebraucht gewesen. Sie besteht aus fest verwebten Baumwollstoff. Ist wasserdicht. Es hat geregnet. Innen war es trocken. Ja, sie hat ein gewisses Gewicht. Aber der Vorteil ist, dass sie sehr robust, widerstandsfähig ist. Und Löchlein kann ich zunähen mit einem dazugehörigen Nähset, was ich in meiner Ausrüstung habe. Und ich kann sie in jeder Witterung, auch im Dunkeln, aufbauen, da der Aufbau sehr leicht vonstatten geht. Das Zweite, was ich als Backup dabei habe, ist dieses Bergtuch. Das ist auch ein Tarp mit Schlaufen hier. Sehr robustes Material. Dieses Bergtuch ist auch vielseitig verwendbar. Man könnte da drin auch einen Verletzten transportieren oder sich eben, wie gesagt, damit ein Dach abspannen. Das ist sehr groß. Und ja, ich habe es als Gepäck, oder ich habe mir zusätzlich ein Dach neben meiner Zeltbahn gebaut und habe dieses Dach hier als Gepäckfach verwendet, sozusagen. Ja, was ein bisschen der Nachteil ist bei der WW-Zeltbahn, sie ist sehr klein, sehr niedrig. Das heißt, wenn mal wirklich ein stürmischeres, regnerisches Wetter kommt, dann macht es schon Sinn, ein zweites Tarp über der Zeltbahn abzuspannen, damit man einfach noch geschützter ist. Mein Schlafset besteht aus folgenden Utensilien. Einmal diese Elefantenhaut. Das ist so eine Unterlegsplane von der Armee. Die ist von der holländischen Armee, gibt es auch von der Bundeswehr. Schützt das Ganze vor Bodenfeuchtigkeit. Das ist sehr robustes, dickes Kunststoffmaterial. Darauf lege ich meine BW-Faltisomatte. Diese Isomatte hat für mich den Vorteil, dass ich sie zusammenfalten kann. Sie passt locker als Rückenteil in den Rucksack hinein. Ich kann sie auch mal als Sitzunterlage hernehmen. Sie ist sehr leicht und ich brauche diese Isomatte nicht außerhalb vom Rucksack zu tragen. Auf der Isomatte drauf habe ich dann meinen Schlafsack gelegt. Das ist ein gebrauchter Bundeswehrschlafsack, der bestimmt schon 15 Jahre auf dem Buckel hat. Immer noch top funktionsfähig. Im Schlafsack drin habe ich dieses Vliesinlet, was sehr wichtig ist für mich. Sonst wäre der Schlafsack für diese Jahreszeit zu kalt. Das hier ist eher ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack. Also für den Winter eher weniger geeignet. Da friert man drin. Ich musste doch schon mit dem Inlet drin und mit allen Klamotten drin schlafen, damit ich es warm hatte. Also wie gesagt, hier ein Vliesinlet. Sehr praktisch. Ist wie ein Schlafsack hier mit langem Reißverschluss. Und ich kann diese Vliesdecke auch abends als Umhang für meinen Rücken hernehmen. Das Gute beim BWiTS Schlafsack ist, dass er in so einem wasserdichten Sack geliefert wird. Dieser Sack ist also hier außen beschichtet und regenfest. Ich kann den leeren Sack auch super hernehmen, um darin Ausrüstung zu lagern im Camp. Die BW Zeltbahn wird hier in so einer Tasche geliefert, die auch sehr praktisch ist. Ich kann da drin dann auch, wenn sie leer ist, zum Beispiel Nahrungsmittel verstauen. Und so hat alles seine Ordnung. In diesem Schlafsack hatte ich es nachts warm. Ja, wie gesagt, wir hatten Minustemperaturen. Allerdings hatte ich es nur warm, wie gesagt, wegen dem Vliesinlet, weil ich all meine Klamotten angezogen habe. Zu den Klamotten kommen wir später. Ich hatte Mütze an, Handschuhe, zwei Paar Socken. Ja, und so konnte ich es in diesem Schlafsack gut aushalten. Wie gesagt, es war absolut warm. Was ich jetzt noch ergänzen werde, was etwas gefehlt hat, ist ein Kopfkissen. Ich wollte eigentlich das Schema hernehmen, aber das musste ich ständig um den Hals tragen. Ich werde mir also ein aufblasbares Kopfkissen besorgen. Die sind klein, leicht, kann man aufpusten, hat ein Kopfkissen. Das ist sehr, sehr wichtig. Immer den Arm unter den Kopf legen, gerade als Seitenschläfer. Ja, es ist auf Dauer anstrengend und tut irgendwann weh. Also ein Kopfkissen plus einen Biwak-Sack, einen Schutzüberzug für meinen Schlafsack. Den brauche ich auch noch, um den Schlafsack noch etwas mehr vor Feuchtigkeit zu schützen. Gerade wenn man unterm Tarp schläft und nicht im Zelt, macht das absolut Sinn. Ansonsten ist dieses Schlafsack sehr gut. Es ist sehr günstig, sehr robust. Die Nachteile sind, es ist schwer, ein bisschen klobig alles das Material. Und ja, man muss alles ein wenig ergänzen. Es ist halt kein Daunenschlafsack, der mich da ultra wärmt, sondern ich muss halt dazu meine Klamotten anziehen, wenn ich da reinliege etc. Aber es erfüllt seinen Zweck und ist auch nicht mal so schlimm, wenn da ein Loch reinbrennt am Feuer oder etwas kaputt geht. Kommen wir jetzt zu den Klamotten. Es geht bei der Ausrüstung, die ich gerade vorstelle, immer noch darum, meine Körperwärme zu erhalten und trocken zu bleiben. Was das Aller, Allerwichtigste ist, überlebenstechnisch gesehen. Noch bevor ich verdurste oder verhungere hier draußen, unterkühle ich mich und das kann ernsthafte Folgen mit sich ziehen. Also Wärme und Trockenheit ist am Allerwichtigsten. So, was habe ich an? Also jetzt als Basis habe ich an hier ein Achselshirt aus Baumwolle. Darüber habe ich ein langärmliches Funktionsshirt, das also wirklich sehr lang ist, weil es hier ausgeleiert ist. Und das nehme ich auch manchmal so, wenn es kalt ist, ziehe ich es mir einfach über die Hand drüber. Muss nur funktionieren, muss nicht schön aussehen in meinen Augen. Das ist von der Marke Falk, ist sehr gut, kann ich empfehlen. Da drüber ein grünes Baumwoll-T-Shirt. Die Hose ist eine Leo-Köhler-Hose mit großen Seitentaschen. Der Vorteil ist, sie hat hier oben einen Klettverschluss, hier einen Reißverschluss. Ich trage dazu eine Tech-Gear-Koppel, die auch sehr gut ist. Dieser Gürtel lässt sich sehr leicht regulieren. Die Hose ist wunderbar. Die Hose geht auch hier hinten etwas höher, was auch sehr schön ist. Sie sitzt sehr gut. Sie ist sehr robust, die Hose, und hat hier vorne die Knie verstärkt. Und so, des Weiteren habe ich, um meinen Hals zu schützen, hier einen Schemak in Oliv-Schwarz. Wunderbares Allzweck-Teil, kann ich auch als Handtuch verwenden. Oder für sonstige Dinge, ich habe es jetzt die ganze Zeit um den Hals getragen. Dann habe ich dauerhaft meinen Beanie, meine Wollmütze, aufgehabt. Ich kann damit sehr gut die Körperwärme regulieren, sollte mir mal zu heiß werden. Bevor ich die Jacke oder irgendwas anderes ausziehe, ziehe ich erst mal mein Mützchen aus. Und dann kann es sein, mein Körper hört schon wieder auf zu schwitzen. Also dieser Beanie, diese Mütze, war das nächste Teil. Als Schutz vor Kälte habe ich diese Bundeswehr-Unterziehjacke, die mir riesen Vorteile gebracht hat. Hier ist so ähnlich wie ein Schlafsack, ist hier die Isolation, Dämmstoff eingenäht. Die Jacke ist sehr lang, geht hier über den Po rüber. Ich kann sie unten mit Kordelzippern zuziehen, um es hier unten dicht zu machen. Sie hat hier vorne die Öffnung, das heißt, ich kann dennoch leicht an meine Taschen herankommen. Hier eine Brusttasche, was ich auch ganz toll finde. Hier kann ich was reinstecken. Auch nochmal ein Survival-Kit oder Karte, Papier, Stift, was auch immer. Und das hervorragende ist dieser hohe Kragen. Und da bin ich also im Nacken sehr gut geschützt. Und ja, diese Unterziehjacke passt. Hier zu diesem Smog. Dieser Smog kommt aus dem militärischen Bereich. Gibt es in verschiedenen Farben. Muss nicht unbedingt Fleckhahn sein, gibt es auch in schwarz. Der Vorteil an diesem Smog ist, hoher Kragen. Hinten eine Kapuze drin im Rücken, die kann ich rausmachen. Der hat viele, viele Taschen. Er hat sogar hier hinten große Taschen. Das heißt, ich kann mal schnell Handschuhe reinstopfen. Ich kann hier meinen Snacks reinstopfen. Hier hatte ich immer meinen Wasserfilter drin. Ja, und gestern hat es stark gewindet. Der war absolut winddicht. Hat mich gut geschützt. Ist auch wieder sehr robust. Und ja, war eine gute Jacke. Es hat auch geregnet. Und ja, hat auch etwas vor Regen geschützt. In der Seitentasche habe ich mein BW Dreieckstuch. Das habe ich auch aus multifunktionellen Gründen dabei. Ich habe es jetzt einmal gebraucht, weil der Wind so stark war, dass es durch die Mütze durchging. Da habe ich es als zusätzliches Kopftuch dabei gehabt. Kommt hier in die Seitentasche. Zwei Paar Handschuhe. Einmal Lederhandschuhe gefüttert für die Arbeiten, Holz machen etc. Dann hier diese Wollhandschuhe. Einfach zum dauerhaft tragen, wenn es kalt ist. Auch im Schlafsack hatte ich die an. Wunderbar haben gewärmt. Abends für den Schlafsack oder auch immer um die Socken zu wechseln, habe ich diese langen Jägersocken dabei. Die gehen mir bis über die Knie. Und das ist schon fast wie eine lange Unterhose, wenn man die anhat. Das wärmt auch die Beine. Und ja, ich habe die dann über meine Socken drüber gezogen im Schlafsack und hatte sehr warme Füße. Des Weiteren für nachts, wo es richtig kalt war, habe ich hier aus Wolle dieses langärmelige Shirt. Das habe ich dann unten drunter angezogen. Dann darüber diesen Fleece-Pullover. Ja, alle Jacken wieder drüber und das ist richtig warm. Und ich habe es auch noch, dieses Set dabei, falls ich schwitze, was einmal vorgekommen ist, dann muss ich natürlich das Achselshirt, T-Shirt und dieses Funktionsshirt ausziehen, trocknen und habe dann das da angezogen. Also Wechselwäsche, Oberkörper ist sehr wichtig, weil man kommt manchmal ins Schwitzen. Und wenn man dann am Rastplatz ist, muss man sich sofort ausziehen. Man kühlt aus. Man merkt das gleiche, wenn man feucht ist, wenn das T-Shirt leicht nass ist, man kühlt aus. Deswegen ausziehen, Wechselwäsche, trockene Sachen anziehen und ganz wichtig, schauen, dass die Sachen wieder trocken werden. Wenn es richtig losgeht mit dem Wetter, dann hilft keine Jacke mehr was. Dann habe ich diesen Poncho dabei, der schützt auch meinen Rucksack. Den stülpe ich mir einfach drüber. Ja, und gut ist, der ist absolut wasserdicht. Und dann bin ich vor Regen bestens geschützt. Ich könnte ihn auch noch als Notplane verwenden. Ich habe den immer abends verwendet, um meinen Schlafsack darin einzupacken. Dann war mein Schlafsack wasserdicht verpackt. Und ja, das sind meine Klamotten, die ich für diese Tour dabei hatte. Was als nächstes sehr wichtig ist, ist die Versorgung mit Wasser. Diese habe ich mir damit gesichert, indem ich den Sawyer Wasserfilter dabei hatte und zwei solcher Beutel, in denen ich dann einfach das Bachwasser abgefüllt habe. Hier gibt es sehr viele Bäche im Schwarzwald. Die sind auch sehr sauber, aber um auf Nummer sicher zu gehen, filter ich das ganze Wasser. Habe dann einfach direkt vom Beutel getrunken. Oder eben dann dieses Wasser in einen Topf abgefüllt und mit Tee gekocht. Da das Wasser doch sehr kalt ist und das den Bauch oder mir zumindest nicht so gut getan hat, wenn ich so kaltes Wasser getrunken habe. Des Weiteren habe ich noch diese Flasche dabei. Die ist aus Edelstahl. Die hat den Vorteil, dass ich auch hier heißes Wasser einfüllen kann. Sie hat eine große Öffnung und ich kann diese Flasche auch ins Feuer stellen. Da drin auch Wasser erhitzen. Und ich habe diese Flasche auch abends hergenommen, habe mir heißes Wasser eingefüllt und diese Flasche als Wärmflasche verwendet, in den Schlafsack reingelegt, meine Füße, meine Nieren damit gewärmt. Was ich als nächstes für wichtig erachte, ist die Eigensicherung. Dazu zählt die Outdoor-Erste-Hilfe. Ich habe hier ein Erste-Hilfe-Set, ein großes. Das steckt im Deckelfach meines Rucksacks ganz oben drin. Dort ist Verbandsmaterial drin, Pflaster, Wunddesinfektion. Dann hier so ein Flipchart, da kann ich mal immer wieder reinschauen, mich weiterbilden. Outdoor-Erste-Hilfe, da steht alles Wichtige drin. Dann habe ich hier sogar Geld drin. Auch kleine Münzen zum Telefonieren. Größeres Geld, falls ich mal eine Tour abbrechen muss und kann von dort aus nicht abgeholt werden. Würde mit dem Bus fahren, mit dem Taxi oder bräuchte Hilfe von anderen Menschen. Dann ist Geld in unserer Welt einfach wichtig. Mit Geld kann ich viel machen und mir auch natürlich helfen. Des Weiteren ist hier drin eine Kopie meines Ausweises. Dann habe ich dabei eine Karte hier von der Region, eine wasserfeste Karte, die mir nicht kaputt gehen kann. Hier nochmal ein Mini-Erste-Hilfe-Set. Das trage ich in meiner Beintasche, in der Seitentasche mit mir drin. Falls mein Rucksack irgendwo steht, ich bin im Wald, schneide mich, kann ich mir damit vorerst erstmal Not helfen. Ganz, ganz wichtig, gerade jetzt im Winter, sind Taschenlampen. Licht ist enorm wichtig, wie ich festgestellt habe. Die Nacht, die Dunkelheit ist sehr lang. Die Dunkelheit ist sehr gefährlich. Es kann sein, wenn mir was passiert, nachts. Ein oder zwei Kilometer weiter wäre schon Hilfe. Da reichen schon 500 Meter, aber ich kann es nicht finden, weil ich desorientiert bin, weil ich kein Licht habe. Licht ist wichtig. Ich habe zwei Taschenlampen dabei. Ich werde mir jetzt noch eine Stirnlampe besorgen. Eine Stirnlampe ist sehr hilfreich, wie ich gemerkt habe. Aber ja, zwei Taschenlampen und Ersatzbatterien sind wichtig. Diese Taschenlampe hat hier so oben einen Diffuser. Der zerstreut das Licht. Dann habe ich auch abends im Camp noch Licht. Und hier so eine kleine Taschenlampe, die markiert ist. Hier mit so einem etwas Paracord, was etwas heller ist. Und hier mit so einem Bändel kann ich mir um den Hals hängen. Und ich kann die Taschenlampe auch von hier schnell abmachen, wenn ich sie mal in die Hand brauche. Und habe sie dann in der Hand. Und kann sie auch mir wieder um den Hals machen. Die Taschenlampe hatte ich immer am Mann. Gerade hier abends ohne Licht ist es für mich hier draußen schon nicht so angenehm, sage ich mal. Des Weiteren eine Warnweste. Ich bin ja doch sehr getarnt unterwegs. Viel mit Flecktarn, viel Oliv. Was ist, wenn ich da irgendwo im Wald liege, mein Camp aufgebaut habe? Keine Sau wird mich finden. Ich habe hier eine Warnweste drin, die breite ich aus. Im Fall der Fälle hängen sie mir ganz oben an den Baum hin, dass man mich schnell findet. Oder das ist auch gut, wenn ich abends unterwegs bin an einer Straße, dann ziehe ich mir die Warnweste über, dass mich Autofahrer sehen. Das hier ist mein EDC-Pack. Das habe ich immer am Körper. Ich gucke, dass ich das immer am Mann habe. Hier drin ist ein Notfeuer-Kit, dass ich mir, falls es mir zu kalt ist, mir schnell ein Feuer machen kann. Mit Hilfsmitteln, Kienspan, Watte, Firesteel etc. Hier hinten drin ist mein Notfall-Handy, was lange Akkulaufzeit hat. Fast überall Empfang. Hier drin sind nochmal Ersatzbatterien für die Taschenlampe. Ja, hier drin ist auch nochmal Geld zum Telefonieren. Taxi, Bus, wie auch immer. Ja, ein kleiner Kompass. Aber jetzt hier in der Gegend ist ein Kompass nicht so wichtig, sage ich mal. Da ist eine Karte wichtiger. Ja, das war es auch schon. Das ist meine Eigensicherung. Was auch sehr wichtig ist hier draußen, sind natürlich Messer, mit denen ich schneiden kann, schnitzen, Holz machen etc. Und da habe ich für mich das wichtigste Messer. Das ist hier ein Schweizer Taschenmesser, weil es eben so viele Funktionen erfüllt. Pinzette, Zahnstocher, Klinge, eine Säge, die sehr gut sägt. Ich kann damit auch etwas dickere Stämme durchsägen. Ich habe hier Dosenöffner, Kronkorkenöffner. Ich kann den damit auch hebeln, zum Beispiel Walnüsse aufhebeln. Dieses Taschenmesser habe ich hier in dieser Tasche drin. Mit Molle-System kann man das überall befestigen am Gürtel und habe das immer dabei. Als Backup-Messer habe ich jetzt dieses Mal dieses Less Trout Survival Messer Arctic mitgenommen. Warum? Weil es sehr leicht ist, weil es einen Firesteel hier vorne drin hat. Hier hinten ist ein kleines Täschchen. Da kann ein kleines Survival-Kit rein. Ich hatte hier Anzündmaterialien drin. Dieses Messer liegt mir sehr gut in der Hand. Ich habe auch ein Review dazu gemacht. Ich fand das Messer jetzt gut bei dieser Tour. Bin davon überzeugt. Der Firesteel hier hat eine gute Qualität. Für mehr brauche ich ein Messer nicht. Es muss einfach tauglich sein als Backup-Messer, falls mir das Schweizer verloren geht, kaputt geht. Ich kann damit ein paar Tonen, ein bisschen die gröberen Arbeiten machen. Ja, das reicht mir schon. Und kann es auch bequem am Gürtel tragen, weil es eben sehr leicht ist. Ja, kommen wir zum Thema Essen, Nahrung. Da war für mich als allererstes ganz wichtig Trockenfrüchte, Datteln, Feigen, Haferflocken, Rosinen, Mandeln. Habe ich hier drin gemischt. Das ist reinste Energienahrung. Die brauche ich auch nicht heiß machen, falls ich mal keine Möglichkeit mehr dazu mache. Das kann ich so essen und gibt mir Kraft ohne Ende. Allerdings sollte man beachten, wenn man Trockenfrüchte isst, gerade Feigen, sollte man auch immer reichlich dazu trinken, sonst kann es Verstopfung geben im Bauch. Also muss man auf Flüssigkeitszufuhr achten. Walnüsse habe ich hier drin. Die habe ich mit dem Schweizer Taschenmesser geknackt. Ist auch super Energienahrung. Brot, mein Beutel mit den Goodies, Tee, Kaffee, Zucker, Schokolade drin. Einfach so, um abends am Lagerfeuer sich was Gutes zu tun. Hier hatte ich Reis drin, Fertigsuppen, Linsensuppe, Erbsensuppe und habe mir dann abends am Feuer solche Suppen gekocht. Ich hatte auch noch Wiener Würstchen dabei und auch etwas Fleisch zum Grillen, aber das ist optional. Nahrung kann sich ja jeder selber so zusammenstellen, nach seinem Geschmack, nach seinen Bedürfnissen. Mein Holzlöffel und gekocht habe ich das Ganze in diesem Drangia-Kocher mit Spiritus. Hier mit diesem Fläschchen. Spiritus hat für mich den Vorteil, ich kann mir günstig Spiritus-Nachschub holen im Supermarkt um die Ecke. Es ist recht leicht, ich kann den überall anzünden, brauche nicht unbedingt ein Feuer machen und kann eben flexibel damit überall kochen. Ja, kommen wir noch zum Thema Körperhygiene. Die habe ich etwas vernachlässigt hier draußen. Wenn die Tour noch länger ginge, dann müsste ich ab heute spätestens morgen mich etwas mehr um meinen Körper kümmern, mich auch mal etwas waschen am Bach. Gerade bei dem Wetter wäre es möglich. Davor war es schwierig bei Regennässe, da ist es wirklich sehr unangenehm. Zähne habe ich mir geputzt, hier habe ich einen Beutel, Zahnbürste drin, so ein Pfefferminzöl nehme ich gerne her. Ansonsten habe ich mehr nicht dabei, keine Cremes, Seife habe ich auch keine dabei. Ich wasche meine Hände mit klarem Wasser und das ist ganz okay so. Wenn man natürlich eine längere Tour macht, dann kann man sich ein besseres Hygieneset zusammenstellen, vielleicht auch noch ein paar Cremes mit Handcreme. Meine Hände sind sehr rau jetzt und schwarz, aber ich weiß ja, jetzt geht es nach Hause, kann mich duschen. Abschließend möchte ich auf die technische Ausrüstung kommen, welche ich dabei hatte bei dieser Tour. Anfangs filmte ich mit dieser Spiegelreflexkamera von Nikon D5100. Sie macht sehr gute Aufnahmen, bringt auch eine gewisse Hintergrundunschärfe mit. Man kann zoomen und die Farben sind auch sehr schön. Allerdings ist diese Kamera sehr empfindlich. Gerade bei schlechten Witterungsbedingungen muss man doch sehr auf diese Kamera aufpassen. Ich habe zwei Akkus für diese Kamera. Beide Akkus sind recht schnell leer gegangen. Ich möchte da noch eine Lösung finden. Ich habe dann auf meine Videokamera zurückgegriffen von Sony HDR-CX410. Die macht auch sehr gute Aufnahmen. Sie ist sehr robust, muss ich sagen. Ich habe die auch schon so im leichten Regen stehen gehabt und die Kamera hält sehr, sehr viel aus. Ich habe sie bei vielen Touren dabei gehabt. Ich kann diese Kamera empfehlen. Daher, wenn man oft filmt, hier draußen doch ein starker Verschleiß, auch technischer Verschleiß herrscht. Ich habe für die Kameras zwei Akkus. Einen kleinen, einen großen. Diese Akkus halten sehr lange und der Akku ist jetzt noch überhalb voll. Ich könnte noch ein Weilchen filmen. Des Weiteren habe ich mein Smartphone dabei. Sony Xperia Z2 heißt es, glaube ich. Dann habe ich hier einen kleinen MP3-Player. Da haben viele Leute mir geschrieben und mich gefragt, warum ich keinen MP3-Player dabei hätte. Musik ist doch auch so ein Motivationsfaktor und man kann es auch schön genießen hier draußen. Ich habe oft euch gehört, Leute, ich habe mir hier so einen kleinen MP3-Player mitgenommen. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man abends am Feuerchen sitzt und mal so schöne Musik hört. Oder wenn es auch mal anstrengender wird, um sich zu motivieren, kann man so Power-Musik drauf machen. Und ja, es ist eine schöne Sache. Ich habe hier aktuell die Musik drauf von Awake, Awake von dieser Band. Die kommen aus Kanada, wenn ich mich nicht irre. Ich werde euch den Link zu dieser Band unten in die Infobox einblenden. Das ist eine ganz tolle Band. Die haben auch einen YouTube-Kanal. Ich mag die Musik sehr von den Leuten und die sind sehr nett. Ich habe mit denen auch E-Mail-Kontakt gehabt. Die sind klasse Typen, machen sehr schöne Musik. Ja, dann habe ich ja in meinem Notfallkit noch dieses kleine Handy mit einer Prepaid-Karte. Ja, das war es eigentlich schon an technischem Equipment. Eingepackt habe ich die ganze Ausrüstung in diesen BW-Kampfrucksack. Das ist kein Originaler. Das ist der Rucksack von Miltec. Er hat mir bisher gute Dienste geleistet. Er trägt sich gut. Auch wenn er nur solche dünnen Bauchriemen hat, sitzt er mir gut auf den Schultern. Der Schlafsack passt natürlich nicht mehr hinein. Ich habe ihn oben drauf geschnürt. Da sind extra solche Riemen dran gearbeitet. Und ja, nun mache ich mich auf den Rückweg. Gut, damit schließe ich das Video jetzt hier ab. Falls ihr Fragen habt zur Ausrüstung, nochmal zur Tour etc., dann erreicht ihr mich am besten bei Facebook. Schreibt mir dort eine Nachricht. Ich bin auch bei Instagram aktiv. Dort könnt ihr mich auch kontaktieren. Aber am leichtesten für mich, um euch zu antworten, ist immer noch Facebook. Und zwar meine offizielle Seite, sage ich jetzt mal, diese Benjamin-Klausner-Seite. Und dort können wir in Kontakt treten. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Viel Freude hier draußen in der Natur. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg und sage Tschüssle. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Jetzt bin ich wieder zu Hause, Leute. Und ja, habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet, mir Gedanken gemacht, die Tour nochmal Revue passieren lassen. Habe hier mein Whiteboard vorbereitet, meine kleine Tafel. Alles notiert, was ich euch sagen möchte. Und zwar wird das Ganze so ablaufen, dass ich euch mitteile. Also es geht speziell jetzt um die Ausrüstung, die ich dabei habe. Wir fangen an mit den negativen Sachen, was nicht gut funktioniert hat draußen bei dieser Kälte. Ja, was ich nicht mehr mitnehmen würde, zum Beispiel. Dann zweitens, was positiv war, was sich gut gemacht hat draußen bei dieser Tour. Drittens, was gefehlt hat, was ich bei der nächsten Tour auf jeden Fall mitnehmen würde, gerade bei einer längeren Tour. Und viertens, ja, was zu Hause bleiben kann, was ich jetzt so eingepackt habe, ja, dem Luxus wegen oder was ich auch gar nicht gebraucht habe. Also was hätte zu Hause bleiben können. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Hinweise und Tipps von mir. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Also, was war negativ? Fangen wir an, einfach hier mit dem Feuerzeug. Feuerzeug bei Kälte zum Entzünden von Gaskocher, Spirituskocher oder auch dem Lagerfeuer empfiehlt sich nicht. Ich bekomme es schwer an, gerade mit Handschuhen geht es schwer. Und wenn Schnee da ist und da fällt ein bisschen Schnee ins Feuerzeug rein, dann ist die Reibefläche nass und dann geht da gar nichts mehr. Dann sprühen keine Funken mehr. Ich habe dieses Feuerzeug hier ein bisschen frisiert, damit ich eine größere Flamme habe. Aber das bringt alles nichts. Ich habe gute Erfahrungen mit Streichhölzern oder dem Wenger Klava. Das ist ein Sturmfeuerzeug, also Sturmfeuerzeuge oder auch diese Gasfeuerzeuge mit Elektropietätszündung. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Mit dieser Zündung, diese Feuerzeuge, die eignen sich bei diesen Wintertemperaturen. Ja, ein Feuerstahl oder jetzt Feuer schlagen, Feuer bohren, das mache ich auch der Freude halber, des Spaßes halber. Oder, ja, mit dem Firesteel, den nutze ich eher weniger. Ist auch zu aufwendig. Also, ich finde am einfachsten Streichhölzer und Gasfeuerzeug mit Elektronikzündung, mit diesem Elektrofunken. Dann, was war weiter negativ? Ja, machen wir hier gleich weiter. Das Beil. Ja, eigentlich bin ich großer Freund von Beilen. Also, ich kann damit ruckzuck mein Feuerholz machen. Aber, ja, es ist ganz schön gefährlich. Mir ist da ein Malheur passiert draußen. Ich habe mich verletzt mit dem Beil. Mir ist erst am Abend aufgefallen, wie schwer ich mich verletzt habe am Knie. Und zwar ist es so gekommen, dass ich einfach nach dem Holzmachen wollte ich das Beil in einen Baumstumpf reinhauen. So seitlich, bam, dass das Beil stecken bleibt, damit ich die Hände frei habe. Dieser Baumstumpf war angefroren. Das Beil rutscht so seitlich ab und mir an die Seite des Knies. Ja, durch zwei Hosen durch. Und, ja, ich denke mal nicht, dass ihr sehen möchtet, wie das da drunter aussieht. Ich habe das auch erst abends gesehen, als ich in meinem Lager saß, meine Hose ausgezogen habe, um in den Schlafsack reinzukommen. Und sehe dann da das Malheur. Ja, habe ich dann gleich verbunden. Da kommen wir auch gleich zum Erste-Hilfe-Set zu sprechen. Ja, und da habe ich mir gesagt, nee, Beile draußen. Also entweder auch volle Konzentration. Es ist ein gutes Werkzeug. Es hilft enorm. Aber die Verletzungsgefahr ist riesig. Ich meine, mit einer Säge kann ich mich auch gut schneiden. Aber bei einem Beil, wenn ich mich da verhaue, dann ist es drin oder ist es ab. Und, ja, ein Beil hat schon Schwung. Deswegen überlege ich mir das nächste Mal, ob ich das Beil mitnehme. Es hat auch schon ein ganz schönes Gewicht. Natürlich, es wiegt auch was. Also das heißt, das Beil würde ich bei einer Wandertracking-Tour nicht mitnehmen und spart bestimmt knapp zwei Kilo. Ja, als ich dann abends da saß, habe mein Knie verbunden, habe ich gemerkt, das Erste-Hilfe-Pack. Ich habe zum Glück zwei dabei gehabt. Eins in der Seitentasche, eins in der Jackentasche hier am Ärmel, dass die viel zu klein sind. Wenn ich eine Tour mache, eine längere Tour, dann brauche ich ein größeres Erste-Hilfe-Set. Muss auch für solche Eventualitäten gerüstet sein. Wenn ich jetzt in der Wildnis Kanadas unterwegs wäre, dann sollte ich sogar noch ein Näh-Set dabei haben. Gerade wenn ich mit Klingenbeilen unterwegs bin, dann sollte man wissen, wie man in so einem Fall die Wunde auch wieder verschließt. Genau, also mehr Erste-Hilfe-Material. Man kann nicht genug davon haben. Schrott waren diese Billigbatterien. Ich war noch im 1-Euro-Laden. Hier ist zwar Varta, aber ich mache die hier ins Mikrofon rein. Und klar, es war auch kalt draußen, da halten die Batterien eh nicht so lang. Aber ich habe die drin gehabt, fünf oder zehn Minuten, dann waren die schon wieder leer. Also das nächste Mal kaufe ich wieder im Supermarkt qualitativ hochwertigere Batterien. Die halten dann auch länger. Ja, das war es auch schon zu den negativen Sachen. Kommen wir zu den positiven Sachen. Positiv, also zufrieden bin ich mit meinem Schlaf-Set. Ich habe hier außen als äußerste Hülle den Biwak-Sack von Carinthia. Und der ist so groß, dass dort meine Isomatte und mein Schlafsack hineinpassen. Der ist aus Gore-Tex auch atmungsaktiv. Hier habe ich die X-Pad Synmat 9LW. Absolut top. Bequem, warm, weich. Ich bin Seitenschläfer. Ich kann auf dieser Isomatte wunderbar liegen. Leichtes Handling. Okay, vom Packmaß her geht es gerade noch so. Ist halt eine Winter-Isomatte. Tipp, top. Dann als Schlafsäcke habe ich hier den Carinthia 4 Defense und den Carinthia Tropenschlafsack. Ich habe den Carinthia Tropenschlafsack in den großen hineingesteckt. Mir war pudelwarm in dem ganzen Set. Vielleicht wird es auch ohne Carinthia Tropen gehen. Meiner Erfahrung nach brauche ich aber dennoch ein Inlet, vielleicht eine Fließdecke oder so. Wobei die vom Packmaß her mit dem Carinthia Tropen eigentlich fast gleichwertig ist. Also habe ich besser dieses Set hier genommen. Und wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem US Modular Winter Sleeping Set. Die haben auch so ein Winterschlafsack Set. Die US-Armee ist bei weitem ein viel größeres Packmaß. Also das Packmaß hier, das geht noch. Und damit bin ich einfach auf der sicheren Seite hier draußen. Gestern Abend war es fast warm im Schwarzwald. Das war dann minus 1 oder 0 Grad. Aber heute Morgen waren es minus 10 Grad. Und es ist einfach richtig kalt. Aber hier mit diesem Set bin ich absolut geschützt. Es ist eine Top-Verarbeitung, Top-Qualität. Und ich bin sehr damit zufrieden. Dann, des Weiteren war ich mit meiner Taschenlampe sehr zufrieden. Diese Stirnlampe. Und zwar hat diese Stirnlampe eine Funktion. Ich mag das nicht, die Stirnlampen, das Licht, wenn es ständig so hell ist. Aber diese TrueNight TH10 ist es. Hat eine Funktion. Da drücke ich einmal lang drauf. Und dann hat die so ein Moonshine Light, nennen die das. Also so ein leichtes Licht. Das fällt eigentlich kaum auf. Das Licht fällt nur auf. Das hat mir beim Kochen geholfen. Wenn ich koche und habe hier meinen Topf oder ich will irgendwas nah anschauen, dann habe ich das hier etwas heller. Natürlich, wenn ich in die Ferne schaue oder so, dann erleuchtet das nichts hell. Aber so zum Nah. Ich hatte es dann die ganze Zeit auf. Habe dann hier gekocht, rumgewerkelt. Wenn ich dann aufgestanden bin und bin zum Lager, habe ich hier die Lampe angemacht und konnte einfach sehen. War sicher, hatte Licht. Und ansonsten bin ich jetzt auch nicht so der Typ, der immer eine Taschenlampe oder der immer Licht hat. Also ich mag es, wenn es abends im Lager, wenn es Feuer brennt. Und wenn wir mit mehreren Leuten da sind, wir dann nicht alle mit Stirnlampen herumlaufen. Sondern ich habe lieber das natürliche Licht vom Feuer. Und wenn dann so eine schwache Beleuchtung oder eben Rotlicht. Bei manchen Stirnlampen haben wir so ein Rotlicht. Das stört auch nicht so. Also ja, diese Taschenlampe, ich bin absolut begeistert. Die Kälte locker mitgemacht. Batterie geht immer noch. Volle Power. Top Teil. Dann mein Handschuhsystem war auch super. Das habe ich auch gelernt. Und zwar hatte ich ja hier diese Fingerhandschuhe. Die sind jetzt völlig durchnässt. Aber als erste Schicht hatte ich so gestrickte Handschuhe. Dann habe ich diesen Handschuh hier drüber gemacht. Und das war sehr hilfreich gestern. Also ich hatte immer warme Hände. Und wenn ich was draußen machen musste, Paracord, Schnüre, Knoten oder so, habe ich diesen Fingerhandschuh ausgezogen. Meine Hände waren immer noch mit einem dünneren Handschuh bekleidet. Und ich hatte so immer warme Finger. Wenn ich dann geknotet habe, zack, hier Fingerhandschuhe wieder an. So, wenn man jetzt am Feuer ist abends, dann ist es doch immer sehr warm. Und der Schnee schmilzt auch. Die Sachen werden nass. Das heißt, dieser Handschuh ist nass, feucht geworden. Und ich war froh, dass ich heute Morgen dann noch meine großen Fäustlinge hatte. Somit konnte ich heute Morgen, habe ich die ganze Zeit immer nur Fäustling an, Fäustling aus. Der war ganz trocken, dieser Fäustling. Und wenn ich also unterwegs bin auf einer längeren Tour, auf jeden Fall zwei Handschuhe. Wenn ein Paar nass wird, dann hat man das nächste Paar. Und kann das nasse Paar. Ich habe versucht, heute Morgen und gestern Abend auch ein bisschen zu trocknen. Aber die wurden nicht mehr richtig trocken. Also, Handschuhsystem, dünner Handschuh, etwas dickerer und dann ganz großen Fäustling drüber. Dann ist man schon auf der guten Seite. Okay, das war es schon bei den positiven Sachen. Mir fällt noch eine bei den positiven Sachen, die Technik. Unglaublich, was diese Kameras aushalten. Man denkt es gar nicht. Ich hatte meine Canon Legria auf dem Stativ die Nacht über neben meinem Schlafplatz stehen, weil ich nachts vielleicht was filmen wollte oder gleich früh am Morgen und nicht da großartig rumfummeln. Ich hatte sie einfach ein bisschen abgedeckt. Aber heute Morgen, ich schalte die Kamera an, bing, sofort funktionstüchtig. Der Akku auch noch in einer guten Kapazität, außer diese Billigbatterien eben. Aber sonst, diese Akkus zur Kamera, top. Meine Spiegelreflexkamera, top. Hat sich bei der Kälte wunderbar, hatte eine wunderbare Funktion. Alles hat funktioniert. Ich konnte Bilder machen, ich konnte weiterhin filmen. Also, die Technik, die hält schon sehr viel aus, muss ich sagen. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die gefehlt haben. Also, gefehlt hat mir auf jeden Fall Schneeschuhe, ist klar. Der Schnee ist so hoch, dann noch mit diesem Rucksack drauf. Also, ich habe mir dann ums Lager herum Wege gebahnt und bin dann auf diesen Pfaden gelaufen. Das war ganz lustig, hat richtig Spaß gemacht. Man fühlt sich so richtig ein bisschen behütet, weil man kann nur auf diesen Wegen laufen. Alles außenrum geht nicht. Das heißt, da kann keiner schnell rennen oder sonst was. War lustig, aber jetzt zum Wandern, für Trekking oder so geht das im Schwarzwald. Hier mit der Schneehöhe, ohne Langlaufski, ohne Schneeschuhe, gar nicht. Aber dieses Problem kann ich leicht lösen. Hier gibt es im Schwarzwald bei den Tourismusbüros überall Schneeschuhe auszuleihen. Tageweise oder mehrtagesweise, mit Stöcken sogar. Also, da kann man das gut ausgleichen. Dann eine Schneeschaufel wäre super gewesen. Einfach so eine kleine Schneeschaufel. Kostet bestimmt auch nicht viel, werde ich mir eine bestellen. Kann man auch zusammenklappen und die am Rucksack befestigen. Und dann hätte ich mein Lager noch ein bisschen besser ausgraben können mir. Da kann man sich auch Dinge bauen. So eine Ablage, eine kleine Mauer, einen Windfang. Viele Sachen kann man sich aus Schnee machen. Sogar eine Schneehöhle. Also ganz viele Sachen. Ist sehr hilfreich, so eine kleine Schneeschaufel. Ich habe alles mit meinen Händen gemacht. Ging auch, aber ist natürlich etwas aufwendiger so. Dann, genau. Eine Thermoskanne wäre wichtig gewesen, weil ich hatte ja nur diese Stahleisenflasche von Dave Canterbury hier dabei. Die ist super. Die kann man im Feuer zwar erwärmen, aber wenn ich am nächsten Morgen aufwache, ist hier drin das Wasser angefroren. Und ich kann also kein Wasser lagern, ohne dass ich es wieder auftauen muss am Morgen. Und ja, es ist einfach eine Thermoskanne sinnvoller. Ich kann mir abends nochmal einen Tee kochen und habe dann die Nacht über was Warmes zum Trinken. Beziehungsweise am frühen Morgen auch gleich wieder was Warmes zu trinken. Also eine Thermoskanne sollte auf jeden Fall dabei sein. Dann, ja, was auch noch fehlt. Ich meine, mir war warm. Meine Kleidung war absolut top. Ich war bestens gekleidet. Aber noch so ein kleiner Komfortplus wäre so eine aufplusterbare Jacke. Gibt es auch von Carincia oder von anderen Outdoor-Firmen. Das sind solche, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Unterziehjacke. Und die haben auch so eine Füllung wie im Schlafsack drin. Und die kann man dann anziehen, die Jacke und dann die Überjacke drüber. Man hat es dann immer schön warm. Also, ja, wäre ganz praktisch gewesen. Es ging auch so. Ich hatte diese günstige BW-Unterziehjacke. Dieses alte Modell. Also es ging. Mir war dauerhaft warm am Körper. Ich hatte ja oben drüber diesen Nässe-Schutzanzug. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist. Nur diese Hosen hier. Und die werden eben feucht, weil der Schnee kleben bleibt hier dran. Dann bin ich wieder am Feuer. Dann schmilzt der Schnee. Hier ist noch ein bisschen Schnee. Dann werden die Sachen nass. Und hier mit diesem Gore-Tex Nässe-Schutzanzug. Der wird nass. Am Feuer dampft wieder alles ab. Und ja, meine Unterbekleidung war immer trocken. Das ist das Wichtigste. Gamaschen hätte ich noch gebraucht. Diese ganzen Hosen hier. Auch diese Hosen hier. Die ist von Leo Köder übrigens. Haben zwar unten hier so eine Gamasche. Aber reicht nicht. Ich brauche eine Gamasche, die unten am Fuß mit einem Riemen fixiert ist. Weil mir doch immer wieder ein bisschen Schnee reinkam. Also Gamaschen wären auch noch eine hilfreiche Sache gewesen. Aber generell, meine Füße kam jetzt nicht so viel Schnee rein. Meine Füße waren trocken. Ja, eine Sitzunterlage wäre gut gewesen. So eine kleine Sitzunterlage. Ich hatte jetzt meine große BW-Isomatte dabei. So eine faltbare. Die hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Die hätte ich austauschen können mit so einer kleinen Sitzmatte. Und kann dann da auf dem Schnee sitzen. Am Lagerfeuer. Wobei es teilweise auch so ging, dass ich ohne Isomatte auf dem Schnee gesessen bin. Und es war nicht mal kalt. Also so eine kleine Sitzunterlage ist auch hilfreich. Und als letztes lange Unterwäsche wäre noch gut geschickt gewesen. Gerade abends, wenn man zu Bett geht. Es ist schon recht kühl an den Beinen. Ja, eine lange Unterhose. Long Sleeve habe ich sowieso. Also ja, vielleicht eine lange Unterhose. Ist ganz praktisch. Auch wenn man morgens aufsteht, dann zieht es nicht gleich so kalt. Naja, ist jetzt nicht so wild. Aber ist natürlich auch wieder ein besserer Komfort. Okay, kommen wir zum vierten Punkt. Was zu Hause hätte bleiben können. Jo, zu Hause hätte bleiben können. Diese schwere BW-Wolldecke. Die habe ich einfach aus Komfortgründen mitgenommen. Und weil ich dachte, dass ich direkt neben dem Feuer liege. Das werde ich zukünftig auch nicht mehr machen. Außer es ist jetzt ein ganz besonderer Platz, wo das so möglich ist. Aber generell ist es besser, Feuer zu machen. Und wenn man jetzt mit Tarp und Biwaksack etc. unterwegs ist, kann man seinen Schlafplatz auch ruhig entfernt vom Feuer machen. Weil im Schlafsack drin spüre ich die Wärme des Feuers eh kaum. Da ist mir so oder so warm. Und die Wolldecke hatte ich zum Abdecken der ganzen Sachen mitgenommen. Falls Funkenflug ist, dass es mir nicht da in den Biwaksack reinschmilzt. Ja, ich habe die Decke jetzt einfach zum Draufsitzen genommen draußen. Und habe während ich geschlafen habe, meinen Schlaflager damit abgedeckt. Ist schon schön bequem. Auch wenn man dann morgens oder abends mal im Lager sitzt. Auf der Isomatte ist es schön hier auf der Wolldecke zu sitzen. Weil die ist nicht kalt. Der Schlafsack und alles, wenn man da frisch reingeht mit der blanken Haut. Das ist ganz kalt, dieser Polyesterstoff. Die Wolldecke fühlt sich immer angenehm an für die Haut. Das ist also ein kleiner Luxusartikel, aber eben schwer groß. Könnte ich zu Hause lassen. Dann, genau, Beil kann zu Hause bleiben. Arbeitshandschuhe dachte ich, vielleicht brauche ich zum Ästeknacken und so. Aber brauche ich nicht. Wenn ich gute Fingerhandschuhe habe, unten mit Lederbesatz, dann geht das genauso. Die zweite Isomatte, ja, die BW-Falt-Isomatte, die hätte auch zu Hause bleiben können. Und eventuell der Tropenschlafsack, der hätte auch zu Hause bleiben können. Ja, abschließend. Jetzt meine Hinweise noch für euch, so was ich noch mitgenommen habe. Also Spirituskocher ging, obwohl es kalt war. Der Spiritus hat gebrannt. Ich musste mit dem Feuerzeug ein bisschen länger dranbleiben oder mit dem Streichholz. Man kann auch den Spiritus in der Tasche lagern oder wenn man nachts schläft im Schlafsack, dass der Spiritus nicht ganz so kalt wird. Aber generell lief der Spirituskocher. Auch bei der Kälte hat das gebrannt. Eventuell ein Einwannzelt ist auch eine schöne Sache. Da gibt es von der holländischen Armee so ein Einwannzelt oder auch von Carincia gibt es auch ein hochwertiges Einwannzelt. Die sind auch ganz geschickt, gerade wenn das Wetter schlecht ist. Das Wetter war sehr gut, aber wenn es schneit, eventuell noch windet, dann ist man natürlich in so einem Einwannzelt richtig gut geschützt. Kann alles reinpacken, Reißverschluss zu und gut ist. Also das ist natürlich schon eine tolle Sache. Dafür kann man bei den meisten Einwannzelten nicht so rausschauen. Und ich habe es einfach genossen, als ich heute Morgen aufgewacht bin und heute Nacht auch mal rausgeschaut habe, was da so los ist, die Tannenwipfel gesehen habe. Also hat alles für und wieder. Ja, dann mein Rucksackgewicht. Ich wiege meinen Rucksack nie und ich bin so wie er ist, absolut zufrieden damit. Ich habe gern diese großen Rucksäcke, der hat 110 Liter. Ich mag das, mich stört es auch nicht, wenn der Rucksack vollgepackt ist. Das ist einfach meine Ausrüstung, die ich habe, die ich verwende. Ich komme damit klar. Ich mag das nicht so diese Ultra-Light-Sachen, wo alles so klein verpackt ist und so. Es mag vielleicht alles ganz praktisch sein. Ich habe eben diese Ausrüstung und ich bin einfach zufrieden damit. Das ist alles in Oliv- oder Tarnfarben teilweise. Ich weiß, dass die Sachen sehr robust sind. Und dieses Gewicht, ich kann damit locker laufen. Ich laufe jede Strecke. Und meiner Erfahrung nach macht es oft nicht so einen großen Unterschied. Großer, kleiner Rucksack. Ich bin Touren gegangen mit Leuten, die hatten kleine Rucksäcke, die hatten großen dabei. Und dennoch waren alle erschöpft hinterher. Also es kommt auch ein bisschen auf die Fitness drauf an, auf die körperliche Konstitution. Und ja, bei mir passt es genau so. Ich bin da nicht so der Gewichtssparer und schau da und da. Sondern ich habe meine Ausrüstung. Ich bin sehr zufrieden damit. Klar, jetzt wollte der Gebeil. Muss nicht unbedingt sein. Das sind dann auch wieder gleich ein paar Kilos, die wegfallen. Aber sonst der Rest. Hier Edelstahl, Kochgeschirr nehme ich lieber mit als Aluminium. Ich brauche keinen Titaniumlöffel und solche Sachen. Sondern eben diese Sachen. Ich bin zufrieden damit. Jeder macht es eben so, wie er es mag. Jo, also das war es von meiner Seite aus. War eine super Erfahrung. Ja, war eine einmalige Erfahrung. War eine ganz wichtige Erfahrung. Trotz Verletzung am Knie. Das sieht schon wieder ganz gut aus. Das wird wieder zu heilen. Ich hatte richtig, ja richtig, richtig Glück. Da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich so ein Glück hatte. Kann auch anders ausgehen draußen. Es hat immer Gefahren. Alles, was man macht, hat eine gewisse Gefahr. Das muss man wissen. Und man muss natürlich immer bei sich sein. Konzentriert sein. Und dann klappt es auch. Also, ich wünsche euch auf euren Touren viel, viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet aus diesen Videos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir unten in die Kommentare rein. Nutzt meine sozialen Netzwerke Facebook, Instagram, Snapchat. Da könnt ihr mir kurz Videos oder Texte schreiben. Und oft ist es so, dass ich dann eins zu eins antworte. Kurz mit einem Video zurück ist mir lieber, als ewig lang zu schreiben. Also, ich bin erreichbar, Leute. Ich beantworte eure Fragen. Ich bin offen für eure Anregungen auch. Ihr habt viele, viele Ideen auch zu diesem Indoor-Studio hier. Da kommt noch einiges. Jo, also, dann schließe ich das lange Video hiermit ab. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüssle. Also, das ist ideal vom Gewicht her, vom Packmaß. Die ist wirklich sehr leicht. Die ist schon fast blechartig. Die sind hier auf jeden Fall gut vernäht, kann ich vorweg sagen. Ich habe den öfters schwer gepackt. Und hier ist es nochmal doppelt vernäht. Hier ist also nichts eingerissen oder sonst was. Das hat gut gehoben. Hallo, Leute. Ich grüße euch hier mitten aus der Natur. Und dieses Video ist ein Zusatzvideo zu den Folgen meiner Westweg-Tour. Und ich habe heute meinen Rucksack mitgebracht. Und zwar ist da alles drin, was ich bei dieser, ich sage mal, Weitwanderung mit dabei hatte. Und das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal näher an. Ich breite hier eine Plane auf dem Boden aus. Und dann packe ich den Rucksack aus. Und werde euch ganz genau zeigen, was ich dabei hatte. Aber noch viel wichtiger, wie meine Erfahrung damit war. Und ob das gut war, ob es nicht so gut war. Okay, legen wir los, würde ich sagen. Als Rucksack hatte ich den Berghaus Munro. Das ist ein Rucksack von der Bundeswehr. Hergestellt von der Firma Berghaus, die auch bekannt ist für Wanderrucksäcke, Treckenrucksäcke. Und ich habe diesen Rucksack gewählt, weil er eben recht klein ist, kompakt. Aber man hat vorne die Möglichkeit, hier mit so einem elastischen Band noch etwas reinzustecken. Und hier an der Seite sind solche Riemen. Da kann man Seitentaschen befestigen. Oder jetzt eben wie hier, mein Biwaksack oder meine Jacke. Ja, da konnte ich also außen an den Rucksack noch etwas heranpacken. Und er hat ein festes Tragegestell hinten im Rücken drin. Er hat gepolsterte Schulterriemen. Und er hat einen breiten Bauchgurt. Das waren für mich so die Kriterien, dass ich den Rucksack ausgewählt habe. Und das war so, als ich die Tour gestartet habe an dem Tag. Morgens habe ich meinen Rucksack früh gepackt. Und da hatte ich den großen Cyclops Atlas angefangen zu packen. Und wollte da mein gutes Equipment mitnehmen. Aufblasbare Isomatte, mein Carincia 4 Schlafsack, also ein Winterschlafsack. Und als ich den Rucksack so gepackt hatte, da irgendwie sagte mir mein Gefühl, nee, so wird es nichts. Und das hat sich auch bewahrheitet. Und ich bin sehr froh, dass ich dann kurzfristig an dem Morgen bin ich umgestiegen auf diesen kleinen Rucksack. Und dann war ich auch gezwungen, nur das Nötigste mitzunehmen. Kleinerer Schlafsack, nur die BW Faltmatte. Ja, es war vielleicht nachts etwas unbequemer. Im Gesamten kann man sagen, alles ein bisschen spartanisch. Aber dieser kleine Rucksack, der hat mir sozusagen die Tour gerettet. Ich weiß es nicht, wie es gewesen wäre mit dem großen, breiten Rucksack. Weil oben lag ja noch Schnee, wie ihr gesehen habt. Und dann über Schnee zu laufen mit dem schweren Rucksack. Dann hoch und runter, dann der Dauerregen und alles. Und dann noch dieses schwere Gewicht vom Rucksack. Das hätte mich ziemlich demotiviert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dann die Tour geschafft hätte. Also bin ich froh, dass ich hier so einen kleinen Rucksack dabei hatte. Nur mit dem Nötigsten. Was ist das Nötigste? Ja, ganz außen seht ihr jetzt hier, das ist ein BWAC-Sack. Das ist ein atmungsaktiver BWAC-Sack, Gore-Tex. Und das hat den Vorteil, dass ich da drin liegen kann. Auch wenn ich schwitze, dann liege ich da drin nicht wie in einer Tüte, in einer Wasserpfütze. Sondern der ist atmungsaktiv, aber von außen eben wasserdicht. Und dieser BWAC-Sack ist auch so eine Art Lebensversicherung für mich gewesen. Wenn irgendwas passiert, dann nehme ich meinen Schlafsack, stecke den BWAC-Sack rein, lege mich da rein und bin dort drin erstmal geschützt. Und brauche jetzt und kann das Unwetter abwarten oder was auch immer. Ich bin da drin auf jeden Fall innerhalb von wenigen Minuten geschützt. Deswegen für so eine Wandertour auf jeden Fall würde ich einen BWAC-Sack empfehlen. Dann hatte ich ja hier oben mein Deckelfach. Hier hatte ich meine ganze Elektronik drin. Ich hatte meine verschiedenen Kameras dabei. Akku-Pack, der war ganz wichtig, um mein Smartphone aufladen zu können. Ja, und da hatte ich hier oben noch einmal Wechselwäsche, ein paar Socken und eine Wechselunterhose dabei. Ein paar Socken zum Wechseln war ganz wichtig. Abends habe ich immer trockene Socken angezogen, damit feuchten Socken an den Füßen im Schlafsack zu liegen. Da können die Füße frieren. Ich muss sagen, meine Füße waren immer warm. Nur mein Rücken, da hat es mich jede Nacht gefröstelt. Ich habe nachts vielleicht immer so anderthalb bis zwei Stunden am Stück geschlafen. Dann bin ich aufgewacht, weil A, die Isomatte zu hart war. Ich bin Seitenschläfer. Ich wache dann auf und muss mich drehen, weil mir die ganze Seite wehtut. Und weil es auch immer ein bisschen kalt war, fröstelig, dann habe ich mich mal gedreht. Dann habe ich mal die Arme verschränkt. Dann habe ich mich mal auf den Rücken gelegt. So die Arme ein bisschen unter den Rücken gelegt. Vielleicht mache ich da mal ein extra Video dazu, wie ich bei niedrigen Temperaturen draußen schlafe, wenn es mich ein bisschen friert und wie ich mir dann dennoch etwas helfen kann, allein schon von der Lage, dass es mir ein bisschen wärmer wird. Ja, so war das. Okay, jetzt hole ich meine Kamera näher ran und dann öffne ich den Rucksack. Hier unter dem Deckelfach habe ich gleich meine Feldflasche gehabt. Ich habe nur diese eine Flasche mitgenommen und habe mir immer von unterwegs Wasser geholt. Ich habe pro Tag nicht mehr als zwei von diesen Flaschen getrunken, inklusive das Wasser zum Kochen ist damit eingerechnet. Ich habe keinen Wasserfilter dabei. Ich habe mir Wasser aus Bächen geholt oder aus Quellen. Und ich bin froh und positiv überrascht darüber, dass man hier im Schwarzwald eben noch das Wasser so aus der Natur trinken kann, dass das so schön sauber ist. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass über dem Bachbett möglichst über den Bachlauf nur Wald ist, keine Wiesen, wo gedüngt wurde, dass es ziemlich weit oben am Berg ist oder dass das Wasser möglichst aus dem Berg direkt herauskommt. Und ich hatte absolut keine Probleme. Zur Flüssigkeitszufuhr. Bei mir ist es so, also ich kann meinen Körper so umstellen, dass ich wirklich wenig Wasser verbrauche. Während so einer anstrengenden Wanderung über den Berg drüber trinke ich nicht mehr als so eine Flasche. Ich muss dann ganz wenig auf Toilette gehen, also da mein Körper zieht alles zurück. Aber ich fühle mich topfit so und ich trinke einfach schlückchenweise immer wieder das Wasser und habe auch abends dann darauf geachtet, eben meine Wasserreserven weitestgehend aufzufüllen. Ich habe mir dann gekocht etwas und habe dann nach dem Kochen mir nochmal einen Fichtenadeltee gekocht, dann nochmal Flüssigkeit getrunken und mich dann schlafen gelegt. Dann, was ganz wichtig war, meine Gamaschen, da ich ja den Regenponcho dabei hatte, musste ich meine Hosenbeine unten schützen. Und Gamaschen sind ein super Schutz. Ihr seht, wie dreckig die sind. Und das hält schon weitestgehend dann das Wasser ab, was vom Regenponcho runter tropft. Irgendwann war es dann so, dass mir das Wasser auch hier reingelaufen ist, unten drunter, also meine komplette Hose war da nass. Dann ging das Wasser über in die Socken, ist in den Schuh reingezogen, dann war dann irgendwann mein Schuh innen drin nass. Also zum Schluss war alles nass. Meine Schuhe haben bis gestern zu Hause gebraucht, bis sie getrocknet sind. Ich habe sie langsam durchtrocknen lassen. Ja, aber auf jeden Fall, es ging. Und diese Gamaschen sind ein super Schutz, dann bleibt die Hose auch etwas sauberer. Hier mein Kartenmaterial. Zur Planung der Tour mit Karten etc. mache ich nochmal ein extra kurzes Video gleich und sage euch, wie ich diese Westweg-Tour geplant habe und wie ihr solch eine Westweg-Tour ganz leicht selber planen könnt, wo ihr das Material herbekommt. Das ist überhaupt kein Ding. Hier, eines meiner wichtigsten Ausrüstungsgegenstände während dieser Tour. Das ist der BW Poncho, kein Originaler, sondern der ist von Miltec. Ist also ein recht günstiger Poncho, aber es ist dennoch die bessere Ausführung. Und wenn ihr solch einen Poncho euch zulegen möchtet, dann müsst ihr unbedingt darauf achten, dass es die etwas bessere Variante ist. Die kostet auch, glaube ich, 30 Euro anstatt 15 oder 20 Euro. Der ist etwas teurer, hat aber diese Beschichtung hier und hat auch keinen Ripstop. Aber dafür, der ist regendichter. Also ich war, das war Dauerregen da und Seitenwind und alles. Und ich war zwar nass, aber ich war jetzt nicht durchnässt wie ein Schwamm, was auch ein bisschen an meinen Klamotten lag. Aber der Poncho hat mich doch gut geschützt. Und der Original BW Poncho ist auch ein absolut super Teil. Die haben den mittlerweile auch in Flecktarn. Aber der ist, ja was heißt aber, der ist natürlich etwas größer. Der schützt viel mehr, aber er ist auch etwas schwerer. Also der Original BW Poncho Flecktarn ist natürlich auch eine super Empfehlung. Aber ich habe auch wieder aufs Gewicht geachtet. Und das Ding hier, das ist gar nichts. Also das ist federleicht. Und ich konnte mir damit meinen Tarp abspannen. Es ist nichts kaputt an dem Poncho, obwohl ich den jetzt auch öfters im Gebrauch hatte. Also kann ich empfehlen. Ist okay, hier sind keine Ösen rausgegangen oder so. War in Ordnung. Das einzigste, was war, ist, dass innen drin doch an der Kapuze zum Beispiel am Kragen dann irgendwann ein bisschen das Wasser reintropft. Und hier so eine Schwachstelle, innen drin ist so ein Riemen, wo man sich um den Bauch binden kann. Hier ist dann auch irgendwann etwas das Wasser reingetropft. Aber jetzt nie so viel, dass man nicht unter dem Tarp bleiben könnte. Also es war immer möglich. Ja, dann hatte ich hier einen Beutel, einfach mit Paracord drin und meine Heringe. Hier sind meine Heringe für Paracord in verschiedenen Längen. Dann hier den Carintia Tropenschlafsack. Ich bin absolut begeistert von diesem Schlafsack. Ihr seht, was er für ein kleines Packmaß hat. Ausgelegt, maximale Komfortgrenze plus 4 oder 5 Grad. Aber es ging. Also ich hatte nachts, ich denke mal, es könnte schon um die 4 oder etwas weniger. Frost hatte ich keinen da auf der Tour, aber es war schon recht kühl immer. Und dann auch in Kombination mit dem Biwak-Sack war das also eine super Kombination. Es war grenzwertig. Es hätte kein Frost kommen dürfen oder auch nicht kälter sein dürfen. Dann wäre es richtig kalt geworden. So war es gerade an der Grenze. Es war machbar. Es war aushaltbar. Mit diesem Schlafsack super Teil. Der war auch dann wieder feucht. Da habe ich ihn in der Sonne ausgepackt, schnell getrocknet. Ja, es ist einfach eine sehr gute Qualität. Und sobald ich den wieder ausgepackt habe, hat er sich aufgeplustert. Und er hat mich auf jeden Fall am Anfang der Nacht, wenn ich also ankam im Lager, habe mein Lager aufgestellt, war nach dem Essen, hat es mich dann gefroren. Ich habe gezittert, weil alles nass war. Und da habe ich mich reingelegt in den Schlafsack. Und dann war mir erst mal warm. Ich war geschützt. Ich war sicher. Schlafsack, Biwaksack, ich konnte darin liegen, durchwärmen. Und dann, wie gesagt, nachts, dann fing halt ein bisschen die Fröstelei an. Aber das ging. Ich habe mich wieder gedreht, geschaut, dass am Rücken hinten genug Luft ist, dass es wieder ein bisschen alles wärmt. Ja, also ich bin zufrieden damit. Dann, was habe ich hier eingepackt? Hier die Sachen, die ich in meiner Hosentasche hatte. Hier so ein greller Schal. Falls mir irgendwas passiert unterwegs, hätte ich den Schal ausgepackt und mich rumgewickelt, damit man mich schnell findet. Dann ein kleines Mini-Erste-Hilfe-Set. Hier Schweizer Taschenmesser. Das hatte ich am Gürtel dran. Aber das habe ich nur gebraucht, um Brot zu schneiden und meinen Speck zu schneiden. Oder einmal habe ich mir so ein Bett gebaut. Da habe ich ein bisschen was gesägt und mir Stangen geschnitzt für meinen Tarp. Hier so eine Plastikfolie kann man immer brauchen, um was abzudecken. Gerade die Kamera. In dem Hinblick wäre vielleicht auch noch ein Müllbeutel gut gewesen. Wiegt auch nichts. Ist groß. Ein großer Plastiksack. Gerade bei Regen ist es auch empfehlenswert. Unterwegs habe ich immer Birkenrinde gesammelt, um meinen Kocher anzuzünden. Den seht ihr gleich. Hier hatte ich ein Feuerzeug. Stirnlampe mit dabei. Und hier Sturmstreichhölzer noch als zweites Backup fürs Feuer. Dann hier die gute BW-Isomatte. Der ist jetzt auch kein Original. Die ist auch von der Firma Miltek. Ist in Ordnung. Also die ist eben leicht. Ich kann sie so in den Rucksack reinstecken. Ich habe nicht gern, wenn außen so eine große Isomattenrolle am Rucksack ist. Und man kann da drauf schlafen. Ist völlig unbequem. Natürlich hier ist so dünn. Also auf Waldboden gut mit Moos und so. Aber ich habe einmal in der Hütte geschlafen und so. Das ist natürlich für mich als Seitenschläfer, wie gesagt, ich bin immer wieder aufgewacht, habe mich gedreht. Aber es ging. Es war besser als blank da zu liegen und als zu frieren. Das war halt so eine Art Notausrüstung, sage ich mal. Hier mein ganzes Kochzeug. Zum Essen hatte ich jetzt auch wirklich nicht viel dabei. Hier meine Essenssachen. Das habe ich jetzt mal als Beispiel mitgebracht. Das wäre mir zu groß gewesen. Sogar, weil ich habe ja nur diesen kleinen Topf dabei. Diesen hier. Und da ist am allerbesten für diesen Topf diese kleinen heiße Tassen. Heiße Tasse heißen die. Das ist super. Ich habe dann hier drin Wasser heiß gemacht. Und habe dann einfach die heiße Tasse da rein gemacht. Oder ich habe hier von Alnatura Taboulet heißt es. Da ist sogar noch ein bisschen was drin. Das hatte ich mit auf der Tour. Habe ich nicht ganz aufgegessen. Also ich habe wirklich sehr wenig gegessen. Mich wundert das selber. Taboulet Couscous. Das kann ich absolut empfehlen, Leute. Geht zum Alnatura Laden. Holt euch Taboulet Couscous, wenn ihr das mögt. Daraus könnt ihr die Suppen mit andicken. Oder ihr könnt es auch einfach so als Salat essen. Und das Gute ist, man braucht einfach nur heißes Wasser. Rührt es ein und lässt es ziehen. Man muss es nicht durchkochen lassen. Oder so. Einfach heißes Wasser. Das hier rein. Schütten. Das ist auch gewürzt. Das schmeckt voll lecker. Und ich habe dann mir also so eine heiße Tasse. Zum Beispiel Tomatensuppe heiß gemacht. Also erst das Wasser heiß gemacht. Das Taboulet rein. Schütte ziehen lassen. Und dann die Suppe mit hinein gemacht. Als Geschmack. Und das war lecker. So eine Tomatensuppe mit dem Couscous-Zeug da drin. Und da hatte ich am Abend eben dieses Töpfchen voll. Und das hat mir völlig gereicht. Das war super lecker. Denn als Ergänzung hatte ich ja immer noch Brot dabei. Und ein Stückchen Speck. Natürlich bei der Ernährung kann jeder, jeder hat seine Vorlieben. Ich habe mittlerweile herausgefunden, was mein Körper am allerbesten, was für ihn am besten ist und wie ich am fittesten unterwegs bin. Und Brot und Speck ist nun mal, vertrage ich sehr gut. Es ist auch salzig. Ich hatte dadurch meinen Salzhaushalt regeln können. Also ich habe keine Krämpfe gehabt und gar nichts. Mir ging es tiptop. Und so habe ich eben diese heiße Suppe gehabt. Die war abends sehr wichtig. Diese Hitze, diese Wärme. Und tagsüber als Vesper mein Brot, mein Speck und eine Zwiebel habe ich immer dazu gegessen. Die Zwiebel aus gesundheitlichen Gründen. Die hat eine sehr gesundheitsförderliche Wirkung, antiseptische Wirkung. Die ätherischen Öle der Zwiebel, die wirken sehr stark im Körper. Und das war mein Essen. Dazu Trockenfrüchte. Hier diese kleinen Beutel. Habe ich noch einen in der Tasche. Farmer Nussfruchtmix. Ich weiß nicht, Aldi, Lidl oder so. Also klasse. Habe ich zwischendurch gegessen. Dann habe ich mir noch Datteln geholt. Eine kleine Tüte. Am ersten Tag der Tour hatte ich noch ein paar Äpfel, zwei, drei Äpfel mit eingesteckt. Und das war es auch schon. Also ich habe sehr wenig gegessen. Ich bin morgens aufgestanden, ein paar Trockenfrüchte reingezogen. Unterwegs. Also ich bin morgens aufgestanden, ohne irgendwas zu kochen. Einfach einpacken, loslaufen. Ich habe auch keinen Kaffee getrunken unterwegs. Ja, das hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass es nicht ausgeschwemmt hat. Und ich bin die Tour ganz ruhig angegangen. Kaffee putzt schon, aber ich habe dann doch eher auf meinen Körper gehört. Hier noch meinen Löffel. Ja, hier der Faltbecher. Wenn ihr wollt, mache ich zum Essen nochmal ein extra Video. Schreibt mir das in die Kommentare unten rein. Dann mache ich euch ein extra ausführliches Video über, wie ich mich da draußen ernährt habe. Jeder ernährt sich natürlich anders, aber ich sage euch das. Bei dieser Tour, die war extrem anstrengend. Widrige Umstände. Aber, ja, das fasziniert mich wirklich. Ich bin nach Hause gekommen. Ich hatte noch Essen übrig. Das war bei der Westweg-Tour letztens. Im Sommer nicht so. Da war alles ratziputz weg. Also ich hätte noch ein paar Tage durchhalten können. Ich hatte immer noch Essen übrig. Jetzt erkläre ich euch oder erzähle ich euch gerne nochmal ein extra Video, falls Interesse besteht. Falls euch jetzt diese Infos nicht gereicht haben. Hier mein Faltbecher. Ganz wichtig. Man kann damit auch mal aus dem Bach trinken. So ein Faltbecher ist super. Man kann damit Wasser abfüllen in die Feldflasche. Falls es nur ein flaches Wasser ist, kann ich damit Wasser schöpfen. Abfüllen in die Feldflasche. Weil das manchmal auch zum Problem werden kann. Ich kann die Feldflasche nicht einfach in so einen flachen Bach reinhalten und dann das Wasser da rein bekommen. Das ist schwierig. So ein Becher ist sehr wichtig. Und hier der Falthobo von Buschkraft Essentials. Ich glaube der heißt Ultralight Hobo. Der ist super. Der ist halt Edelstahl. Sehr leicht. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass ich euch zeige, wie ich den befeuert habe. Nach welcher Vorgehensweise. Wie es am leichtesten geht. Dann zeige ich euch das in einem extra Video. Und zeige euch, wie ich den befeuert habe. Und es ging wunderbar. Ich hatte nach zwei Tagen den Dreh raus, wie ich das Ding handhabe. Man muss ein bisschen vorbereiten. Man muss unterwegs auf der Wanderung schon mal immer ein bisschen was sammeln. Und dann geht es. Am ersten Tag und so musste ich mich erst mal dran gewöhnen. Weil es ist halt immer so eine Sache. Gas, zack, baue ich auf, stell den an, koch mir was. Spiritus auch. Aber dieses Ding musst du erst mal befeuern wieder. Aber ich wollte das so. Ich wollte die Erfahrung machen. Und es war eine super Erfahrung. Und es ging auch mit diesem Minikocher. Ja, das war es auch schon. Der Rucksack ist leer. Das waren die Sachen, die ich dabei hatte. Und jetzt mache ich noch ein Video, weil ich habe noch die Klamotten mitgenommen, die ich dabei hatte. Die zeige ich euch noch in dem extra Video. Okay, wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mir alles in die Kommentare unten rein. Und ich versuche dann weitere Videos darauf aufzubauen. Vielleicht baue ich dann drauf auch noch mehr auf, dass ich einfach so möglichst viele Informationen euch weitergeben kann. Denn viele haben geschrieben, dass sie selber auch den Westweg wandern möchten. Und ja, da kann ich euch auf jeden Fall gerne weiterhelfen. Leute, ich bedanke mich bei euch. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den weiteren Folgen von dem Westweg-Videotagebuch. Ihr seid einfach großartig, Leute. Ich danke euch für eure vielen, vielen Kommentare. Es macht mir einen Riesenspaß. Wir sehen uns. Hallo Leute, willkommen bei Outdoor-Ausrüstung TV. Oft erhalte ich die Frage von Neulingen, von Buschkraft-Einsteigern oder Outdoor-Einsteigern, was ich ihnen denn für eine Ausrüstung für den Anfang empfehlen würde. Und heute bin ich hier draußen für ein paar Stunden und habe meinen Rucksack so gepackt mit den Utensilien, die ich von Anfang an empfehlen würde und die das Leben hier draußen angenehmer machen, sicherer machen und erleichtern. Herrlich, wie heute die Sonne scheint und dennoch empfehle ich immer wieder, hier draußen sich ein Dach aufzubauen, auch wenn es an den heutigen Tagen gar nicht nötig wäre. Es geht kaum Wind, es regnet nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn man hier draußen regelmäßig ist, baue ich mir immer mein Dach auf. Ich mache das so als erste Grundlage, sage ich mal. Und dafür empfehle ich eben solch eine Zeltplane, ein Tarp, das kann eine Baumarktplane sein, das kann hier so ein British Army Shelter Sheet, ein Basha sein. Da gibt es ganz viele verschiedene, aber man sollte auf jeden Fall solch ein Tarp haben. Das ermöglicht einem auch, dass man hier draußen übernachten kann. Es schützt vor Wind, es schützt vor Regen, es schützt vor Sonne, wenn es mal richtig heiß werden sollte. Ja, und um dieses Tarp aufbauen zu können, brauche ich auch Schnur oder Seil. Man nimmt hier draußen beim Buschkraften gerne Paracord. Das ist Fallschirmleine, weil die sehr vielseitig verwendbar ist und ein großes Gewicht, große Spannungen aushält. Damit kann ich dieses Tarp dann leicht abspannen. Heringe zum Beispiel bräuchte man jetzt eher nicht, weil die Heringe kann ich mir ja leicht selber schnitzen. Und da sind wir auch beim nächsten Thema, beim Messer. Ja, das Thema Messer ist ein heiß diskutiertes Thema. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen und Empfehlungen. Ich bleibe bei meinem Standpunkt und empfehle Neueinsteigern in dieses Hobby ein Taschenmesser. Ich habe hier ein, wo ist es, Opinel, was ich euch empfehle. Dieses Opinel, diese Opinel Messer, die kommen aus Frankreich und die gibt es in verschiedenen Größen. Das ist jetzt ein Opinel Nummer 9. Die Klinge ist groß genug, dass ich damit sehr gut schnitzen kann. Die Klinge ist feststehend, dank diesem Ring hier. Und der Vorteil ist, dass es aus Karbonstahl ist. Ich kann es sehr leicht nachschärfen. Ja, und für den Anfang kann ich damit überhaupt nichts falsch machen, weil ich dieses Messer immer verwenden kann. Auch wenn ich später mal aufrüste, mir ein teureres Messer kaufe oder ein größeres. Aber ich denke da immer an die Anfänger und man muss erst mal ins Schnitzen reinkommen. Wenn man noch nie geschnitzt hat oder in der Kindheit geschnitzt hat und es ist schon Ewigkeiten her, dann muss man da erst mal wieder reinkommen. Und das Lernen und Schnitzen ist auch nicht so einfach. Und da ist eben ein Taschenmesser genau das Richtige dafür, um verschiedene Schnitztechniken zu lernen und um damit handwerken zu können. Für das leibliche Wohl soll hier draußen natürlich auch gesorgt sein. Und da empfiehlt es sich, einen kleinen Kocher zu haben. Als Beispiel diesen S-Bit-Kocher. Der ist doch wirklich klein, praktisch und handlich. Ich kann den leicht entzünden und kann dann mit Hilfe solch einer Tasse hier Wasser aufkochen. Und ich kann mir einen Tee kochen. Ich kann mir ein kleines Süppchen kochen. Ja, und das reicht meiner Meinung nach für den Anfang komplett aus. Ja, ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist natürlich hier draußen auch sehr wichtig. Und ich brauche etwas zum Trinken. Ich brauche also ein Gefäß, mit dem ich mir Wasser mit rausnehmen kann in den Wald. Und dafür eignet sich solch eine Feldflasche sehr gut. Irgendwie muss ich ja auch meine ganze Ausrüstung hier raus transportieren können. Und dazu eignet sich hier solch ein Rucksack. Von der Größe her ist der sehr gut als Tagesrucksack geeignet. Oder auch als Rucksack im Sommer für ein oder zwei Übernachtungen wäre die Größe auch noch voll in Ordnung. Das Gute bei diesem Rucksack, ich kann den auch für den Normalgebrauch jetzt hernehmen. Wir gehen mit dem Rucksack mit der Familie auch mal schwimmen. Weil dieser US Assault Rucksack hier von der Firma Miltec, der ist innen beschichtet. Ich werde den auch in einem extra Video euch nochmal vorstellen. Der hat also innen die Beschichtung. Da kann ich meine nassen Badehosen reinschmeißen. Also dafür nehmen wir den gern her. Oder auch einfach in der Stadt zum Einkaufen ist der sehr gut geeignet. Ja, draußen möchte ich mich auch mal hinsetzen. Dazu ist es noch empfehlenswert eine Sitzunterlage zu haben. Diese Bundeswehr-Isomatte hier, die ist praktisch. Weil ich kann sie als Sitzunterlage hernehmen. Sie passt gut in den Rucksack hinein. Und wenn ich dann doch einmal draußen übernachten möchte, kann ich diese Matte einfach aufklappen und habe dann eine Liegefläche. Ja, das ist so meine Ausrüstungsempfehlung für euch. Weiter aufrüsten kann man natürlich immer. Aber wie gesagt, man muss ja irgendwo anfangen. Ich habe jetzt nicht mal einen Firesteel empfohlen hier, weil den kann man am Anfang leicht durch Streichhölzer oder ein Feuerzeug ersetzen. Und den Firesteel, damit bekomme ich auch nicht so leicht ein Feuer an. Da muss ich erstmal wieder einen Schritt weiter sein und mich mit Zundermaterialien auskennen. Wie ich überhaupt mit Hilfe von Funken mir ein Feuer zustande bringe. Das ist auch das Schöne an der Sache. Ich kann das immer erweitern, mein Wissen erweitern, immer etwas dazulernen. Und das ist auch mein Hinweis, sich nicht immer auf die Ausrüstung zu verlassen. Das heißt, ich sollte auch immer gleichzeitig wissen, wie ich mir nur aus Naturmaterialien hier so ein Dach bauen kann. Ich sollte wissen, wie ich ein Feuer anbekomme ohne Streichhölzer, Feuerzeug oder Firesteel mit Hilfe von Feuerbohren. Aber das sind ja so die Zusätze, die kleinen Pakete, die mein Hobby so interessant machen. Und ja, so gestalte ich mir persönlich das hier draußen. Ich habe hier mein Lager und nebenher probiere ich meine Buschkrafttechniken aus. Und ja, das macht mir einfach eine Riesenfreude, Leute. Also, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Alles, was ich vorgestellt habe, hier, findet ihr natürlich selbstverständlich in meinem Outdoor-Onlineshop Gear to Survive. Und wenn ihr dort Fragen habt, auch zu den Produkten Fragen habt, dann zögert nicht, kontaktiert mich. Ich bin für euch da. Ich habe dort eine Telefonnummer angegeben. Ich habe meine E-Mail-Adresse dort angegeben. Und zu meinen Geschäftszeiten beantworte ich dann eure Fragen dort und helfe euch gerne weiter. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssli. Ja, eine Frage, die wohl sehr häufig aufkommt, ist, welches Messer ich denn für Anfänger empfehlen würde. Und mit Anfänger meine ich jetzt also wirklich Leute, die neu in das Thema einsteigen, die vielleicht mit Wandern anfangen, mit Camping auf dem Campingplatz, mit Trekking-Touren. Hallo Leute, willkommen bei Outdoor-Ausrüstung TV. Und ja, es ist Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, bin ich unterwegs auf einer Trekking-Tour, eine geführte Trekking-Tour mit drei Erwachsenen und einem Kind. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, meinen Rucksack zu packen. Wie ihr sehen könnt, habe ich einen neuen Schrank für meine Ausrüstung, was sehr vorteilhaft ist. Denn ja, da ist jetzt alles geordnet. Ich habe alles im Blick und kann jetzt hier ruckzuck meinen Rucksack packen. Hier hängen meine Schlafsäcke. Und ich glaube, der Kai Sackmann hat vor kurzem ein Video gedreht, darüber, wie man seine Schlafsäcke am besten lagert. Und ich denke mal, dass das hier sehr vorbildlich ist, wenn man die Schlafsäcke nämlich aufgehängt lagert. Dann erhalten sie doch über lange Zeit ihre Eigenschaft der Isolation. Weil die Füllung nicht dauerhaft gepresst ist, sondern weil sich der Schlafsack eben entfalten kann. Ja, als allererstes nehme ich mal hier meinen Karencia Tropenschlafsack raus. Der leistet jetzt gute Dienste bei diesen warmen Temperaturen. Ich werde alles aus dem Schrank rausholen, hier auf dem Boden ausbreiten. Und dann werdet ihr einen kurzen Einblick bekommen, was ich so alles in meinen Rucksack einpacke. Ja, zu diesem Schrank und dem Inhalt gibt es auch in Kürze ein ausführliches Video, damit ihr seht, was da so alles drin ist. Wir werden etwas auf die Ausrüstung eingehen. Ja, und sowieso werden noch viele Videos folgen. Wie immer, euer Feedback ist gefragt. Schreibt mir einfach in die Kommentare immer wieder rein, was ihr von mir wissen möchtet. Und ihr helft mir dadurch sehr, dass ich genau die Videos euch zeigen kann, die euch interessieren. Also Leute, jetzt geht es los ans Packen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay Leute, ich habe jetzt alles rausgenommen. Und wir fangen an als Rucksack heute den Cyclops Atlas 2. Da passt viel rein. Ich nehme natürlich für so eine Tour immer ein bisschen mehr mit, als ich eigentlich bräuchte, wenn ich jetzt nur allein unterwegs wäre. Aber wie gesagt, das ist eine geführte Trekking-Tour. Da muss ich gut ausgerüstet sein, weil ich Verantwortung habe über die anderen. Wenn es regnet oder dann nachts doch kälter wird oder auch mein Erste-Hilfe-Set. Alles ist ein bisschen weiter ausgebaut. Also Leute, fangen wir einfach nach den Survival-Prinzipien an. Erstmal die körperliche Wärmeerhaltung und dazu zählen die Klamotten. Ich habe hier eine ganz normale Moleskine BW-Bundeswehrhose. Ich habe hier dann die Funktions-Shirts. Zwei Stück, ein kurzärmeliges, ein langärmeliges. Es ist so sommerlich, ich werde nur mit dem kurzärmeligen herumlaufen und dann abends dieses Long-Sleeve-Funktions-Shirt anziehen. Und dann habe ich hier noch einen Fleece-Pulli. Und das reicht völlig aus. Falls es dann doch ein bisschen winden sollte oder für morgens zum Beispiel auch Gewitter angesagt, habe ich hier noch eine feste Baumwolljacke. Und da tut es jede Outdoor-Jacke oder auch einen Smog zum Beispiel. Wir machen Lagerfeuer, deswegen habe ich eben vermehrt Baumwoll-Sachen dabei. Also gerade diese Überjacke, da kann auch mal ein Funke dagegen kommen. Dann passiert nichts. Ja, als Gürtel hier so eine breite Koppel, macht sich immer sehr praktisch, gerade wenn man ein Messer am Gürtel trägt. Als Regenschutz nehme ich einen Poncho mit. Ich nehme keine Regenjacke und keine Regenhose mit, weil es eben nur kurz gewittern sollte. Es ist wirklich schönes Wetter angesagt, dauerhaft. Ich bin gespannt, ob es auch so sein wird. Und da reicht mir dann einfach ein Poncho, wenn es ein Regenguss kommt. Zack, Poncho drüber und fertig. Ja, zwei Paar Socken noch zum Socken wechseln, Wanderschuhe, die muss ich gleich noch putzen. Und dann hat sich das erledigt. So, jetzt Dach über dem Kopf, schlafen. Ich habe hier ein British Army Shelter Sheet. Das ist so ein etwas größeres Tarpe. Von der Qualität sehr gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Darunter werde ich schlafen. Dann eine Isomatte, das ist eine Ex-Pad. Das ist eigentlich eine Winter-Isomatte, die ist ein bisschen zu dick, aber ich habe jetzt eben keine andere. Deswegen nehme ich auch die im Sommer her. Ich müsste mir mal noch eine dünnere besorgen, denn die ist eigentlich viel zu dick für den Sommer. Im Sommer tut es nicht. Leichte Boden-Isolation. Carinzia Tropenschlafsack, wie gesagt, hier drin. Kleines Packmaß. Optimal. Ich habe schon eine Nacht einmal drin geschlafen. Ich kann dir nur empfehlen. Oben drüber ein Biwak-Sack. Und ja, der erhöht sogar noch die Komfort-Temperatur des Schlafsacks und schützt auf jeden Fall immer vor Feuchtigkeit oder auch vor Nässe, Regen nachts und vor Wind auch. Deswegen habe ich immer einen Biwak-Sack dabei. Hier habe ich noch ein großes Tarp, 4x4 Meter Flecktarn-Tarp. Alle Sachen werdet ihr im Gebrauch sehen. Ich nehme die Kamera mit auf die Tour und dann zeige ich euch alle Ausrüstungsgegenstände im Gebrauch. Dann werdet ihr sehen, wie das alles ausgepackt aussieht. Also wie gesagt, hier unser Gruppentarp. Das bauen wir auf. Da können wir als Gruppe drunter sitzen. Ich habe gerade ein bisschen Schnupfen. Entschuldigung. Der geht gleich wieder weg. Ja, dann Werkzeuge. Puma-Automesser. Miltec-Klappsäge. Bin ich sehr zufrieden mit diesen beiden Sachen. Ich habe hier Spiritus Trangia-Kocher nämlich mit. Für die Wasserversorgung, da ist ein Brunnen. Aber ich nehme dennoch meinen Säuer-Wasserfilter, zwei Beutel mit. Eine Wanderkarte. Zahnbürste, Zahnpasta. Mein Wenger Gasfeuerzeug hat sich auch sehr gut als sehr praktisch herausgestellt. Ich kann damit nämlich ruckzuck einfach meinen Trangia anzünden. Ich brauche nicht jedes Mal ein Streichholz nehmen oder meinen Firesteel. Ja, hier schon mal Trocken-Nahrung essen. Gerade bei Trecken-Touren sind diese Tüten sehr praktisch, da sie leicht zu transportieren sind. Wasser drauf, fertig. Ich muss gleich noch einkaufen gehen. Ich nehme auch gerne Feschper mit Käse, Wurst und Brot auf so eine Tour. Okay, ja, soviel dazu. Erste Hilfe, auch ganz wichtig, Erste-Hilfe-Sets. Taschenlampen, zwei Stück, immer ein Back-Up. Ich habe immer ein Back-Up dabei. Bei wichtigen Sachen immer alles doppelt, auch Erste-Hilfe-Set doppelt. Kochen werde ich in meinem Edelstahl-Nierenbecher. Der reicht völlig aus für die Tage. Ich habe noch ein großes Beil mitgenommen. Das werden wir brauchen, da wir viel Feuerholz machen. Ja, dann habe ich immer noch so kleine, diverse Koppeltaschen. Und in diese Koppeltaschen packe ich dann die ganzen kleinen Utensilien hinein und kann dann diese Koppeltasche in den Rucksack reinmachen. Und dann ist alles gut sortiert. So, ich würde sagen, ich packe den Rucksack zusammen. Das war einfach so ein kleiner Einblick. Jetzt hier vor der Tour. Wir sehen uns dann auf meinem Hauptkanal. Und ich werde jetzt diesmal die Kamera, wie gesagt, mitnehmen. Ich werde ein bisschen was filmen, was wir da so machen. Wie ich mein Lager aufstelle. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude draußen in der Natur. Viel Spaß beim Rucksack packen. Ich hoffe, dass ihr auch Zeit findet für eine Tour jetzt. Das Wetter ist ja super. Jetzt haben wir mitten Sommer und es ist einfach Outdoor-Zeit. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und ja, wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssle. Ja, jetzt kam doch des Öfteren die Anfrage, dass ich mal diesen Berghaus Cyclops 2 Atlas vorstellen soll. Und dem werde ich heute nachkommen. Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Outdoor-Ausrüstung TV. Und ich hatte euch in meinem letzten Video auf meinem Hauptkanal gefragt, ob ihr meine Ausrüstung kennenlernen möchtet, die ich jetzt hier draußen im Herbst hernehme. Und da kam ein Feedback von euch, was ich jetzt gerne in diesem Video umsetzen möchte. Ihr habt gesagt, ihr wollt es sehen. Und selbstverständlich stelle ich euch dann jetzt meine Ausrüstung vor. Ja, ich habe also hier meinen Rucksack gepackt, so wie ich ihn dabei hatte, für diese Trekking-Tour. Das Wetter ist jetzt natürlich im Herbst etwas anspruchsvoller. Es wird abends kühler bis kalt. Es kann auch mal Nachtfrost geben. Es weht mehr Wind. Und es ist auch insgesamt von der Wetterlage mehr feucht. Es kann mal regnen. Oder es ist auf jeden Fall in den Morgen- und Abendstunden neblig hier im Schwarzwald. Ja, ich werde jetzt hier alles auf einer Plane ausbreiten und euch mehr zu den einzelnen Ausrüstungsgegenständen berichten. Auch von meiner Erfahrung damit erzählen und warum ich den Ausrüstungsgegenstand mitnehme. Ich werde auch mein Lager komplett aufbauen und dann euch zeigen, wie die Ausrüstungsgegenstände im aufgebauten Zustand aussehen, wie ich sie da verwende. Und das werde ich dann in dieses Video mit einbauen, sodass ihr möglichst viele Informationen aus diesem Video ziehen könnt in Form von Bildern und in Form von dessen, was ich euch an Informationen vermittle. Am Ende des Videos werde ich alles wieder einpacken in meinen Rucksack und werde auch zum Rucksackpacken noch speziell ein paar Worte erklären. Und zwar, wie ich den Rucksack packe, auf was ich dort achte. Okay, genau. Gut, dann würde ich sagen, lege ich mal los mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay, Leute, ich bin soweit. Ich habe alles ausgebreitet und fange an mit diesem grellen Schal hier, der zu meiner Erste-Hilfe-Ausrüstung gehört. Ich habe den oben im Deckelfach drin und kann damit einfach mich erkenntlich machen, gerade weil ihr wisst ja, ich laufe ja mit Flecktarn und Oliv im Wald rum. Dann kann ich mir das einfach um den Hals legen oder wenn ich an einer Straße entlang laufe oder wenn ich verletzt bin im Wald und möchte auf mich aufmerksam machen, kann ich das einfach oben an den Baum hinhängen. Mit zu meiner Erste-Hilfe-Ausrüstung gehört ein Erste-Hilfe-Mini-Set da drin, ist eine Mullbinde und Pflaster und Wundauflage drin. Es ist ein kleines Set, welches ich hier in der Seitentasche meiner Hose habe. Dann als nächstes habe ich hier mein Schlaf-Set und mein Unterschlupf-Set, sage ich jetzt einmal. Dazu gehört eben dieses British Army Shelter-Sheet. Das ist eine Zeltplane, die in Tarnmustern ist. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Militärplane, kann man sagen. Man bekommt diese Planen gebraucht. Und die sind silikonbeschichtet, sehr robust. Diese Basha's allgemein, die haben viele Schlaufen und das ermöglicht viele Aufbauvarianten. Die Größe ist, ich glaube, 220 x 240, also eine ideale Größe. Auch wenn mal schlechteres Wetter ist, kann ich damit mir ein Lager aufbauen, was groß genug ist, wo ich drunter sitzen kann. Ich kann schlafen und kochen da drin. Es ist also nicht so eng. Die Verarbeitung ist also eine sehr hochwertige Qualität, kleines Packmaß, vom Gewicht her auch akzeptabel. Dann gehört zu meinem Schlaf-Set diese Unterlegsplane, die ihr jetzt hier seht, wo meine ganzen Sachen drauf liegen. Dann habe ich hier meine Ex-Pad Syn-Matte. Das ist eine aufblasbare Isomatte. Und diese Isomatte hat für mich einfach den Vorteil, dass sie a. wärmt, denn dort befinden sich Isolations-, wie soll ich sagen, es ist so ähnlich wie Daunen-, wie eine Daunenfüllung eben in dieser Matte drin. Und das kann besser Wärme isolieren. Und der Hauptgrund für mich ist einfach, durch die Dicke dieser Luftmatratze liege ich einfach bequem im Wald und ich schlafe sehr oft draußen. Und ich möchte einfach bequem schlafen und morgens auch erholt aufwachen. Es ist ganz wichtig für mich, dass ich morgens frisch und munter aufwache. Vom Gewicht her ist es akzeptabel. Es ist eine sehr gute Qualität. Ex-Pad ist eine Schweizer Firma, die Markenware herstellt. Die haben super Sachen und ich bin sehr zufrieden mit dieser Daunen-Matte und werde diese auf jeden Fall nochmal in einem Extra-Video vorstellen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist eine aufblasbare Isomatte. Diese haben natürlich den Nachteil, dass ein Loch reinkommen kann. Es kann die Luft rausgehen. Und dann habe ich nur noch ein flaches Stück Kunststoff auf der Erde liegen. Da ist ein Flick-Set dabei. Ich könnte es im Notfall flicken. Aber wäre ich jetzt länger unterwegs als drei Tage, würde ich mir zur Absicherung auf jeden Fall noch eine Bundeswehr-Faltmatte mit in den Rucksack packen. So als Backup, sage ich mal. Das ist so eine dünne Isolationsmatte aus Kunststoff. Und die könnte mir dann provisorisch weiterhelfen. Und natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wie man sich im Wald auch mit natürlichen Materialien eine Isolationsmatte, Unterlage bauen kann, so wie in meinem 24-Stunden-Survival-Video. Das geht natürlich auch gut. Aber wenn die Witterung feucht ist und es ein feuchtes Wetter ist, kann es sein, dass Laub, Moos, alles nass ist, dann kann ich mir schwer eine isolierende Unterlage bauen. Also ich habe hier diese bequeme Ex-Pad Syn-Matte, gibt es auch als Down-Matte mit Daunen drin. Ich bin sehr zufrieden damit. Diese beiden Sachen, die kommen dann in einen Biwaksack rein. Und einen Biwaksack kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ein Biwaksack ist also eine Schlafsackhülle, kann man sagen. Der hier ist von Carincia, schön in oliv, sehr groß, mit Reißverschluss und Klettabdeckung, atmungsaktiv. Das ist auch sehr wichtig. Es gibt teilweise Schlafsack- oder Biwaksäcke, die sind zwar wasserdicht, aber man kann drin schwitzen. Und dann besteht die Gefahr, dass man durch seine eigene Körperflüssigkeit im Biwaksack drin Feuchtigkeit hat. Und deswegen habe ich auf diese hochwertige Variante zurückgegriffen, hier diesen Carincia Biwaksack. Und der ist so groß, dass ich dort die Isomatte reinmachen kann und den Schlafsack. Und das hat den Vorteil. Ich kann mein Schlafsack aufbauen komplett, stecke hier alles rein, lege meinen Biwaksack hin und dann ist gut. Dann steht mein Schlafsack. Denn es ist so, wir haben ja hier abends oft in Bodennähe Feuchtigkeit, morgens Kondenswasser. Und wenn ich diese Biwak-Hülle nicht hätte, müsste ich bis zum Schluss warten, also bis ich mich schlafen lege mit meinem Schlafsack. Das empfehle ich auch, dass man den Schlafsack eben nicht ausrollt, wenn man sein Lager aufgebaut hat, sondern ihn hier drin lässt, wenn man keinen Biwaksack hat. Weil er hier drin eben trocken bleibt und dann erst kurz vorm Schlafen gehen würde ich den Schlafsack herausnehmen. Aber mit Biwaksack ist das überhaupt kein Problem. Ja, weil es jetzt etwas kühler ist. Hier habe ich hier diesen Carincia Tropenschlafsack. Das ist noch ein leichter Sommerschlafsack. Der ist immer noch jetzt bei den Temperaturen akzeptabel. Ich hatte es sehr warm da drin, weil ich in Kombination mit diesem Biwaksack und dieser Fließdecke, die so ähnlich ist wie ein Schlafsack, die Fließdecke nehme ich mit in den Schlafsack hinein. Und mit dieser Kombination habe ich dann doch einen Komfortbereich von, also ich würde damit auch Nachtfrost gut überstehen, zusammen mit dieser Exped Zünnmatt. Ist das für mich eine ideale Kombination und ich kann da schön variieren. Dann ist es dann doch mal wärmer, lasse ich die Fließdecke weg und habe hier meinen dünnen Sommerschlafsack. Oder wenn es dann wieder kühler wird, nehme ich halt diese Fließdecke mit hinein. Also eine schöne Kombination und vom Gewicht her finde ich das Gewicht auch akzeptabel. Weil ich jetzt öfters von Gewicht spreche, ich wiege meinen Rucksack nie. Ich nehme das mit, was ich brauche. Ich brauche das nicht zu wiegen, weil ich trage es sowieso. Ich habe meine Ausrüstung und ich muss das mit dem, was ich einfach draußen brauche. Und da spielt das Gewicht für mich nebensächlich eine Rolle. Ich achte natürlich schon etwas auf das Gewicht. Ich nehme jetzt keine Baumwollplanen mit oder sonstige schwere Sachen. Ich kombiniere meine Ausrüstung, die ich habe, so, dass es für mich gut zu tragen ist, der Rucksack. Und mittlerweile habe ich so eine Kondition und bin so oft draußen, dass ich einfach den Rucksack gut tragen kann. Ich kann damit weit wandern, auch hier im Schwarzwald, berghoch, bergrunter. Und vom Gewicht her bin ich zufrieden mit meinem ganzen Equipment. Ich halte es nicht für zu schwer. Leichter geht immer, natürlich, aber ich bin kein Ultra-Light-Tracker, sondern ich habe diese Ausrüstung zusammengestellt, weil sie auch robust sein soll. Ein bisschen Baumwolle ist mit dabei, zum Beispiel hier bei meiner Jacke. Die Jacke ist aus Baumwolle und auch meine Hosen. Da ich draußen natürlich auch werkle, wenn ich Feuer mache und Feuerholz hole und gerade die Tannen und Fichten am Spitze äste, da würde ich mir überall Löcher reinreißen in meine Jacke. Und wenn ich dann so eine besonders atmungsaktive Jacke habe, die nicht aus Baumwolle ist, kann es sein, die reißt ein. Also greife ich zu den robusten Materialien vermehrt zu, weil die mir hier draußen auf längere Sicht gesehen für meine Bedürfnisse einfach besser sind. Gerade in Kombination mit Buschkraft, Feuer machen, etwas draußen handwerkeln, bauen, sind die Sachen einfach besser. Gut, das war ich also hier beim Schlafset. Und zum Schlafset gehört dieser kleine Beutel hier. Denn da drin befindet sich Paracord in verschiedenen Stücklängen. Ich habe hier auch Paracord, der nachts Licht reflektiert, damit man sein Schalter besser findet. Ich habe hier also viele verschiedene Längen drin. Und hier drin auch Heringe aus Aluminium, die leicht sind. Und das ist mein Schlafset, wo ich wunderbar und schnell mein Lager aufbauen kann. Und dann steht es und dann ist alles tip-top geregelt. Zu meinem Lager gehört auch noch eine Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe von TrueNight. Und diese hat so einen Diffuser hier vorne. Der ist sehr gut, damit kann ich mein komplettes Lager nachts ausleuchten. Der Diffuser, der zerstreut das Licht, ist also nicht gebündelt. Und dann hält das meinen ganzen Bereich auf, in dem ich mich bewege, macht mir schön Licht. Das ist also wunderbar. Und hier außen dran habe ich eine Batterie befestigt, mit Klebeband eine Ersatzbatterie. Wenn wir schon beim Licht sind, ich habe hier noch eine kleine Taschenlampe. Die ist auch von TrueNight befestigt an einer Schnur. Daran befindet sich auch mein Expeditionsfeuerzeug. Das ist ein Gas-Sturmfeuerzeug der Marke Wenger. Hat einen stolzen Preis, aber es ist wirklich ein absolutes Luxus-Teil und robust. Und ich mache damit rucki-zucki mein Feuerle. Auch wenn Wind geht, haben diese Gasfeuerzeuge eben den Vorteil, dass die Flamme nicht ausgeht. Hat eine sehr große Hitze. Und das trage ich einfach hier befestigt an meiner Gürtelschlaufe, hier in meiner Hosentasche drin. In meiner Hosentasche habe ich auch ein Schweizer Messer drin. Mit dem arbeite ich viel. Ich schnitze damit, ich schneide mein Gemüse damit. Und die Schweizer Messer gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Mir gefällt besonders gut auch hier der Zahnstocher und die Pinzette. Manchmal haben die auch eine Säge und einen Dosenöffner. Und dieses Schweizer Messer hat sogar noch eine Schere hier. Also ein Schweizer Taschenmesser ist in meinen Augen auf jeden Fall etwas, was man auch immer dabei haben sollte. Und was sehr, sehr nützlich ist. Als weiteres größeres Messer zum Holz machen, das nehme ich auch nur mit, wenn ich weiß, ich mache Feuer draus. Wenn ich jetzt nur zum Dreckigen Wandern unterwegs bin, habe ich so ein großes Messer meistens nicht dabei. Habe ich mein gutes Puma-Automesser dabei. Und damit kann ich entasten, Holz machen, Batonen, also Holz spalten. Ja, dann fehlt natürlich noch, wenn man Holz macht, eine Säge. Die habe ich auch dabei. Eine leichte Klappsäge, mit der ich zufrieden bin, die gut sägt. Und damit kann ich mir schnell mein Holz machen fürs Feuer. Schützen tue ich meine Hände mit diesen Ufex Lederhandschuhen. Dickes Rindsleder müsste das sein. Ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher. Sehr gute Handschuhe, die sind echt von der Qualität her gut und dick und kann dennoch alles gut anpacken damit. Die wurden mehrmals nass draußen, feucht, sind etwas störrisch jetzt. Ich habe sie am Feuer getrocknet, aber es geht noch. Also dafür, was die schon mitgemacht haben, sind die immer noch ganz gut. Jetzt sehe ich hier noch eine Rettungsdecke für mein Erste-Hilfe-Set. Habe ich auch immer dabei. Eine Rettungsdecke kann man immer mal brauchen. Man kann es sogar als Tarp verwenden oder wenn es wirklich was draußen ist, einfach die schnell auspacken und sich da drin einmummeln, um auf jeden Fall mal Körperwärme zu speichern oder um jemand anderes zu helfen. Hier ist noch ein kleiner Reflektor. Den kann ich ums Hosenbein machen oder einfach hier um den Oberarm herum binden. Gerade wenn ich abends an Straßen entlang gehe und die Autos leuchten dieses Klett an, dann sieht man mich besser. Dann habe ich hier ein Stück Kienspan. Das ist immer mein Retter in der Not, wenn Holz nass ist und wenn ich schnell Feuer machen möchte, ist Kienspan auf jeden Fall empfehlenswert. Hier habe ich einen kleinen Firestriker, einen Feuerstahl. Der ist eine Zusatzoption, gerade bei wichtigen Dingen. Feuer zum Beispiel habe ich immer die Sachen doppelt dabei. Feuer und auch Taschenlampe habe ich auch doppelt dabei, um mich da einfach abzusichern. So, jetzt kommt hier gerade ein Flieger. Ich mache mal ganz kurz Pause. Weiter geht's. Der Flieger ist vorbeigeflogen. Dann würde ich sagen, mache ich mit meinem Küchen-Equipment weiter. Ja, Wasser ist sehr, sehr wichtig. Ich habe hier zwei Kunststoff-Feldflaschen. Wenn ich jetzt auf Wanderung bin und ich kenne mich hier aus, weiß, dass es hier überall Wasser gibt. Gerade auf meinen Wanderstrecken weiß ich, wo die Quellen sind. Dann fülle ich mir nur eine Wasserflasche mit Wasser. Und wenn ich dann an meinem Lager abends bin oder kurz vor meinem Lager, fülle ich die Wasserflasche auf, damit ich dann nicht so schwer tragen muss. Das Wasser ist sehr sauber hier. Dennoch habe ich immer einen Sawyer Wasserfilter Mini dabei. Auch mit einem kleinen Beutel, wo man auch noch mal Wasser transportieren könnte. Und ja, wenn das Wasser jetzt nicht so gut aussieht, wenn es ein offener Bach ist, dann filter ich das Wasser hier auf jeden Fall mit diesem Sawyer Mini Filter. Den habe ich hier in so einem kleinen Beutel drin. Gerade bei den Beuteln, ich habe es mir so angewöhnt, dass ich ziemlich viele Beutel und Taschen dabei habe und das ganze Kleinmaterial immer versuche, gruppenweise in Beuteln zu packen. Wie zum Beispiel hier mein Shelter- oder Tarpe-Beutel. Also hier ist alles drin, was ich für den Aufbau meines Tarps brauche. Hier ist Paracord drin und die Heringen, wie gesagt. Dann habe ich einen Essensbeutel, dann habe ich einen Kleiderbeutel, zu dem kommen wir gleich. Also alles verpackt in Beuteln und das hat den Vorteil, dass ihr schnell aus- und einpacken könnt. Und dass auch nicht so schnell alles verloren geht und nicht so im Rucksack durcheinander herumfliegt, sondern ihr habt eure Beutel. Ihr wisst, das ist mein Beutel mit den Essenssachen, das ist mein Beutel mit den Klamotten, hier sind meine Taschenlampen, Messer und Zunder drin. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, dann zum Kochen habe ich, gut, jetzt habe ich hier meinen großen Stanley-Topf dabei. Den habe ich dabei, weil ich gleich noch ein Kochvideo drehe. Sonst, eigentlich, wenn ich jetzt hier allein unterwegs bin, habe ich mein Pathfinder-Kochset dabei, mit dem ich immer noch absolut zufrieden bin. Es ist aus Edelstahl, lässt sich zusammenklappen. Ich habe hier unten den Ständer für den Kocher, für den Spirituskocher. Ich nehme meistens Spiritus mit, habe hier meinen Trangia Spirituskocher. Den stelle ich hier drunter und kann dann hier oben drauf meine Nierentasse stellen. Und das Ganze kann man eben zusammenklappen, was ich hier wunderbar finde. Hier ist sogar noch ein Deckel dabei. Und dann kommt hier die Feldflasche rein. Das Ganze kommt in die Feldflaschentasche hinein. Und damit ist alles wieder zusammen wunderbar verpackt. Und ich habe hier einen Holzlöffel, von dem ich speise. Ist eigentlich für mich völlig unwichtig, weil wenn ich im Wald bin, ich kann mir innerhalb von wenigen Minuten selber einen Löffel schnitzen, was ich auch immer wieder mache. Einfach aus Spaß und der Freude schnitze ich mir etliche Löffel. Hier noch eine Tasse, wo ich auch Wasser drin erhitzen kann. Gerade wenn ich mal nebenher mir einfach schnell einen Tee kochen möchte. Gut, was haben wir denn noch? Ja, Handy ist eh klar, zum Hilfe holen und dass ich erreichbar bin. Dann habe ich jetzt, kommen wir mal langsam zu den Klammerten. Ich habe hier eine Mütze. Gerade wenn ich abends im Schlafsack liege, habe ich gerne eine Mütze auf. Oder eigentlich immer, wenn ich keine Mütze dabei habe, habe ich ein Dreieckstuch auf dem Kopf. Ein Bundeswehr-Dreieckstuch. Ich habe immer was auf dem Kopf, wenn ich im Schlafsack liege. Weil viel Körperwärme über den Kopf verloren geht und es ist einfach angenehmer nachts, wenn ich was auf dem Kopf habe. Also die Mütze und Dreieckstuch. Dreieckstuch ist sehr vielseitig verwendbar. Am meisten nehme ich es eben als Kopftuch. Oder ich trage es um den Hals. Und ich habe festgestellt, wenn euch kühl ist und man trägt ein Halstuch, das bringt sehr viel, weil sich dann die Wärme hier drin staut in den Klamotten und da wärmt man dann doch mehr. Also oftmals kann ich auf die Jacke erstmal verzichten. Ich ziehe mein Halstuch an und dann wird mir schon wieder etwas wärmer. Ja, und mit dem Halstuch, gerade im Survival-Bereich, hat man auch viele Möglichkeiten. Man kann damit schmutziges Wasser filtern. Im Erste-Hilfe-Bereich kann ich so ein Dreieckstuch sehr gut gebrauchen. Das ist also auch ein guter Gegenstand, den ich hier in der Seitentasche meiner Hose trage. Hier habe ich die Rucksackhülle. Das ist so eine Regenhülle. Wenn es regnet, trage ich das über meinen Rucksack. Und ich habe hier meinen Poncho in Flecktern, einen Regen-Poncho. Hat auch den Vorteil, ist vielseitig verwendbar. Ich kann daraus einen Tarp machen. Ich kann den Poncho als Bodenplan hernehmen. Ich kann mit dem Poncho mal schnell meine Ausrüstung abdecken. Und wenn es regnet, kann ich den mir anziehen. Aber der Nachteil bei den Regen-Ponchos, wenn ihr den anhabt und es regnet stark, dann leuchtet euch das ganze Wasser auf die Schuhe und auf die Hose. Das heißt, wenn ihr keine Regenhose anhabt, wird euer Hosenbein nass, eure Schuhe werden nass. Da variiere ich immer ein bisschen mit den Regenklamotten. Wenn ich weiß, es ist ein durchwachsenes Wetter, es regnet mal leicht und es ist kein starker Dauerregen angesagt, nehme ich oft den Poncho mit und meine Gamaschen. Gamaschen schützen meine Hosenbeine von unten. Wenn es jetzt stärker regnet, dann habe ich auf jeden Fall zu Hause eine Regenjacke und eine Regenhose, was unerlässlich ist, wenn man lange draußen ist. Regenjacke, Regenhose braucht man dringend. Der Poncho kann einen auf Dauer nicht schützen, weil, wie gesagt, das Wasser dann doch immer wieder runterläuft auf die Schuhe. Und ja, also bei leicht durchwachsendem Wetter, Poncho und Gamaschen ist eine gute Lösung. Wenn es wirklich hart auf hart kommt raus, Wetter, oder wenn ich länger draußen unterwegs bin, dann verzichte ich nicht auf eine Regenhose und Regenjacke. Die habe ich dann auf jeden Fall mit dabei. Ja, hier meine gute Leo-Köhler-Jacke aus Baumwolle, wie gesagt. Die übersteht auch einen leichteren Regen, die ist super am Feuer, hält kleinere Funken ab. Oder wenn ich jetzt im Wald laufe, wie vorhin gesagt, spitzere Äste. Die ist einfach robust, hat viele Taschen. Top. Hose, ja, da gibt es viele verschiedene Varianten. Auf jeden Fall keine leichte Trekking-Outdoor-Hose, die würde auch wieder kaputt gehen, sondern ich habe eher diese vier Reifenhose oder Bundeswehr-Klamotten. Ich meine, generell meine Ausrüstung ist hauptsächlich, oder viele Sachen sind gebrauchte Bundeswehrsachen, weil die einfach robust sind. Und so habe ich mir das im Laufe der Zeit eben angesammelt. Ja, dazu gehört auch hier dieser Fleece-Pulli. Der ist auch sehr gut. Also dieses Zwiebelprinzip ist sehr wichtig, wenn man draußen unterwegs ist. Leute, viele verschiedene Kleiderschichten, damit kann man sich wirklich gut behelfen. Und wenn ich merke, ich bin am Lagerplatz und mir ist warm, ziehe ich mich sofort aus und laufe da vielleicht sogar ein T-Shirt rum am Feuer. Da sollte man immer dabei bleiben, wenn man merkt, es ist zu kalt oder zu warm. Kleider einfach wechseln. Das ist so dieses Zwiebelprinzip. Und ich habe eben, ja, zur jetzigen Zeit, weil ich auch nichts groß anderes habe, viele Sachen in Synthetik, sage ich mal. Und zwar angefangen, ich habe hier drunter ein kurzärmliches Funktionst-T-Shirt, heißen die ja. Dann habe ich jetzt hier mein Hemd, das ist auch innen mit Fleece gefüttert. Dann habe ich hier diesen Fleece-Pulli. Und über das Ganze würde ich dann meine Jacke anziehen. Und da bin ich richtig warm da drin. Dann habe ich hier noch ein langärmliches Funktionst-T-Shirt. Falls es dann alles doch nicht reicht, dann ziehe ich das langärmliche Funktionst-T-Shirt noch unten drunter. Da staut sich dann noch mehr Wärme da unten drunter. Also da wird einem, ja, gerade bei dem herbstlichen Wetter richtig warm und es ist gut. Ich habe zu Hause auch noch ein langärmliches T-Shirt aus Baumwolle, was auch super ist. Baumwolle oder Morino-Wolle sind auch tolle Funktionst-T-Shirts dabei. Das ist je nachdem, was man hat. Baumwolle kann ich auf keinen Fall empfehlen. Diese Baumwoll-T-Shirts, wenn ihr da einmal schwitzt, die sind nass. Und dann trocknen die nicht von alleine ab. Ich habe die Erfahrung gemacht bei diesen Sachen, wenn man nach diesem Zwiebelprinzip arbeitet und wenn es alles Funktionsklamotten sind, dann wandert diese Feuchtigkeit, die Körperfeuchtigkeit wirklich nach außen ab und trocknet auch außen ab und ich habe da nie Probleme mit den Sachen. Ich kann noch so schwitzen mit dem Rucksack und man schwitzt immer, egal welches Belüftungssystem die Rucksäcke außen haben. Das kann noch so ausgeklügelt sein. Der Rücken ist bei mir immer nass. Dann trocknet es von alleine ab. Ja Leute, jetzt ist also Folgendes passiert. Die Batterien meiner Mikrofone sind ausgegangen und jetzt mache ich einfach da weiter, wo ich stehen geblieben bin. Und zwar war ich bei der Funktionsbekleidung stehen geblieben und wollte euch noch sagen, dass es also so ist, wenn ich abends mein Lager steht, wenn ich also nach der Wanderung an meinem Lager bin, das Lager steht, ich habe Feuer gemacht, dass meine Klamotten allein durch meine Körperwärme schon wieder so weit abgetrocknet sind, dass ich sie gar nicht am Lagerfeuer trocknen brauche. Aber sollte es dennoch so sein, dass eure Klamotten abends feucht sind, empfiehlt es sich immer, die Sachen am Feuer zu trocknen. Das ist ganz wichtig, trockene Klamotten. Ja, als oberste Bekleidungsschicht hier meine Jacke. Baumwolle, wie gesagt, weil sie robust ist. Die Jacke hat viele Taschen, ist so eine Art Windstopper, da geht kein Wind durch. Und einfach wegen der Robustheit trage ich oben drüber diese Baumwolljacke. Ja, dann habe ich Socken dabei. Ein zweites Paar Socken ist ganz wichtig für mich. Die sind auch aus Baumwolle oder Wolle. Ich vertrage diese Funktionssocken nicht so gut, da schwitze ich immer ganz komisch drin. Und wechsle einfach abends die Socken. Bevor ich in meinen Schlafsack reingehe, ziehe ich mein getragenes Paar Socken aus, ziehe frische Socken an, habe dann trockene Füße. Und nur trockene Füße können wieder warm werden im Schlafsack. Und die feuchten Socken lege ich in meinen Schlafsack rein und dann trocknen die auch da über Nacht. Ja, dann kommen wir zur Hygiene. Und zwar habe ich hier Zahnbürste, Zahnpasta. Mehr auch nicht, keine Seife, kein Haarwaschmittel oder sonstiges Waschmittel, auch kein Öko-Waschmittel. Sondern einfach nur Zahnbürste, Zahnpasta. Zähne sind mir sehr wichtig. Die pflege ich draußen. Und für den Rest nehme ich frisches, klares Wasser. Und wenn ich mal gröbere, verschmutzte Hände habe, nehme ich etwas Sand und reibe da meine Hände drin. Und die sind hinterher sauber. Man fühlt es auch. Und wenn ich länger draußen bin, meine Haare waschen möchte oder meinen Körper, dann nehme ich einfach klares Wasser. Ich möchte einfach hier draußen im Einklang mit der Natur gehen, so weit es mir möglich ist. Und da brauche ich keine Seife hier draußen. Ich kann da auf die Seife locker verzichten und wasche mich einfach mit Wasser. Und das geht sehr gut. Wir sind natürlich in der Zivilisation, wo man natürlich auch gut riechen sollte hier draußen. Klar, man riecht nicht nach Parfüm oder nach Seifenduft, wenn man sich jetzt hier draußen nur mit Wasser wäscht. Man hat so einen leichten Schweißgeruch vielleicht. Die Haare sind vielleicht etwas fettiger. Aber das ist hier draußen einfach so. Und das akzeptiere ich. Und wenn ich dann wieder in der Stadt bin, dann nehme ich wieder mein Deo, mein Haarwaschmittel etc. Das sind einfach zwei Welten sozusagen. Okay, Leute. Gut. Dann. Kopfbedeckung ist noch sehr wichtig. Genau. Die ganze Ausrüstung trage ich in meinem Berghaus-Rucksack. Und das sei auch nochmal abschließend gesagt. Die meisten Ausrüstungsgegenstände, die ich jetzt hier vorgestellt habe, die habe ich bereits in einzelnen Videos vorgestellt auf meinem Kanal hier. Da könnt ihr mal schauen bei meinen Videos. Da habe ich alles vorgestellt, wie der Rucksack, Schlafsack, weiß ich jetzt gar nicht. Also viele Dinge habe ich auf jeden Fall schon vorgestellt. Und jetzt würde ich sagen, packe ich das Ganze ein in den Rucksack und sage euch und zeige euch, wie ich da vorgehe. Okay, Leute. Es geht los. Natürlich mit den Sachen, die in meine Seitentasche rein müssen. Also hier. Einmal Taschenlampe. Mütze aufsetzen. Dreieckstuch. Ja, was ich jetzt als erstes mache, aus organisatorischen Gründen, packe ich das ganze Kleinzeug wieder in die einzelnen Beutel hinein. Da, wo es rein gehört. Das ist also hier mein Kleiderbeutel, mein Klamottenbeutel. Also kommen auch hier die Klamotten wieder rein. Die Jacke habe ich ganz oben drauf, weil ich die immer zwischendurch mal wechsle. Hier kommt auch diese Nütze rein. So, dann nehme ich meinen Rucksack her. Und packe erst die großen Sachen hinein. Grundsätzlich kann man sagen, dass man die schweren Sachen unten lagern soll im Rucksack. Mir ist es auch wichtig, dass mein Rucksack gut gestoppt ist. Das heißt, ich mache als allererstes unten meinen Biwaksack rein, weil ich den schön stopfen kann. Dann kommt meine Fließdecke hier unten rein, weil ich die schön stopfen kann. Dann stelle ich hier so, stelle ich meinen Schlafsack hinein. Rechte Seite, linke Seite die Isomatte. Vorne in die Mitte das Bascher. Wenn ich jetzt sehe, das Wetter ist trocken, okay, dann stecke ich den Poncho auch mit unten rein. Wenn es regnen könnte, recht zügig, dann lasse ich den natürlich oben. So, dann Kochgeschirr. Meine beiden Feldflaschen mache ich hier in die Seitentaschen hinein. Dann kommen jetzt meine Klamotten rein. Wenn ich jetzt auf einer Tour unterwegs wäre, hätte ich auch noch Essen mit dabei, was oftmals auch gar nicht so leicht ist. Und das würde ich dann auch mittig hier im Rucksack lagern. Es ist kein Hexenwerk, so einen Rucksack zu packen. Es ist, ja, ich mache da keinen großen Akt draus und überlege jetzt, wo kommt was rein, wegen dem Gewicht und so weiter. Ich achte natürlich etwas aufs Gewicht, auf die schweren Sachen. Das Schwerste, was ich jetzt dabei habe, sind einfach meine Feldflaschen. Die lagere ich hier außen. Und dann war es das schon. Die großen Sachen hier rein, die Plane ganz oben drauf, dass ich nachher, wenn ich meine Sachen wieder auspacke, dass ich da alles drauflegen kann. Und dann ist schon gut. So, mein ganzes Essenszeug. Ich achte natürlich auch darauf, dass das Gewicht rechts und links einigermaßen ausgeglichen ist. So, an dieser Seite habe ich jetzt meine ganzen Kochsachen. Tasse kommt auch hier rein. Handschuhe kommen nochmal in meine Seitentasche hinein. Messer, Säge kommt hier rein. Hygiene, Regenhaube kommt hier oben ins Deckelfach hinein. Genauso wie die Gamaschen, die kommen auch oben ins Deckelfach, weil ich die doch öfters brauche, wahrscheinlich, wenn ich auf Tour bin. So, dann haben wir das Taschenmesser, und dann kommen in die Tasche. Hier ist mein Beutel mit Sunder, Taschenlampe. So, kommt hier oben rein. So, ins Deckelfach, ganz oben kommt meine Erste-Hilfe-Ausrüstung, Rettungs-Deckel, Schal. Hier nochmal eine Schnüre. Der Löffel in die Seitentasche. So, und ihr seht, das geht rucki-zucki. Mein Wasserfilter kommt noch hier oben rein. Zack, Plane zusammenlegen. So, ich kippe es. So, ich kippe es. Ich kippe es. So, ich kippe es. Und das war's Leute, Rucksack ist gepackt, recht zügig, ich mache da keine Wissenschaft draus, das Einzige, was ich jetzt nicht richtig gemacht habe, hört ihr das? Das gefällt mir noch nicht, das klappert, das würde ich jetzt, wenn ich jetzt weiter wandern würde, abändern, dass es nicht klappert, das ist mir ganz wichtig, ich möchte kein Geklapper, vom Tragekomfort ideal und ja, wie gesagt, ich hätte jetzt nur noch meine ganzen Essenssachen dabei, dadurch wäre der Rucksack natürlich noch viel schwerer, wenn ich jetzt länger unterwegs wäre, aber vom Gewicht her, ich finde alles sehr gut verteilt, passt, ich mache da keine Wissenschaft draus, einfach den Rucksack so gepackt, wie ihr es jetzt gesehen habt, die großen Sachen in den Rucksack rein, das Gewicht natürlich rechts und links verteilen, das ist wichtig und auch mittig, die schweren Sachen verteilen natürlich nicht, oben in die Deckeltasche mache ich nichts schweres rein, das baumelt mir dann hin und her, vom Gewicht her und was ganz wichtig ist, was manche machen, außen was dranhängen und dann manchmal auch noch so befestigt, dass es noch rumbaumeln kann, das ist, die ersten paar Meter geht das noch, aber dann baumelt es beim Wandern immer hin und her, außen am Rucksack sollte nichts baumeln, der Rucksack sollte einfach gepackt sein, sodass alles straff und richtig fest am Rucksack ist, dass man nichts verlieren kann und ich meinen Rucksack auch schnell abdecken kann mit dieser Regenplane, dann ist der Rucksack gut und ideal gepackt. Leute, das war es von mir, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, ich wünsche euch viel Freude hier draußen in dieser wunderschönen, herrlichen, herbstlichen Natur und wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin! Tschüssli! Wie ist meine persönliche Erfahrung mit diesem Rucksack? Also die ist sehr gut, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Rucksack, als ich den das erste Mal bekommen habe, dann dachte ich, vom Stoff her, weil er so dünn ist und so etwas leicht wirkt, dachte ich, oh je, hoffentlich wird das auch heben, wenn der voll bepackt ist mit dem schweren Gewicht, aber keine Materialprobleme, also er ist... Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Outdoor Ausrüstung TV und was ihr hier sehen könnt, ist meine Ausrüstung, die ich heute mitnehmen werde, denn ich möchte eine Wanderung zum Rappenfelsen machen. Mein Fokus liegt heute darauf, schöne Naturaufnahmen zu machen, Bilder zu machen und etwas leckeres kochen. Ja und da fangen wir auch schon mal gleich hier mit der Abteilung Essen und Kochen an. Was ihr hier oben seht, ist meine Tasche, darunter ausgebreitet die Zutaten, bestehend aus einem Döschen mit Zucker und Milch, da ich gerne draußen einen Schwarztee oder Kaffee trinke. Wir haben hier Gewürze, Curry gemischt mit Knoblauchgranulat, Salz, hier Oregano, auch nochmal vermischt mit Kräutern und Pfeffer. Etwas Paprikapulver habe ich noch hier im Curry drin. Und das Ganze lagere ich in kleinen Honiggläschen, die es in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Da habe ich leckeren Honig zu naschen und danach habe ich dann sozusagen kleine Gefäße zum Lagern meiner Zutaten. Hier ein Pettling, da drin habe ich Öl gelagert. Wasser ist auch ganz wichtig draußen. Hier zwei Feldflaschen mit Wasser. Eine Stulle mit Schmalz drauf, hier Nudeln, Möhre, Zwiebel, Lauch, denn ich werde draußen einen Jägertopf kochen, ein paar Zutaten muss ich gleich noch einkaufen. Dann hier mein Kochgeschirr, hier ein Nierenbecher Edelstahl, ich koche mit Spiritus, geht am leichtesten draußen. Hier meine Tasse, damit ich einen schönen Tee trinken kann. Alles wird zusammengesteckt und hier drin gelagert in dieser Feldflaschentasche. Zusammengesteckt wird also mein Nierenkochset. Hier dieser kleine Ständer für meinen Spirituskocher und eine Feldflasche passt dort hinein. Sehr praktisch. Hier weiter unten sehen wir die Abteilung Erste Hilfe. Kleines Erste-Hilfe-Päckchen, Rettungsdecke, Signalschal, etwas Toilettenpapier. Kann ich zum Hernehmen hernehmen als Taschentuch, natürlich als Toilettenpapier oder auch um meine Kamera zu reinigen, die Linse, wenn sie feucht geworden sein sollte. Das stecke ich mir einfach so in die Tasche hinein. Ein kleines Notizbüchlein. Feuer zum Entzünden des Spiritus, Feuerzeug und Streichhölzer. Bei Feuer sichere ich mich immer doppelt ab. Egal wie, ob es jetzt ein Feuerstahl ist und Streichhölzer oder Feuerstahl und Feuerzeug. Auf jeden Fall immer das Ganze doppelt haben und an zwei verschiedenen Orten lagern. Vielleicht eins im Rucksack und eins in der Hosentasche. Ja, hier diese kleine Tasche. Da kann ich dann zum Beispiel das Notizbuch reinmachen. Smartphone, Feuer, was auch immer. Hier diese Klappsäge brauche ich jetzt heute nicht. Habe ich aber zum Testen bekommen diese Silky Gomboy. Die macht einen sehr schönen, sehr guten Eindruck. Bin gespannt, wie die sägt und werde ich euch in einem extra Video vorstellen. Hier ein kleines Schweizer Taschenmesser in dieser Tasche drin. Und mit dabei bei diesem Set ist sogar, ich habe das Messer noch in der Tasche gehabt, ist ein kleiner Schleifstein und ein kleines Messer eben graviert mit meinem Namen. Aber das Messer verdient auch noch mal ein eigenes Video, werde ich euch da vorstellen. Ist ein Geschenk vom YouTube-Kanal Walking Eddie. Dann meine Filmausrüstung, also Smartphone. Damit kann ich Videos aufnehmen. GoPro Hero 3, damit kann ich Videos aufnehmen. Mit dem Smartphone kann ich sogar noch fotografieren. Hier meine Spiegelreflex, damit kann ich auch schöne Bilder machen und auch filmen. Hier ein Selfie-Stick, ein großes Dörr-Stativ. Und hier nochmal diverse Halterungen. Kopfhalterung für die GoPro, kleines Stativ. Autohalterung fürs Smartphone. Einfach, ja ich filme sehr gerne, ich mache sehr gerne Bilder. Und dieses bietet mir sehr viele Möglichkeiten. Ich experimentiere da gerne mit rum, das ist ein sehr schönes Hobby. Und das macht mir viel Spaß, diese Fotografierei und Filmerei. Man kann ganz tolle Sachen machen. Eine Taschenlampe, naja, bräuchte ich eigentlich nicht, weil ich komme vor Dämmerung auf jeden Fall wieder nach Hause. Aber man weiß ja nie. Paracord, da drin in diesem Fleck-Tarn-Beutel sind Heringe. Hier eine kleine Boden-Unterlegsplane. Ein kleines Bascher. Damit spanne ich ein kleines Tarb ab zum Draufsitzen. BW-Faltmatte. Und alles kommt in diesen Berghaus. Munro-Tagesrucksack hinein. Genau. Und hier noch diese Tasche für Kamera etc. Und das war es auch schon. Das ist das Gepäck, was ich heute mitnehme. Und ihr werdet es dann gleich auf meinem Kanal, wo ich die Wanderung dann, oder das Video dann hochladen werde, werdet ihr das dann sehen. Okay, Leute. So, da wisst ihr Bescheid, was ich jetzt bei so einer Tageswanderung mitnehme. Fragen, Kommentare. Könnt ihr mir gerne unten reinschreiben. Ich lese sie alle, auch wenn ich nicht immer antworte, aber alles ist notiert, gemerkt und wird, beziehungsweise Anregungen werden auch in Folgevideos des Öfteren einmal gezeigt. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch viel Freude und Spaß in der Natur. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Tschüssle. Hallo, Leute. Ich grüße euch bei Outdoor-Ausrüstung TV. Heute bin ich rausgegangen, denn es ist der erste Schnee gefallen. Und ich möchte euch in diesem Video einmal meine Ausrüstung genau zeigen, die ich für solch einen kleinen Ausflug in den Wald verwende. Das war also heute einfach eine Wanderung hier heraus. Ich habe mir ein Lager aufgebaut, ich habe mir einen Tee gekocht und ich habe mich auch hingesetzt und hatte es durchgängig warm, weil ich folgende Ausrüstung eben dabei habe. Ja, ganz wichtig zuallererst, dass man ein kleines Dach über den Kopf hat und einen Windschutz. Ihr seht hier auf diesem Tart, da liegt schon etwas Schnee drauf und das ist einfach eine polnische Zeltbahn. Die bekommt ihr wirklich sehr günstig und wenn ihr meinen Kanal durchforstet, dann findet ihr auch zu jedem Ausrüstungsgegenstand, den ich euch jetzt hier zeige, ein extra Video. Ja, ich habe das jetzt heute gewählt, weil es ziemlich ursprünglich aussieht. Es ist aus Stoff, es ist in einem olivgrünen Muster und passt hier der Natur eigentlich sehr gut an. Wenn jetzt hier so der Schnee liegt, dann fällt die Plane gar nicht mehr auf. Von der Größe her reicht sie vollkommen, um da drunter zu sitzen und könnte sie auch noch als Mantel anziehen. Ja, damit dabei habe ich noch ein paar Heringe natürlich und etwas Paracord, damit ich das Ganze auch aufbauen kann. Ja, das nächste, was wichtig ist bei so einer Tour, wenn man draußen unterwegs ist, ist eine Bodenisolation, gerade wenn es kalt ist, etwas, wo ich mich drauf sitzen kann. Das könnte heute auch ein einfaches Sitzkissen sein, beziehungsweise so eine Sitzisomatte oder eben hier so eine Bundeswehrfaltmatte. Die sind auch ganz praktisch. Ja, dann habe ich hier eine Decke, das ist eine Armeedecke, die ist jetzt, nennt sich glaube ich polnische, ne, norwegische Decke. Da gibt es aber etliche im Internet zu finden. Und es sind so günstige Decken, die hier ist aus Wollmaterial. Ich würde darauf achten, dass die Decke aus Wolle ist. Und ich würde aber auch gleichzeitig darauf achten, dass es nicht so eine ganz dicke Decke ist, wie diese dicken Bundeswehrdecken. Die sind dann doch schon etwas schwer zu mittragen. Die ist hier so ein Mittelding. Die ist aus Wolle, die ist recht dünn und ideal einfach, um sich damit den Rücken zu wärmen. Und ich bin jetzt hier gesessen, ich hatte es also wirklich warm. Ja, dann noch als Bodenschutz habe ich hier so eine Unterlegsplane. Das ist einfach die Bundeswehrunterlegsplane. Man kann auch einfach so eine Baumarktplane nehmen oder eine andere Kunststoffplane, damit man von der Bodenfeuchtigkeit geschützt ist. Ja, dann brauche ich noch etwas, wo ich mir Wasser heiß machen kann. In meinem Fall ist das jetzt hier ein sogenannter Kellykettel. Da fülle ich hier Wasser ein, kann das erhitzen. Ich kann hier ein Feuerwehr machen, kann das hier drauf stülpen. Das zeige ich euch mal kurz genau. Dann bildet sich hier ein Kamin-Effekt und ich habe hier in wenigen Minuten heißes Wasser. Kann mir hier dann einen Tee kochen. Jetzt zum Wärmen am Feuer oder so ist der Kellykettel nicht gedacht. Der hat kaum Wärmestrahlung, sondern es ist einfach nur, um schnell heißes Wasser zu machen oder Kaffee und dann ist gut. Und dafür ist er also wirklich gut geeignet. Auch kann man den mit Holz hier schön füttern, auch wenn das Holz etwas feucht ist. Wenn Wind geht, dann funktioniert der Eimand frei. Zum Transport des Wassers habe ich hier einfach so eine durchsichtige Feldflasche. Die ist jetzt von der Firma Miltec. Die gleiche Art gibt es auch von Nalgene. Nalgene und diese sind BPA-frei und ist auch schön leicht. Dann habe ich hier einfach so Ski-Handschuhe. Da achte ich darauf. Bei solchen Handschuhen, wenn ihr ein bisschen auf bessere Qualität nehmen wollt, dann auf Lederbesatz oder hier eine Verstärkung. Weil man ja draußen doch etwas herumhantiert, dann sollten die Handschuhe doch schon ein bisschen verstärktes Gewebe haben, um das man damit gut handwerken kann. Zum Essen hatte ich hier einfach ein belegtes Brötchen dabei mit Käse, Wurst oder was man auch bevorzugt. Das reicht hier völlig für so eine kleine Tour. Dann noch ein Taschenmesser. Das stecke ich mir jetzt gleich in die Tasche rein. Damit kann ich ein bisschen feineres Holz machen, damit ich den Kellykettel besser anbekomme. Als Rucksack habe ich hier mit dabei den Berghaus Munro. Mit dem bin ich wirklich sehr zufrieden. Der ist von einer ganz tollen Qualität. Das ist auch ein Rucksack der Bundeswehr. Kriegt man auch gebraucht. Die sind doch etwas teurer als jetzt die anderen Rucksäcke, aber rentiert sich auf jeden Fall. Denn die Qualität, wie gesagt, ist tipptopp. Der ist auch hier hinten verstärkt. Von der Größe her reicht der für einen Tag oder im Sommer auch für zwei, drei Tagestouren locker. Ja, dann haben wir hier noch ein Beil, was ich mit dabei habe. Das ist jetzt eigentlich unnötig für so eine Tour, so ein großes Beil mitzunehmen. Vielleicht so ein kleines Trekkenbeil wäre ganz gut. Ich habe es einfach heute mitgenommen. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Ich habe das sehr gerne. Man kann es auch am Gürtel befestigen. Da habe ich ein bisschen mit dem Beil hier draußen rumgehackt. Aber wie gesagt, ist nicht zwingend notwendig. Was ganz gut ist, ist einfach ein großes feststehendes Messer für so eine Tour hier. Da gibt es auch unzählig viele. Und damit kann man auch gut Holz machen, Holz spalten, um damit eben sein Robokocher oder sein Kettel hier anzuheizen. Ja, eine Tasse hier habe ich noch dabei. Klar, um Tee zu kochen. Und das ist eigentlich schon alles. In meinen Taschen habe ich noch ein Erste-Hilfe-Päckchen, Streichhölzer, ein Bundeswehr-Dreieckstuch, was ich als Halstuch verwenden kann. Und auch, um mal die Linse der Kamera abzuwischen. Ja, das wäre eigentlich alles. Mehr braucht man nicht. Und da kann man locker den ganzen Tag mit draußen sein. Okay. Also, dann hoffe ich mal, dass ich nichts vergessen habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Tschüssle. Hallo Leute. Willkommen bei Outdoor-Ausrüstung TV. Wie im Video auf meinem Hauptkanal angekündigt, werde ich euch jetzt hier meine Ausrüstung vorstellen, die ich hier bei dieser Waldübernachtung mit dabei habe. Ich habe alles etwas natürlich gehalten. Naturnah, kann man sagen. Zum Beispiel habe ich ein Schafsfell diesmal dabei, was ich als Isomatte verwenden werde. Ich habe keinen Schlafsack, sondern dafür eine dicke Wolldecke mit dabei. Und auch von der Verpflegung her habe ich geschaut, dass es mehr eine Rohverpflegung ist, wo ich also viel selber zubereiten muss. Und ich habe keine Fertigtüten oder sowas mit dabei. Okay, dann werde ich euch jetzt mal die einzelnen Bereiche vorstellen. Anfangen möchte ich mit dem wichtigsten. Und das ist der Erhalt der Körperwärme, Schutz vor Wind und Regen. Dafür habe ich hier diese zwei polnischen Zeltbahnen mit dabei. Die sind wirklich sehr günstig. Ich denke mal, beide zusammen bekommt man für 30 Euro oder weniger sogar. Und die knöpfe ich nachher zusammen, baue mir dann hier so ein geschlossenes Zelt auf, wie so eine Art Tipi. Das Schöne ist auch, dass ich diese Planen hier als Mantel bzw. als Jacke hernehmen kann, die mich auch etwas vor Regen und Wind schützt. Hier habe ich so eine dicke Wolldecke. Und hier, wo die ganzen Sachen drauf ausgebreitet sind, das ist auch noch mal eine etwas dünnere Wolldecke. Daraus möchte ich mir vielleicht so eine Art Poncho nähen, den ich dann überziehen kann. Hier seht ihr meine Bekleidung. Ich habe hier einmal Merino-Wollunterwäsche, langärmlich, hier eine lange Unterhose, noch mal lange Socken mit dabei. Alles gedacht für die Nacht, denn es kann nachts doch ziemlich frisch werden. Es könnte sogar noch Nachtfrost geben. Hier habe ich noch so eine dickere Weste. Wie ihr seht von den Farben, habe ich alles so grünlich, olivgrün gehalten. Und mein T-Shirt, was ich heute anhabe, habe ich auch versucht, ja auch in Natur, sieht man das hier, Terracotta zu halten, so dass es bis in diesem Laubboden hier ähnlich sieht. Ich nehme gerne einfach Naturfarben, die gefallen mir gut. Ja, hier habe ich noch so eine Art Holzfällerhemd mit einem langen Kragen. Das ist wattiert, schön warm und ist auch ganz lang. Geht über die Hüften rüber. Ist eines meiner liebsten und gemütlichsten Jacken, die ich gerne jetzt zu dieser Jahreszeit hernehme. Hier ein Bundeswehr-Dreieckstuch. Das kann man immer sehr gut gebrauchen. Das nehme ich für alles her, auch als Halstuch, Kopfbedeckung etc. Hier noch ein Schemag, das nehme ich gerne als Handtuch her. Dann habe ich hier noch einen Gürtel. Falls ich so eine Zeltbahn als Mantel anziehe, kann ich mir so einen Gürtel noch umschnallen. Das ist auch immer ganz praktisch. Ja, hier habe ich noch eine alte Hose. Die ist vorne eingerissen und aus dieser Hose, die habe ich mitgenommen wegen dem Stoff. Ich werde diesen Stoff nutzen und vielleicht mit daraus etwas nähen. Kleine Beutel oder sonst etwas. Mal schauen, was mir einfällt. Und zum Nähen habe ich hier so ein Nähset zusammengestellt. Gelagert hier in diesem Stoffbeutel. Der ist auch von der Bundeswehr, bekommt man gebraucht. Im Internet wirklich für ganz wenig Geld. Und da habe ich hier so feines Nähgarn, etwas reißfesteres Nähgarn, Stopfgarn, Schere, Nadeln. Alles, was man zum Nähen braucht. Messer und Werkzeug. Ich habe zwei Sägen dabei, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass vielleicht mal ein Sägeblatt abbricht. Und dann stehe ich ohne Säge da. Also zwei Sägen. Hier mein großes Messer. Kleines Neckknife, was ich mir an den Hals hängen kann und immer zur Hand ist. Und ein Taschenmesser. Das Taschenmesser ist das Messer, was ich hier draußen am allermeisten hernehme. Falls ihr noch gar kein Messer habt und ihr neu einsteigen möchtet in dieses Hobby, dann empfehle ich euch. Fangt einfach mit einem guten Schweizer Taschenmesser an. Da könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Weil das habt ihr immer dabei. Selbst wenn ihr später mal ein größeres Messer kauft. Dieses habt ihr wahrscheinlich immer in der Hosentasche, so wie ich. Da ist eine Klinge drin, eine Säge, Dosenöffner, Flaschenöffner, Pinzette, falls man mal eine Zecke im Wald haben sollte oder einen Splitter im Finger. Eine Aale ist da drin. Die gibt es auch in verschiedenen Zusammenstellungen. Da kann man sich das auch raussuchen, was man hier draußen braucht. Und ja, meine Empfehlung ist also immer als allererstes Messer auf jeden Fall ein Taschenmesser. Da ich ein bisschen was bauen möchte, hier noch ein Zollstock, damit ich abmessen kann. Taschenlampe. Ich habe den Akku jetzt immer hier separat im Beutel gelagert. Nicht, dass mir die Lampe angeht in der Tasche. Was auch schon passiert ist. Ich habe hier die FluNight TH10. Ich kann die wirklich sehr empfehlen. Die hat mich noch nie im Stich gelassen. Winters wie Sommers. Die ist sehr robust. Die hat hier schon ihre Macken. Es gibt sicherlich viele Stirnlampen. Ich habe da jetzt nicht so eine große Auswahl. Da ich nicht so der Gear Freak bin und mir ständig irgendwelche neuen Sachen kaufe. Was ich habe, das habe ich so lange, bis es einfach kaputt geht. Und die habe ich jetzt schon sehr lange. Und die geht immer noch tadellos. Hier drin in diesem Beutel habe ich noch Schleifpapier mit dabei. Vielleicht schnitz ich einen Löffel, kann den schön abschleifen. Hier noch so Packriemen. Wer weiß, was ich damit noch machen werde. Hier ein Notizbuch, wo ich gerne mal was über Kräuter reinschreibe. Oder vielleicht auch Erfahrungen, die ich hier draußen mache. Beobachtungen. Immer mal wieder mache ich mir da so eine schöne Seite fertig. Das macht mir einen großen Spaß. Ich habe zu Hause auch noch ein großes Herbarium, wo ich Pflanzenblätter getrocknet habe und dann einklebe. Das ist einfach eine Beschäftigung mit der Natur. Man lernt wieder was dabei. Und wenn man sowas macht, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Und man fühlt sich hinterher ganz wohl, weil man wirklich was Kreatives mit seinen Händen und mit der Natur zusammen geschaffen hat. Und das ist eine richtige, schon fast wie eine Meditation, wie eine Entspannung. Also einfach so ein kleines Notizbüchle hier und was man so in der Natur findet, hier rein eintragen oder reinkleben. Das geht ganz leicht. Die Blätter, falls ihr sowas nachmachen möchtet, hier zum Beispiel das Brennnesselblatt. Einfach zu Hause zwischen zwei Blättern einlegen und die zwei Blätter in ein großes Buch packen. Mal mehrere Bücher drauflegen, damit das Ganze gepresst wird. Da braucht ihr keine Presse kaufen oder so. Einfach zu Hause die Bücher nehmen, was ihr habt. Und dann könnt ihr euch die wunderschönsten Blätter pressen, trocknen und dann hier einkleben. Und da könnt ihr wirklich ganz tolle Sachen machen. Hier noch Sisal, Naturschnur, die verrottet auch draußen. Da mache ich mir auch irgendwas, wer weiß es. Vielleicht baue ich eine Leiter, vielleicht baue ich mir ein Gitter, was auch immer. Ich habe es dabei für alle Fälle. Ja, hier ist die Abteilung Kochen und Feuer machen. Auch ein bisschen alles rustikal. Hier Kerzen, Zunder, hier so ein Eisenschlagset, hier Charcloth, also verkohlte Baumwollläppchen, wo ich dann Funken fange und das Ganze dann zum Brennen bringe. Hier mein Zundermaterial, Birkenrinde, hier mein Hobo-Kocher. Das ist dann auch mein kleiner Zeltofen, sozusagen. Wenn es doch mal kalt werden sollte, kann ich den anzünden im Zelt drin. Müsste eigentlich gehen, werde ich ausprobieren. Da bin ich gespannt, wie warm das dann wird. Hier mein Nierenbecher und hier mein Trangia-Kocher, meine Tasse, etwas Spiritus. Hier noch meine große Feldflasche, die kann man auch ins Feuer stellen und erhitzen. Und da ist noch Wasser drin. Ja, transportieren tue ich alles hier in diesem Taschef Mount 100 plus 20, also ein 120 Liter Rucksack. Und der ist absolut top. Also ich bin mit diesen Rucksäcken von Taschef sehr zufrieden. Ich habe da noch so einen Fotorucksack und eben diesen Trekking-Rucksack. Das ist eine echte Empfehlung, Leute. Der hat eine super Auswahl dort und der Rucksack ist robust. Und was mir vor allen Dingen besser gefällt als bei meinem Berghaus Atlas, den ich auch sehr gerne hergenommen habe, ist, dass man hier mit diesem Rucksack so toll organisiert ist. Aufgrund der vielen praktischen Taschen, aber auch die Fronttasche, wo man Zugriff hat auf den gesamten Rucksackinhalt. Dann ist das obere Fach und das untere Fach hier getrennt. Und das Tragesystem ist richtig bequem. Ich habe den natürlich jetzt richtig schwer bepackt gehabt mit den ganzen Wollsachen hier und so. Das wiegt natürlich etwas. Kein Problem. Konnte ich mir auf die Schultern setzen und dann klappt es hier wunderbar. Ich habe da noch ein extra Video gemacht zu diesem Rucksack auf meinem Kanal. Habe den genau vorgestellt. Wenn ihr da Interesse habt, schaut euch auf jeden Fall das Video an. Wenn ihr einen Rucksack sucht, dann ist dieser Rucksack eine richtig gute Empfehlung von mir. Ja, hier noch ein paar Sachen von vergangenen Projekten. Hier so eine Rindentasche. Hier drin noch eine Handspindel zum Feuer bohren. Hier noch ein Grabestock, um Wurzeln auszugraben. Ich möchte auch Wildpflanzen hier ausgraben, Wurzeln. Dann hier noch ein Bullrohrer. Rohrer heißt der. Das ist ein englisches Wort. Ich kann das jetzt vielleicht auch nicht so genau aussprechen. Das haben die Aborigines. Ich werde das auch mal vorführen. Und das surrt dann so in der Luft. Das ist richtig cool. Kann man auch selber herstellen. Ja, dann natürlich darf mein elektronisches Equipment nicht fehlen. Hier Spiegelreflexkamera. Viele, viele Akkus, die ich mir im Laufe der Zeit zusammengekauft habe. Ich nehme da gerne diese Patona-Akkus her. Die sind recht gut. Ich bin sehr zufrieden mit denen. Und die sind wirklich sehr günstig. Hier noch eine Powerbank, um mein Smartphone aufzuladen. Hier noch ein Musikinstrument. Und zwar ein Didgeridoo. Da möchte ich auch etwas spielen darauf. Ja, hier hinten in der Glasflasche. Da sind fünf Liter Wasser drin. Da kann ich mir immer wieder Wasser holen. Und da drin werde ich das dann lagern. Apropos lagern. Hier habe ich ganz viele solche Beutel, Schlafsackbeutel etc. Ich habe mir angewöhnt, alles immer einzeln zu verpacken in diesen Beuteln. Zum Beispiel ein Beutel nur mit Essen, ein Beutel nur mit Elektronik, ein Beutel nur mit Wäsche. Und bin dann so immer richtig gut in meinem Rucksack organisiert. Und kann am Platz einfach alle Beutel herausnehmen. Und dann liegt da nicht alles so verstreut auf der Erde herum. Sondern man ist einfach richtig gut mit dabei. So, dann habe ich hier noch Paracord, Erste-Hilfe-Set, ein etwas größeres Eins, was in meine Seitentasche reinkommt. Mein Hygienebeutel bestehend aus Zahnbürste, Zahnpasta. Etwas Papier hier und Ohrstäbchen. Und das war es auch schon. Keine Seife, kein Deo-Roller, kein Parfüm, gar nichts. Nur frisches, klares Wasser brauche ich hier draußen, um mich zu waschen. Und mehr nicht. Eigentlich noch nicht mal die Zahnpasta. Ich habe vor mir, hier aus Weide noch eine Zahnbürste herzustellen. Wenn ich das mache, zeige ich es euch auf jeden Fall im Video vor meinem Hauptkanal. Nahrungsmittel. Ja, bei Nahrungsmitteln ist es bei mir so, immer etwas üppig muss ich sagen. Also wahrscheinlich, manche bräuchten nicht so viel. Ich habe hier draußen immer Spaß und Freude am Kochen, am Zubereiten. Denn das ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht. Hier draußen die Natur und das Gesamte mit Essen zu verbinden. Einfach an einem schönen Platz sitzen, kochen und dann essen, genießen und während dem Essen in die Natur hinausschauen. Das ist das, was mir richtig viel gibt. Und deswegen habe ich jetzt dieses Mal hier so eine Art Rohpferpflegung mit dabei. Zwei Eier. Hier, Wurzelgemüse, Karottnitz, Zwiebeln, Zitrone, Kohlrabi, Kartoffeln, Spargel, Lauch, Reis hier im Beutel, ein Stückchen Käse, Rosinen, Cashewkerne. Das ist schon eine richtige Power-Nahrung, Leute. Cashewkerne sind so gesund. Enthalten Mineralien und Magnesium. Also das ist auf jeden Fall richtig, ja richtig gesund, richtig gut. Kraftnahrung hier draußen. Hier Paprika, Tomate, Avocado, Fettlieferant. Avocado kann man auch super aufs Brot schmieren mit Zwiebelsalz drauf. Schmeckt ultra lecker. Etwas Tomatenmark. Spaghetti habe ich auch noch irgendwo hier. Salz, Öl, etwas Senf, weil ich noch etwas Wurst mit dabei habe. Schwarzwälder Schinken. Kaffee, Kaffee, Sahne. Nämlich schöne reife Mango. Hier noch ein großes Spaghetti. Ja, das müsste für die nächsten Tage reichen. Da komme ich gut mit hin. Ich ergänze das Ganze noch mit ein paar frischen Wildtrottern, wenn ich schon welche finde. Und ja, davon kann ich gut leben hier draußen. Und mir was Schönes kochen. An Schuhwerk und Klamotten habe ich jetzt hier mal meine Crocs mitgebracht. Ich habe auch zu Hause Sandalen. Ledersandalen gehen da auch. Alles Mögliche. Ich laufe natürlich auch gerne barfuß hier draußen. Aber wenn ich jetzt mal ein bisschen so im Wald unterwegs bin, dann hat es oft mal solche Brombeerranken oder es liegen spitze Äste auf dem Boden. Da ist es doch mal angenehm, wenn man kurz solche Sandalen anzieht. Aber sonst hier auf dem Laubboden kann ich auch gut barfuß laufen. Oder Barfußlaufschuhe sind auch gut. Die sind natürlich wieder etwas teurer. Aber hier so einfache Sandalen, einfache Crocs für den Wald sind doch tip top. Was ich jetzt nicht empfehlen würde, wäre mit dem schweren Rucksack oder mit Gepäck oder bei Arbeiten mit dem Beil, Messer, Säge, je nachdem wie groß das Messer ist, dann Sandalen anzuziehen. Oder diese Crocs ist doch immer ein gewisses Verletzungsrisiko. Gerade wenn man mit schweren Gepäck wandert durch den Wald und dann mit Sandalen. Ja, man kann umknicken eventuell. Ja, das muss jeder selber wissen. Bei mir, ich knicke schon manchmal um. Deswegen, wenn ich meinen Rucksack auf habe, dann ziehe ich auf jeden Fall meine Wanderschuhe an. Ja, hier sind meine Wanderschuhe. Die lüften gerade in der Sonne. Da gibt es ja etliche Modelle. Ich stehe so auf Hanback. Lova Meindl ist auch ein großer Favorit von mir. Das sind so die drei Marken, die ich gerne trage und von denen ich auch schon den ein oder anderen Wanderschuh durchgelaufen habe, bis die Sohle brennt. Und ja, ich kann sagen, alle drei waren auf jeden Fall immer wirklich ganz bequem für mich. Ich stehe gerne auf Wanderschuhe, wirklich die Leder haben. Ich mag nicht diese Textil-Tracking-Wanderschuhe. Ein Wanderschuh sollte bei mir Leder sein. Das ist natürlich jetzt noch die Frage, reines Leder oder mit Gore-Tex-Membran. Ich habe meine Schuhe mit Membran. Bin da sehr zufrieden mit. Ich hatte auch schon reine Lederschuhe. Den Meindl Borneo heißt der, glaube ich. Der war auch super. Ja, da am besten beim Schuhladen sich beraten lassen. Einen guten Schuhladen, wo auch wirklich eine Top-Beratung da ist. Und dann kann man sich da die richtigen Wanderschuhe aussuchen. Ja, Ausrüstung ist bei mir wirklich ein Mittel zum Zweck. Ein Mittel, um hier draußen sein zu können. Um, ja, was mir hier draußen eben Komfort liefert. Oder die Möglichkeit, überhaupt draußen zu sein. Des Weiteren nutze ich die Ausrüstung natürlich auch, um die Videos zu drehen. Ich bin sehr häufig draußen. Und habe auch schon viel Ausrüstung, wie soll ich sagen, durch- oder abgetragen. Sagen, sage ich mal so, dass da überhaupt, dass sie eben kaputt sind. Wie zum Beispiel jetzt diese Hose. Die ist, die könnte man noch nähen, aber hier im Knie ist sie total durch eingerissen. Die hatte ich mehrere Jahre an. Das ist hier so eine ganz günstige Bundeswehr-Moleskien-Hose für ein Appel und ein Ei. Ich lege da nicht Wert auf Prestige, sage ich jetzt mal. Dass ich unbedingt Fjell Reven tragen muss oder so. Ich habe eine Fjell Reven-Hose, klar. Aber ich brauche jetzt nicht eine komplette Fjell Reven-Garnitur. Oder sonst was. Oder Markenbewusstsein habe ich da eher weniger. Für mich sind die Sachen wirklich mittel zum Zweck. Worauf ich ein bisschen achte, ist die Farbe. Also ich stehe halt auf Grün und Oliv. Das sind so meine Farben, die ich gern habe. Ja, robust sollen die Sachen auf jeden Fall sein. Ich merke das schon gleich, wenn etwas nicht so robust ist. Und wenn ich dann sehe, das wird nicht so lang halten. So kann man es sagen. Ja, mein ganzes Kochgeschirr habt ihr gesehen. Das sind also richtig, die sind schon hier schwarz eingebrannt, die Sachen. Aber ich reinige die jedes Mal hier innen drin natürlich. Aber ich kann die außen nicht nach jeder Tour abschrubben. Das spielt für mich keine Rolle. Ich pflege die Ausrüstung so, dass sie auf jeden Fall längstmöglich hält. Aber ich pflege sie nicht so, dass ich sie dann wieder schön in meinen Schrank stelle, um sie dann anzuschauen oder so. Die sind wirklich richtig reine Nutzgegenstände bei mir. Und ja, ich nutze die eben einfach dafür, um hier draußen sein zu können. Das ist für mich das Schönste. Und die Natur, um die Natur genießen zu können. Okay, ich hoffe, der Einblick war brauchbar bei euch hier, was ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Ja, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, die einfach in die Kommentare rein. Ich greife immer wieder Fragen auf, zeige es dann in Folgevideos. Und ich hoffe, ich konnte euch damit einfach eine Anregung geben. Ich habe unten in die Infobox mehrere Links reingepackt, wo ich ein bisschen was verlinkt habe, was ich hier so an Ausrüstung verwende. Da könnt ihr nachschauen und gucken, ob das auch für euch vielleicht etwas ist. Gut, Leute, dann werde ich jetzt hier wieder alles einpacken und werde dann wieder rüber switchen zu meinem Hauptkanal und dort mit dem Video weiterdrehen. Denn jetzt ist es dran, hier mein Lager aufzubauen und mich langsam aber sicher auf den Abend vorzubereiten. Die Sonne steht noch hoch, aber es wird doch schnell schattig hier draußen. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich auf so einem Schafsfell schläft, zusammen mit so einer Wolldecke. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe Respekt hier vor dem Schwarzwald, vor dieser abendlichen und nächtlichen Kälte. Da können wir auch gleich noch, wenn wir schon dabei sind, hier beim Stichwort Schlafsack, dabei sein. So eine Wolldecke ist immer gut, aber ich bin da schon ein paar Mal mit der Wolldecke reingefallen und habe nachts jämmerlich gefroren. Das war einmal im Winter. Und einmal im Sommer, da hat es auch Nachtfrost gehabt. Also es ist immer so, man braucht da schon eine gewisse, eine gute Kombination. Das heißt, das Lager muss stimmen, wenn ich hier so eine Wolldecke verwende. Und vielleicht auch ein bisschen mit der Kleidung sollte man darauf achten. Aber man muss ja nicht gleich mit einer Wolldecke draußen schlafen. Man kann ja auch auf Nummer sicher gehen und einen Schlafsack nehmen. Und da würde ich euch empfehlen, den Carinthia Tropen. Mit dem bin ich sehr zufrieden im späten Frühling, im Frühsommer, sage ich mal, bis zum Herbst hin, so in diesen Jahreszeiten. Wenn so die meisten rausgehen, um Outdoor zu machen, da ist dieser Carinthia Tropen wirklich ein empfehlenswerter Schlafsack. Vielleicht noch in Kombination mit einem Inlet, mit so einer Fließdecke, die man in den Schlafsack mit hinein nimmt. Oder außen mit so einem Biwaksack. Und dann ist man wirklich sehr gut bedient und kann hier draußen gut schlafen. Wichtig ist noch eine schöne Isomatte, vielleicht eine Thermarest, die man aufpusten kann oder ein Ex-Pad. Also bei der Isomatte solltet ihr auch nicht sparen. Die BW-Isomatten nehmen viele, aber ich habe die anfangs auch genommen. Die ist wirklich sehr unbequem. Es geht, man kann da drauf schlafen, aber sie ist unbequem. Man wacht morgens schon mit Druckstellen auf teilweise. Und sie isoliert auch nicht so gut. Also da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da doch eine schöne aufblasbare Isomatte zu nehmen. Da gibt es mittlerweile auch ganz tolle, leichte, in allen Varianten teure, günstige, dicke, dünne. Da kann man sich was Schönes aussuchen. Aber wie gesagt, bei dem Schlafsack, da bleibe ich beim Carinthia Tropen. Der ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert und der ist auch richtig schön klein vom Packmaß her. Fällt mir sonst noch irgendwas ein, was wichtig wäre? Rucksack habe ich euch gesagt. Rucksack ist wichtig gerade für die meisten Neueinsteiger. Wie gesagt, die Tascheflugssäcke sind sehr günstig, von der Qualität her top. Schlafsack habe ich euch auch gesagt. Schuhe sollte man auf keinen Fall sparen. Bei den Schuhen auf jeden Fall Markenschuhe nehmen. Nicht sparen bei Schuhen, das lohnt sich nicht. Ja, Messer habe ich auch gesagt. Taschenmesser, damit kann man gut anfangen. Und bei den größeren Messern dann später, da kann man schauen. Die Mora-Messer sind auch gute Einsteigermesser, wenn man mal ein Messer mit feststehender Klinge möchte, was auch nicht so viel kostet. Ja, vom Kochsystem ist vielleicht noch ganz interessant, was auch immer gefragt wird, hier mit dem Trangia-Kocher. Ich verwende eigentlich nur diesen Trangia-Kocher hier draußen. Immer nur Spiritus, Spiritus. Weil ich eh einkaufen gehe, dann hole ich mir gleich mal eine Flasche Spiritus beim Einkaufen. Ich brauche da nicht extra Gas bestellen oder sonst was. Der Spiritus-Kocher ist schön leise. Der funktioniert im Winter genauso gut wie im Sommer. Bei so einer Tour, hier, ich habe so eine kleine Flasche, wo ich mir den Spiritus abfülle. Das reicht locker drei bis vier Tage. Also der ist echt absolut top. Ja, vom Kochsystem her. Stanley ist eine sehr gute Marke. Stanley-Kochgeschirr ist alles Edelstahl. Ich nehme nur Edelstahl. Aluminium bin ich nicht so ein Freund von. Das soll nicht so gesund sein. Da könnt ihr auch nachschauen, wenn euch das mehr interessiert. Aluminium, was das im Körper anstellen kann. Deswegen nehme ich Edelstahl. Das ist ein bisschen schwerer, aber es geht dennoch. Hier so eine Nierentasse, damit bin ich eigentlich immer sehr zufrieden mit so einem Set hier. Man braucht also, wenn man den Drangia-Kocher hat, hier diesen Kocher an sich. Man kann den einzeln bestellen oder man kann sich so ein gesamtes Drangia-Kochset bestellen. Allerdings ist das Drangia-Kochset eben, das sind die Töpfe aus Aluminium. Deswegen bestelle ich lieber einzeln diesen Drangia-Kocher. Es gibt auch von anderen Marken diesen Kocher, zum Beispiel von Espit. Ich denke mal, der ist auch nicht verkehrt. Da gibt es also verschiedene Varianten. Aber nehmt auf jeden Fall eine bessere Qualität von diesen Drangia-Kochern. Dann braucht ihr einen Untersatz. Die meisten Hobo-Kocher, in die meisten Hobo-Kocher kann man einen Drangia-Kocher hineinstellen. Oder es gibt eben spezielle Untersetzer für diese Spiritus-Kocher. Ja, und dann beim Kochgeschirr könnt ihr schauen. Hier ein Nierenbecher oder eben so ein Topf. Dann gibt es auch die schöne Pfanne von Tatonka, die ich gerne hernehme. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge hier draußen. Mit der Ernährung, mit dem Essen habt ihr ja gesehen. Der eine mag gern eben Fertigtüten oder nimmt sich Dosen mit raus. Oder man kann auch ein bisschen was frisch kochen oder halt mixen. So halb frisch. Tütensuppe aufmontieren mit etwas frisches Gemüse, was man da reinschneidet. Also da kann man sich Stück für Stück langsam hinwagen an das ganze Thema. Ja, wichtig sind auf jeden Fall viele Beutel, damit ihr euch gut organisieren könnt. Damit es im Drucksack kein Durcheinander gibt. Da gibt es auch diese Packbeutel. Kann man auch einzeln bestellen und dann alles schön einzeln separat einpacken. Lebensmittel, Kleidung, Werkzeug, was auch immer, was ihr so habt. Das könnt ihr euch dann selber überlegen. Okay, ja, dabei belasse ich es jetzt mal. Vielleicht noch zum Abschluss die Hosen, was ich anhabe hier. Das hier ist eine Leo Köhler Hose. Die stellen auch sehr gute Marken, nicht Marken, sehr qualitativ hochwertige Klamotten her, die auf jeden Fall robust sind. Die Hose habe ich ständig draußen an und die hat noch keinen Riss, kein Loch. Ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist halt vom Design her vielleicht nicht so schick, aber wie gesagt, dafür richtig hier schön an der Seite die großen Taschen dran. Genau, ansonsten hier diese BW Moleskine Hose. Die ist wirklich günstig und auch super hier draußen. Okay, jetzt lasse ich es mal, weil es fällt mir eins nach dem anderen ein. Vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video, wo ich nochmal ganz speziell für Anfänger auf die Ausrüstung eingehe. Ach, ja, da kann ich noch viel machen. Da ist noch viel da, was ich euch zeigen kann. Also gerade mit Ausrüstung, dann vielleicht auch wie man draußen kocht, so die Basics. Einfach, weil natürlich immer mehr Leute dazukommen, immer neue Leute, neue Leute steigen ein in dieses Hobby und wollen natürlich dann schauen, wenn man ganz neu anfängt. Da hat man natürlich noch nicht so die Ahnung. Und der Markt ist ja so riesig, da gibt es ja tausende von Sachen. Da ist es doch vielleicht hilfreich, wenn man so den einen oder anderen Ratschlag bekommt. Okay, Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude draußen in der Natur. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssle. Hallo Leute, ich grüße euch bei einem weiteren Video hier bei Outdoor Ausrüstung TV. Wie ihr sehen könnt, habe ich heute bei diesem prachtvollen Wetter eine kleine Fahrradtour unternommen und mir hier mein Lager aufgebaut und möchte mir jetzt einen Tee kochen. Und da kommt es mir ganz gelegen, dass mein polnischer Buschkraftkollege, der Dariusz, von seinem Onlineshop mir den Robokocher Einsamen oder Einsamer Wolf zugesendet hat. Ja, mir macht sowas immer sehr großen Spaß, solche Sachen auszuprobieren. Und ihr habt dann auch etwas davon, weil ihr gleich sehen könnt, wie das Ganze dann im Einsatz aussieht. Ja, ich möchte jetzt auch noch gleich die Gelegenheit nutzen und ein paar Worte zur Ausrüstung sagen, denn ich werde immer wieder gefragt, was ich denn an Grundausrüstung empfehlen würde für, sagen wir mal, ein Budget bis 100 Euro. Was brauche ich, wenn ich absolut noch nichts habe und ganz neu in das Thema einsteige? Okay, das ist so eine der häufigsten Fragen. Und welches Messer, also welches Messer mit feststehender Klinge ich empfehlen würde. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern auf diese Grundausrüstung. Und es ist eigentlich ganz leicht für euch zu analysieren, weil heute ist zum Beispiel so ein Tag, wo ich wirklich nur das Minimalistischste mitgenommen habe hier draußen, was ich wirklich nur heute an diesem Tag brauche, weil ich gehe ja nicht raus und schleppe irgendwas mit, was ich überhaupt gar nicht brauche. Und das sind die folgenden Dinge, die ich euch empfehlen würde für dieses geringe Budget. Und da bekommt ihr eure Ausrüstung zusammen, würde ich jetzt mal behaupten, unter 100 Euro oder knapp 100 Euro und dann habt ihr alles beisammen. Das Erste, was ihr braucht, wenn ihr hier draußen mit Buschkraft anfangen möchtet, dann ist es ein Platz, wo ihr sein könnt. Und dieser Platz, da braucht ihr ein Dach über den Kopf, Schutz vor Regen, Wind, aber auch für die psychologische Wirkung, wenn man sich hier so ein Dach aufgebaut hat, dann fühlt man sich doch schon etwas mehr naturverwunden und mehr zu Hause hier im Wald. Das heißt, ihr braucht also einfach so eine Plane. Da gibt es die verschiedensten Arten von Tarps, von Planen. Da könnt ihr einfach nach dem Preis gehen, wenn ihr das wollt. Und dann holt ihr euch einfach die günstigste Plane und das ist die Baumarktplane. Die bekommt ihr für, ich schätze mal, 10 Euro. Die Größe dieser Plane sollte nicht so groß sein. 2 x 3 Meter reicht völlig aus oder 3 x 3 Meter, das ist aber schon recht groß. Größer würde ich sie auf keinen Fall nehmen, aber auch nicht kleiner. Also nicht unter 2 Meter eine Plane, das ist dann etwas beengend. Diese Plane hat ungefähr 220 x 250 so in den Dreh. Und ich habe hier großzügig Platz. So, als nächstes sitze ich hier auf solch einer Isomatte. Das kann jegliche Isomatte sein, wo ihr findet, ein ganz normales Sportgeschäft oder eben diese faltbare BW-Isomatte, die kostet auch knapp 10 Euro, glaube ich. Die passt halt schön in den Rucksack rein. Man kann die rechteckig zusammenfalten, passt in den Rucksack rein und dann ist gut. Da habe ich auch noch einen schönen Rückenschutz. Dann als nächstes natürlich Wasser, das ist ganz wichtig hier. Eine Feldflasche zum Trinken oder eine PET-Flasche Wasser aus dem Laden, kein Problem. Dann vielleicht noch ein kleines Tuch oder eine Decke, das hat man ja eh zu Hause, braucht man auch nicht extra kaufen. Dann ein Messer und ich würde jedem empfehlen, fand nicht mit einem feststehenden Messer an, kauft euch einfach ein Schweizer Offiziersmesser. Da gibt es die verschiedensten Modelle. Nehmt nicht so ein ganz kleines Messerchen. Das ist das Modell Rucksack hier zum Beispiel und die kosten auch so um die 25 bis 30 Euro, so um den Dreh. Dann habt ihr aber wirklich ein gutes Messer, was ihr für immer habt. Von diesem Messer werdet ihr nie satt sein. Das werdet ihr immer im Gebrauch haben, immer in der Hosentasche drin. Da habt ihr dann auch gleichzeitig eine Säge mit dabei, Pinzette, um eine Zecke zu entfernen, falls das mal nötig sein sollte. Zahnstocher, Dosenöffner, dann könnt ihr auch gleich wieder hier euch eine Dose öffnen und was draußen kochen. Genau, dann apropos Stichwort kochen. Jetzt kommen wir die Überleitung zu diesem Hobo-Kocher. Ihr braucht etwas, worauf ihr kochen könnt. Da gibt es auch wieder die verschiedensten Modelle. Sei es jetzt ein S-Bit-Kocher, Hobo-Kocher. S-Bit wäre das günstigste, kostet auch nur um die 5 Euro. Oder diese Kocher mit der Brennpaste. Und dann habt ihr hier draußen schon alles. Natürlich braucht ihr noch etwas, wo ihr das alles einpacken könnt. Das ist ein Rucksack. Die meisten Menschen haben sowieso schon einen Rucksack zu Hause. Vielleicht wollt ihr einen etwas outdoorigeren Rucksack, also der mehr für die Natur ausgelegt ist. Gut, dann könnt ihr euch da wieder extra einen kaufen. Ist aber nicht nötig. Ein normaler Sportrucksack tut es schon. Ja, und das ist eigentlich schon das Grundsortiment. Damit könnt ihr vollkommen hier draußen loslegen, draußen starten, weil das Wichtigste ist, nämlich hier draußen zu sein. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ausrüstung ist völlig zweitrangig, weil ihr sowieso lernt im Laufe der Zeit alles, dass ihr euch alles selber macht. Ihr lernt irgendwann selber euch ein Dach über den Kopf zu bauen. Ja, ihr lernt dann auch vielleicht, wie ihr euch einen Kocher selber bastelt, aus einer Dose oder sonstigen Gegenständen improvisiert. Genau, ihr lernt dann auch irgendwann, wie ihr selber eine Bodenisolation macht, etc. Aber das ist das Grundding, wenn ihr noch keine Erfahrung habt und wirklich für kleines Geld einsteigen möchtet, sind das diese Sachen hier. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, lege ich los mit dem Hobo-Kocher hier. Ja, entweder mache ich jetzt da noch einen zweiten Teil, je nachdem, wie lange ich jetzt geredet habe. Ich möchte auch nicht, dass die Videos zu lang werden. Wenn es von der Zeit her geht, dann lasse ich das jetzt einfach so, dann geht es jetzt hier weiter mit diesem Kocher. Ja, Leute, ich glaube, jetzt habe ich doch etwas lang erklärt, deswegen beende ich dieses Video an dieser Stelle und mache dann jetzt gleich ein zweites, wo ich ausschließlich den Kocher vorstelle. Ich halte das für sinnvoller. Gut, Leute, hat mich gefreut für eure Aufmerksamkeit, dass ihr reingeschaut habt. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssle. Outdoor Ausrüstung TV